Abschnitt 21 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von ABAI im Juni 2015 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 21 Die Ermordung des Rittmeisters von Krosig Teil 2 Am 12. Verhandlungstage fanden die Plädoyers statt. Der Vertreter der Anklage, Oberkriegsgerichtsrat Mayer, führte etwa Folgendes aus. Meine Herren, das Oberkriegsgericht beschäftigt sich zum zweiten Male mit einer Strafsache, die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus das größte Aufsehen erregt hat. Es handelt sich um nichts Geringeres als um die Straftat zweier Unteroffiziere, die sich angeblich verabredet haben, ihren eigenen Eskadronchef zu ermorden. Ich will Sie nicht lange durch einleitende Worte aufhalten. Wir sind alle von der furchtbaren Bedeutung der Untat, die auch in hohem Maße nach der disziplinarischen Seite ihre Strahlen wirft, durchdrungen. Ich will sofort auf die Sache selbst eingehen. Und da drängt sich zunächst die Frage auf, wer ist der Täter? So viel ist allen Einsichtigen klar. Die Tat muss von zwei Personen ausgeführt worden sein. Dafür sprechen alle Tatumstände und auch der Umstand, dass Skopex stets mit voller Bestimmtheit behauptete, er habe zwei Personen an der Bandentür stehen sehen. Wenn beim Zivil ein ähnlicher Mord geschieht, ich denke an den Sekatschen und an den Kronitzer Mord, dann stehen oftmals Polizei und Staatsanwaltschaft ratlos da. Beim Zivil ist es oft ungemein schwer, den Täter zu ermitteln. Anders ist es bei uns, beim Militär. Hier ist es bedeutend leichter, den Täter zu ermitteln, da der Kreis, in dem der Täter zu suchen ist, ein bedeutend engerer ist. Es ist ja versucht worden, den Verdacht auf einige Zivilpersonen zu lenken. Allein schon der Umstand, dass der Mord geschehen ist mit einem Karabiner, der noch mittags zwölf Uhr auf dem zweiten Korridor an seiner richtigen Stelle stand, spricht für die Unmöglichkeit, dass der Mord von einer Zivilperson geschehen ist. Es hat sich eine Frau Sablowski gemeldet, die einen Vorgang erzählt hat, der sich einige Tage vor dem Morde in ihrer Wohnung zugetragen hat. Es liegt jedoch nicht der geringste Anhalt vor, diesen Vorgang mit der Ermordung des Rittmeisters von Grosig in irgendwelche Verbindung zu bringen. Etwas mehr könnte ja die Aussage der Frau Eckert beweisen. Allein ich weise darauf hin, dass, als wir in der Dragonerstraße den Lokaltermin abhielten und die Frau wiederholt von dem Herrn Verhandlungsleiter gefragt wurde, ob sie genau wisse, was für ein Tag es war, an dem sie ihre Wahrnehmungen machte, die Frau konsequent mit großer Bestimmtheit sagte, es war an einem Sonnabend. Als die Frau nach einigen Tagen hier vernommen wurde, sagte sie mit derselben Bestimmtheit aus, es war montags. Es kommt hinzu, dass, obwohl an diesem Tage der Mond erst um 7.57 Uhr aufging, die Frau behauptete, sie habe zwei Zivilpersonen aus dem Kasernentor laufen sehen, denn es sei mondhell gewesen. Auf die Frage, weshalb sie sich erst jetzt gemeldet habe, sagte die Frau, sie habe nicht daran gedacht. Sie sagte ferner auf Befragen, sie habe nicht gewusst, dass Martin und Hickel des Mordes angeklagt seien. Ja, sie wusste selbst nicht, dass Martin vom Oberkriegsgericht zum Tode verurteilt war. Von einer Gumbinnerin ist das einfach nicht glaubhaft. Ich erinnere ferner daran, dass der Herr Verteidiger Burkhardt selbst den Antrag stellte, die Frau nicht zu vereidigen und dass, als der Gerichtshof sich zur Beratung zurückziehen wollte, der eigene Ehemann der Zeugin vor den Gerichtshof trat und sagte, vereidigen Sie meine Frau nicht, denn sie scheint doch nicht in allen Dingen die Wahrheit zu sagen. Wenn der Gerichtshof trotzdem die Frau vereidigt hat, dann ist es geschehen, weil er der Ansicht war, dass die Frau, wenn auch nicht am Mordstage, die bekundeten Wahrnehmungen vielleicht doch gemacht hat. Also, mit diesem Verdacht gegen Zivilpersonen, die den Mord begangen haben könnten, ist es nichts. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass der Mord von Militärpersonen ausgeführt worden ist. Dass Angehörige des hiesigen Fusilierregiments oder des Feldartillerieregiments den Mord begangen haben können, dafür fehlt jeder Beweggrund. Aber auch dafür, dass Leute aus einer anderen Schwadron den Mord begangen haben können, fehlt jeder Anhalt- und Beweggrund. Der Verdacht fällt auf die Unteroffiziere der vierten Schwadron. Andere hatten keinen Beweggrund, den Rittmeister aus dem Wege zu räumen. Nun ist aber von allen Unteroffizieren der Nachweis erbracht worden, wo sie zur Zeit des Mordes waren, sodass diese von der Täterschaft ausgeschlossen sind. Der Kreis wird also immer enger und bleibt mit großer Bestimmtheit auf den Angeklagten Marten und Hickel haften. Ich will mich zuerst mit der Person des Marten beschäftigen. Fest steht, dass Marten mit Hickel um 4.28 Uhr aus der elterlichen Wohnung gekommen ist. Der tödliche Schuss ist gegen 4.38 Uhr gefallen. Marten ist vorher auf seine Stube gegangen und hat sich unbegründeterweise vom Reiten gedrückt. Er sagte, er wollte Drückeberger abfangen. Er ist auf dem Korridor von Bartholight und Weber gesehen worden, zwölf Schritt von der Stelle, wo der Karabiner stand, mit dem der tödliche Schuss erfolgte. Marten sagte, er sei von seiner Stube deshalb in die elterliche Wohnung zurückgegangen, um sich sein Telegrafenbuch zu holen, damit er nachsehen könnte, ob inzwischen Änderungen vorgekommen sein. Diese Erzählung ist unglaubhaft, denn er hat in der Zeit das Telegrafenbuch nicht nachgesehen und war auch gar nicht so eifrig, um Glauben machen zu können, er wollte nachsehen, ob inzwischen Änderungen vorgekommen seien. Ich erinnere ferner daran, dass Oberst von Winterfeld vom Kasernement der 4. Schwadron bis zur Bandentür Fußspuren im Schnee beobachtet hat. Ich erinnere an das missliche Verhältnis, das schon in Stalupönen zwischen dem Vater des Angeklagten, dem alten Wachtmeister Marten und dem Rittmeister bestand. Ich erinnere weiter an die Vorgänge in der Reitbahn vom 19. und 21. Januar, wobei Marten, der überhaupt bei der geringsten Kleinigkeit in Wut geriet, sogar mit den Augen rollte. Es ist behauptet worden, Marten rolle mit den Augen, weil er an Nervenzuckungen leide. Allein, wenn Herr Oberst von Winterfeld das Augenrollen derartig vorkam, dass er Marten verhaften lassen wollte, dann muss man annehmen, dieses Augenrollen war nicht die Folge von Nervenzuckungen. Es ist ja zunächst mit einem gewissen Recht der Verdacht auf Skopek gelenkt worden. Allein ich habe bereits hervorgehoben, dass Skopek aus der Schwadron ausgeschieden war, nur noch in der Schmiede arbeitete und nicht den mindesten Beweggrund hatte, den Rittmeister zu erschießen. Es wäre auch geradezu Wahnsinn gewesen, dass Skopek, wenn er den Rittmeister hätte erschießen wollen, zunächst in den Krümperstall gegangen wäre. Nachdem der Mord geschehen war, traf Marten auf dem Korridor den Dragoner Stumbris. Letzterer fragte ihn, ob er schon wisse, dass der Rittmeister erschossen sei. Marten fasste ihn am Arm und sagte, wie Stumbris mit voller Bestimmtheit bekundet, mit lächelnder Miene, Mensch, du bist wohl verrückt. Als Marten bald darauf in der Reitbahn den früheren Vize-Wachtmeister Schulz traf und dieser ihn fragte, ob er schon wisse, dass der Rittmeister erschossen sei, war Marten sehr aufgeregt und sagte, ist es denn wahr? Als Marten darauf in den Stall kam und wiederum gefragt wurde, ob er denn wisse, was geschehen sei, versetzte er, was ist denn eigentlich los? Als er nun bei seiner ersten Vernehmung von Herrn Kriegsgerichtsrat Lüdicke gefragt wurde, weshalb er denn so tat, ob er von nichts wüsste, antwortete er, ich wollte mich nicht als erster verdächtig machen. Ich erinnere weiter daran, dass Marten, der sonst niemals betrunken war, an jenem Nachmittage verschiedenen Zeugen angeheitert vorkam. Weiter ist die Flucht des Marten in Erwägung zu ziehen. Ich bin der Meinung, Marten ist nicht freiwillig zurückgekehrt. Er konnte in Uniform unmöglich über die Grenze kommen. Zivilkleider bekam er aber nicht. Ich behaupte, Marten kam nach Gumbinen zurück, um von seinen Eltern Zivilkleider zu erhalten und vielleicht in anderer Weise zu flüchten. Ich behaupte also, Marten hat, nachdem die Dragoner Bartolait und Weber vorüber waren, den Karabiner genommen, hat ihn unter seinen Mantel gesteckt, ist an die Bandentür gegangen und hat den Rittmeister erschossen. Es ist aber nicht möglich, dass er die Tat allein ausgeführt hat. Er musste notwendigerweise jemanden zur Deckung haben, denn er musste sich sagen, es kann jeden Augenblick jemand kommen, sodass er, sobald er schoss, ergriffen werden konnte. Ich behaupte, dieser zweite Mann, der die Deckung gab, war Hickel. Dafür spricht einmal der Umstand, dass Hickel der Schwager Martens und der Schwiegersohn des alten Wachtmeisters Marten war. Ich gebe zu, dass Marten und Hickel sich vielleicht nicht besonders gut gestanden haben, aber alle Umstände sprechen doch dafür, dass die Feindschaft keine große war. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass, als beide von der Regimentskammer kamen, sie gemeinschaftlich in die älterliche Wohnung Kaffee trinken gingen. Dass zwei Leute an dem Morde beteiligt waren, dafür spricht die Wahrnehmung des Zeugens Kopeck, dass er zwei Leute mit steifen Mützen an der Bandentür stehen sah. Dass Hickel dieser zweite Mann war, dafür spricht der Umstand, dass der Dragoner Baranowski einen Unteroffizier mit schwarzem Schnurrbart gesehen hat. Es gab aber in der ganzen Schwadron nur drei Unteroffiziere mit schwarzen Schnurrbärten. Zwei waren zur Zeit des Mordes im Dienst, sie könnten daher unmöglich die Tat begangen haben. Hickel konnte aber über die Zeit seines Aufenthaltes keinen glaubwürdigen Nachweis führen. Er sagte, er sei in den Stall gegangen, um das Anzünden der Lampen zu besorgen. Abgesehen davon, dass Hickel sich seit seiner Verheiratung nicht mehr um das Anzünden der Lampen gekümmert hatte, so hat seine Behauptung, er habe, als er in den Stall kam, laut Mazzik gerufen und sich darauf zehn Minuten mit Dominik unterhalten, keine Bestätigung gefunden. Es ist doch nicht anzunehmen, dass Hickel den Mazzik mit leiser Stimme rief, damit dieser Petroleum auf die Lampen gieße. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Hickel sich mit Dominik in leisem Tone unterhalten hat. Ich erinnere daran, dass Dominik anfänglich gesagt hat, Hickel sei ein bis drei Minuten im Stall gewesen. Erst später, als er einsah, worum es sich handele, sagte er, Hickel sei zehn bis zwanzig Minuten im Stall gewesen. Ich bin der Meinung, Hickel hat sich nach erfolgtem Schuss in den Stall geflüchtet und ist dort ein bis drei Minuten gewesen. Hickel konnte ebenso wenig wie Martin seinen Verbleib zur Zeit der Tat nachweisen. Es ist wohl klar, weshalb Martin am 21. Januar gesagt hat, der Hund muss heute noch Farbe bekennen. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass, als die Schwadron auf dem Korridor und später in der Reitbahn angetreten war und mit lauter Stimme aufgefordert wurde, die Dienstfreien und die im Dienst Gewesenen sollen sich gesondert aufstellen, Martin sich zu denen stellte, die im Dienst waren. Und als Oberleutnant von Hoffmann bei Martin Haussuchung hielt und zu ihm sagte, Martin, Sie kommen ja gar nicht in Betracht, Sie waren ja im Dienst, da sagte Martin, jawohl, Herr Oberleutnant. Oberleutnant von Hoffmann nahm daher an, dass Martin im Dienst war. Es besteht für mich kein Zweifel, dass Martin und Hickel gemeinschaftlich den Rittmeister erschossen haben. Meine Herren, wir sind noch unter der alten Bestimmung aufgewachsen, wonach ein Angeklagter nicht verurteilt werden konnte, wenn ihm nicht durch zwei klassische Zeugen die Tat bewiesen wurde. Nach der neuen Bestimmung kann der Richter aufgrund der freien Beweiswürdigung urteilen. Wenn Sie also aufgrund der Beweisaufnahmen zu der Überzeugung gelangt sind, die Angeklagten haben die Tat begangen, dann sind Sie verpflichtet, die Angeklagten zu verurteilen. Ich komme nun auf die rechtliche Seite der Frage und muss wiederholen, was ich in der vorigen Verhandlung vor dem Oberkriegsgericht gesagt habe. Angesichts des Gesetzes in dubio pro reo muss man die niedere Straftat wählen. Ich bin das vorige Mal von der Presse vollständig missverstanden worden. Es ist mir vorgeworfen worden, dass ich über die Schuld der Angeklagten meine Zweifel hatte. Da ich aber eine Sühne des Verbrechens auf alle Fälle herbeiführen wollte, hätte ich den Antrag wegen Totschlages gestellt. Ich erkläre, dass ich weder damals noch jetzt den geringsten Zweifel an der Schuld der Angeklagten habe. Ich habe trotz eifrigsten Nachdenkens meine Ansicht nicht um ein Atom geändert und bin auch heute noch der Überzeugung, dass hier nicht Mord, sondern Totschlag vorliegt. Ich bin der Überzeugung, Martin hat den Entschluss gefasst, den Rittmeister zu töten, als er den Stummbriefs traf. In diesem Augenblicke geriet er wieder in Wut, da ihn der Rittmeister am Sonnabend in der Reitbahn arg beleidigt hatte. Der Vertreter der Anklage berief sich auf List, Berner und andere Rechtslehrer, die auch der Ansicht seien, dass, wenn jemand plötzlich in der Wut den Entschluss fasst, einen Menschen zu töten, sich eine Waffe holt und die Tötung begeht, nur Totschlag vorliegt. Dieselbe Ansicht ist auch in einem Artikel der ärztlichen Rundschau zum Ausdruck gebracht worden. Auch der Totschläger kann sich seine Tat kurze Zeit überlegen. Und, meine Herren, solange sie nur den geringsten Zweifel haben, dass Martin nicht mit voller Überlegung gehandelt hat, dann ist es ihre Pflicht, nicht auf Mord, sondern auf Totschlag zu erkennen. Ich bin nicht der Meinung, dass Hickel und Martin den Mord vor langer Zeit verabredet haben. Hickel hat sich meiner Meinung nach dadurch, dass er Wachestand bzw. Martin deckte, der Beihilfe schuldig gemacht. Das Gesetz gestattet bei Totschlag mildernde Umstände. Allein angesichts der Ungeheuerlichkeit der Tat kann von mildernden Umständen keine Rede sein. Auch die Trunkenheit des Maten kann nicht mildernd in Betracht kommen. Die Angeklagten sind außerdem wegen Meuterei zu bestrafen. In idealer Konkurrenz mit § 212 des Bürgerlichen Strafgesetzbuches steht § 97 des Militärstrafgesetzbuches, der Zuchthausstrafe bis zu 15 Jahren androht, wenn ein Soldat einen Vorgesetzten vorsätzlich mit der Waffe verletzt, sodass der Tod eintritt. Schon im Interesse der Disziplin ist eine schwere Strafe geboten. Ich beantrage gegen Martin, der bereits mit einem Jahr Gefängnis wegen Fahnenflucht bestraft ist, eine Zusatzstrafe von 12 Jahren 6 Monaten Zuchthaus, außerdem Ausstoßung aus dem Heere, Degradation, Versetzung in die zweite Soldatenklasse und drei Jahre Ehrverlust. Der Umstand, dass Martin bereits zur Degradation verurteilt worden ist, kann hier nicht in Betracht kommen. Das Gesetz schreibt eben bei diesem Verbrechen die Degradation vor. Ich beantrage den Angeklagten Hickel zu verurteilen wegen Beihilfe zum Totschlag zu fünf Jahren Zuchthaus, Ausstoßung aus dem Heere, Degradation, Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes und drei Jahren Ehrverlust. Verteidiger Rechtsanwalt Burkhardt, Instaburg, führte aus. Meine Herren, ich stimme dem Herrn Vertreter der Anklage bei, dass dieser Prozess weit über die Grenzen Deutschlands das größte Aufsehen erregt hat. Viel wichtiger als dieses Interesse ist aber das Interesse, das der hohe Gerichtshof der Sache zuwendet. Ich erinnere daran, welche furchtbare Aufregung die Ermordung des Rittmeisters überall, ganz besonders aber in der vierten Schwadron hervorgerufen hat. Die Schwadron musste sofort mehrere Tage lang antreten und es wurde gesagt, die Tat ist ein Schandfleck für die vierte Schwadron. Jeder Einzelne hat die Pflicht, nach Kräften dazu beizutragen, dass der Täter so bald als möglich ermittelt wird. Es ist daher kein Wunder, wenn allerlei Vermutungen auftauchten und alle möglichen Gespräche geführt wurden. Jeder wollte etwas wissen, etwas gesehen oder gehört haben. Da trat Skopek mit seiner Wahrnehmung hervor, die von Baranowski in gewissem Sinne unterstützt wurde. Die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen ist bereits mehrfach Gegenstand der Kritik gewesen. Das Kriegsgericht der zweiten Division hat diesen Mann einstimmig für unglaubwürdig erachtet und ihn deshalb nicht verteidigt. Aber auch in der diesmaligen Verhandlung muss es jedem klar geworden sein, dass auf das Zeugnis dieses Menschen nicht ein Urteil über Leben und Tod herbeigeführt werden kann. Die diesmalige Verhandlung hat aber auch ergeben, dass die angeblichen Wahrnehmungen des Baranowski sehr zweifelhafter Natur sind. Wir haben von Herrn Rittmeister Evers gehört, dass Baranowski ihm etwas anderes gesagt hat als Herrn Gerichtsrat Lüdicke, sodass Herr Rittmeister Evers bei der Vernehmung eingreifen musste. Ich erinnere ferner daran, dass Baranowski, der mit vollster Bestimmtheit behauptete, er habe einen Mann mit schwarzem Schnurrbart gesehen, den dunkelbraunen Schnurrbart, den sich Hickel in der vergangenen Woche bei der Lokalbesichtigung angesteckt hatte, für einen schwarzen gehalten hat. Es ist sehr bedauerlich, dass über die ersten Vernehmungen kein Protokoll geführt wurde. Deshalb ist es nicht festzustellen, was von allen Zeugen damals gesagt worden ist. Ein Mangel in der Gesetzgebung ist es auch, dass der Kriegsgerichtsrat, der die erste Untersuchung vorzunehmen hat, die Anklage erhebt und sie in erster Instanz vertritt. Ich will nicht den leisesten Vorwurf gegen jemand erheben. Ich bin aber der Meinung, auch ein Kriegsgerichtsrat ist nur ein Mensch und auch ein solcher ist schwer von seiner einmal gefassten Meinung abzubringen. Vom Richter, der den Angeklagten zu vernehmen hat, verlangt das Gesetz alle möglichen Kautelen. Er muss zwei Examiner gemacht haben und auch in praktischer Hinsicht Befähigung zum Richteramt haben. Er darf niemanden ohne Beisein des Protokollführers vernehmen. Anders ist es bei einem Polizeibeamten. Dieser vernimmt die Leute nach eigenem Ermessen. Für ihn gibt es keine Vorschriften. Er hat nicht notwendig, einen Protokollführer herbeizuziehen oder überhaupt ein Protokoll aufzunehmen. Daher erklären sich die Widersprüche der Zeugen, die von Kriminalkommissar von Beckmann vernommen wurden. Der Herr Vertreter der Anklage hat sich seine Aufgabe etwas leicht gemacht. Er zog den Kreis wie in Goethes Faust um die beiden Angeklagten und sagte, Zivilpersonen können es nicht gewesen sein, folglich bleibt der Verdacht auf der vierten Schwadron sitzen und von dieser können nur Marten und Hickel in Betracht kommen. Allein, es ist doch nicht außer Acht zu lassen, dass der Rittmeister unter der Zivilbevölkerung viele Feinde hatte. Ich erinnere nur an die Vorgänge in Stahlupönen. Als Wachtmeister Marten und Wachtmeister Philipp den Rittmeister fragten, ob sie in der vierten Schwadron suchen sollten, sagte der Rittmeister, In der vierten Schwadron brauchen sie nicht zu suchen. Meine Leute sind mir sämtlich treu ergeben. Ich vermute, dass es Zivilpersonen waren. Und, meine Herren, wenn der Herr Rittmeister noch lebte, wäre es als dann ausgeschlossen, dass er hier eintrete und sagte, Nein, meine Herren, Angehörige meiner Schwadron sind die Täter nicht gewesen. Nun sagte Herr Vertreter der Anklage, Zivilpersonen können es nicht gewesen sein, denn Skopek hat zwei Leute mit steifen Militärmützen an der Bandentür stehen sehen. Es ist aber doch auch nicht unmöglich, dass sich Zivilpersonen steife Militärmützen aufgesetzt haben. Dass ein so junger Mensch wie Marten sich zu einem solch furchtbaren Verbrechen entschlossen haben kann, weil mehrere Jahre vorher der Rittmeister mit seinem Vater Differenzen gehabt hat, ist doch nicht anzunehmen. Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass Rittmeister von Grosig den Marten sehr frühzeitig zum Unteroffizier befördert, ihn nach Berlin auf die Telegrafenschule geschickt und, obwohl er der jüngste Unteroffizier war, ihm eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung übergeben hat. Das spricht doch wahrlich dafür, dass der Rittmeister Marten sehr zugetan war und dass er mit ihm auch dienstlich sehr zufrieden war. Er hat dies auch mehrfach dem alten Wachtmeister Marten gegenüber zum Ausdruck gebracht. Rittmeister von Grosig, der mit Leib und Seele Soldat war, machte jedenfalls keinen Unterschied zwischen dem Soldaten und dem Menschen Marten, zumal er mit Marten außer Dienst nichts zu tun hatte. Aber auch Marten hat mehrfach bewiesen, dass er sich dem Rittmeister zu Danke verpflichtet fühlte. Ich erinnere an seine Äußerung in Berlin, als er aufgefordert wurde, bei den Gardeulanen zu kapitulieren. Der Vorgang in der Reitbahn vom 19. Januar ist, wie wir gehört haben, keineswegs ein außergewöhnlicher. An dem Vorgang vom 21. hatte der Rittmeister keine Schuld. Wir haben gehört, dass Oberst von Winterfeld Marten den Befehl gab, vom Pferde zu steigen und einem anderen Unteroffizier befahl, das Pferd vorzureiten. Dass Marten die Äußerung, der Hund muss heute noch Farbe bekennen, nur auf sein Pferd bezogen hat, ist doch hinreichend erwiesen. Aber auch die Begegnung Martens mit Bartholite und Weber auf dem Korridor kann ihn nicht in Verdacht bringen. Einmal wäre es Marten ein leichtes gewesen, sich zu verbergen, sodass er nicht gesehen werden konnte. Andererseits ist noch gar nicht bewiesen, dass, als Marten dort getroffen wurde, der betreffende Karabiner noch auf dem Korridor gestanden hat. Wann der Karabiner von seinem Standort verschwunden ist, konnte nicht festgestellt werden. Im Übrigen hätte Marten auch mit Leichtigkeit einen Karabiner auf viel bequemere Art erlangen können. Es standen ja Karabiner in der Kaserne in Hülle und Fülle. Nun wird gesagt, Marten habe sich verdächtig gemacht, weil er, obwohl er von dem Morde bereits Kenntnis hatte, mehrmals fragte, ob es denn wirklich wahr wäre. Und weil er zu Stummbrieß mit lächelnder Miene sagte, als dieser ihm die Nachricht brachte, Mensch, du bist wohl verrückt. Stummbrieß, der einen sehr glaubhaften Eindruck macht, hat aber bekundet, dass das Lächeln des Marten nur der Ausdruck des Unglaubens dieser ungeheuerlichen Nachricht war. Wenn Marten zu dem Vize-Wachtmeister Schulz, als dieser ihm die Nachricht erzählte, gesagt hat, ist es denn wahr, so hat er damit doch nicht ausgedrückt, dass er es noch nicht wusste, sondern nur, dass er noch immer nicht daran glauben wollte. Ein ähnliches Verhalten hat Marten Bunkus gegenüber beobachtet. Man macht Marten Vorwürfe, dass er, als er von der Ermordung des Rittmeisters gehört hat, nicht sofort in die Reitbahn gelaufen ist. Der Zeuge Bouillon hat nun bekundet, dass er zunächst in die Kantine und dann erst in die Reitbahn gelaufen ist. Auch Stummbrieß rief zunächst einen Befehl aus und lief dann erst in die Reitbahn. Ich habe die Überzeugung, das Material, das gegen Marten und Hickel hier zusammengetragen worden ist, hätte in noch viel größerem Maße gegen Bunkus und Schidat zusammengetragen werden können. Ich erinnere Sie, meine Herren Richter, an die verschiedenen Prozesse, in denen der Angeklagte verurteilt wurde, während er sich später herausstellte, dass die Richter sich geirrt hatten und ein anderer der Schuldige war. Ich bin der Meinung, wo so viele Zweifel vorhanden sind wie hier, wo so viele Spuren nach einer anderen Richtung führen, können Sie unmöglich einen bisher unbestraften, anständigen Menschen aufgrund dieses Beweismaterials zum Tode verurteilen. Wenn Sie den Angeklagten frei sprechen, dann sprechen Sie noch keineswegs aus, dass verschiedene Zeugen hier meineide geschworen haben. Es kann alles, was die Zeugen hier gesagt haben, richtig sein, und dennoch kann der Täter ein anderer sein. Solange Sie den geringsten Zweifel in dieser Beziehung haben, dürfen Sie die Angeklagten nicht verurteilen. Ich bitte Sie dringend, meine Herren Richter, sprechen Sie die Angeklagten frei. Verhandlungsführer Marten, haben Sie noch etwas auszuführen? Sie haben das letzte Wort. Marten trat vor und sprach mit lauter und fester, aber weinender Stimme. Ich bedauere, dass der Herr Vertreter der Anklage beantragt hat, mich und meinen Schwager zu verurteilen, obwohl ich gänzlich unschuldig bin. Ich bekenne vor Gott und der ganzen deutschen Nation, dass mein Gewissen rein ist. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich vollständig unschuldig bin. Ich wiederhole diesen Schwur, so wahr ein Gott im Himmel lebt. Von dem Herrn Untersuchungsrichter ist mir gesagt worden, ich solle ein offenes Geständnis ablegen, damit ich wenigstens der Gnade seiner Majestät des Kaisers empfohlen werden könnte. Hoher Gerichtshof, wie kann ich denn ein Geständnis ablegen, wenn ich nichts verbrochen habe? Gott ist mein Zeuge, dass ich den Herrn Rittmeister nicht erschossen habe. Ich würde mich schämen, die Gnade meines Kaisers Wilhelm anzurufen, wenn mein Gewissen nicht rein wäre. Ich bin ebenso wie mein Vater mit Leib und Seele Soldat. Ich habe mich stets anständig geführt und bin niemals auf die Gedanken gekommen, meinen Namen durch eine schlechte Handlung zu beflecken. Ich habe die Überzeugung, der Hohe Gerichtshof wird einen Unschuldigen nicht verurteilen. Verteidiger Rechtsanwalt Horn für Hickel Meine Herren Richter, ich kann sehr kurz sein, da ich aufgrund des hier vorgebrachten Beweismaterials eine Verurteilung für unmöglich halte. Die Zeitangaben, aufgrund deren gegen Hickel das Beweismaterial zusammengetragen worden ist, sind von sämtlichen Zeugen nur schätzungsweise angegeben worden. Wie leicht durch solche Zeitangaben Irrtümer entstehen können, ist allgemein bekannt. Im Übrigen haben Bunkus und Schidat mit vollster Bestimmtheit behauptet, dass Hickel zehn Minuten, ehe gefreiter Bandila die Nachricht von dem Morde in den Stall brachte, bei ihnen war. Damit ist wohl unwiderleglich der Beweis dafür erbracht, dass Hickel nicht an der Bandentür gestanden haben kann. Mein Herr Mitverteidiger hat bereits auf die unsichere Aussage des Baranowski hingewiesen. Ich betone nochmals, dass die Behauptung Baranowskis, der Mann an der Bandentür habe einen schwarzen Schnurrbart gehabt, durch das Experiment mit Hickel vollständig widerlegt ist. Es darf nun auch nicht mehr außer Acht gelassen werden, dass schon am Sonnabend vor dem Morde die Bandentür mehrfach von Unbefugten geöffnet worden war und dass es dem Rittmeister, der darüber sehr aufgeregt war, nicht gelang, die Leute festzustellen. Für Hickel lag doch aber auch nicht der geringste Beweggrund zu einer solch furchtbaren Tat vor. Da der Beweis gegen Marten auf keinerlei Weise geführt ist, so kann doch der Umstand, dass Hickel der Schwager Martens ist, nicht als Beweggrund gelten. Der Umstand, dass Hickel ein paar Mal vom Rittmeister getadelt worden ist, weil er ihn beim Reiten nicht angesehen habe, kann doch auch nicht als Beweggrund angeführt werden. Es ist absolut nicht anzunehmen, dass Hickel, der seit einigen Monaten in glücklichster Ehe lebte, dessen Frau sich im hochschwangeren Zustande befand, ein Mann, der zehn Jahre gedient und bereits Anspruch auf den Zivilversorgungsschein besaß, sich seinem Schwager zuliebe zu einer so furchtbaren Tat entschlossen haben soll. Angesichts des Umstandes, dass es durchaus nicht zu verkennen ist, dass Spuren von den Tätern nach einer ganz anderen Seite hinlaufen, erwarte ich mit voller Zuversicht, dass der hohe Gerichtshof den Hickel freisprechen wird. Verhandlungsführer Hickel, Sie haben das letzte Wort. Hickel, ich kann nur noch einmal versichern, dass ich vollständig unschuldig bin und mit Sicherheit meine Freisprechung erwarte. Verteidiger Rechtsanwalt Burkhardt bemerkte, es sei nicht angängig, Hickel freizusprechen und Marten zu verurteilen. Wenn der Gerichtshof Hickel für schuldlos halte, dann müsse auch Marten freigesprochen werden, denn es sei als dann nicht der leiseste Beweis erbracht, wer Marten Hilfe geleistet haben soll. Der Gerichtshof beriet nur etwa eineinviertel Stunden. Der Verhandlungsführer, Oberkriegsgerichtsrat Scheer, verkündete folgendes Urteil. Der Gerichtshof hat die Berufung, die von dem Gerichtsherrn gegen das freisprechende Urteil des Kriegsgerichts der 2. Division eingelegt worden ist, verworfen. Danach sind beide Angeklagte freigesprochen. Das Gericht ist der Ansicht, dass gegen die Angeklagten ein starker Verdacht vorliegt. Ganz besonders ist der Gerichtshof der Ansicht, dass das Beweismaterial gegen Marten ein erhebliches ist. So ist ganz besonders die Art, wie Marten von Bartoleit und Weber auf dem Korridor in der Nähe des Karabiners, aus dem der tödliche Schuss fiel, angetroffen wurde, sowie der Umstand, dass er seinen Verbleib zur Zeit des Mordes nicht nachweisen konnte, als belastend anzusehen. Hickel hat sich dadurch verdächtig gemacht, dass er kurze Zeit vor dem Morde mit Marten zusammen gewesen ist und dass ihn die Dragona, die sehr ausführlich vernommen worden sind, nicht im Stalle gesehen haben. Andererseits ist aber doch nachgewiesen, dass Hickel im Stalle war, nur über die Dauer seines Aufenthalts besteht Zweifel. Sind aber die Angaben der Zeugen Bunkus und Schidat wahr, dann kann Hickel nicht der Mann gewesen sein, der von Baranowski an der Bandentür gesehen wurde. Der Gerichtshof hat aber auch in Erwägung gezogen, dass der Groll, den die Familie Martens gegen den Rittmeister von Krosig haben konnte, bis in das Jahr 1898 zurückdatiert und dass, wenn deshalb Marten und Hickel etwas gegen den Rittmeister hätten unternehmen wollen, sie das viel früher getan haben würden. Es ist andern Teils erwogen worden, dass der Rittmeister mit Marten dienstlich sehr zufrieden war, dass er ihn zeitig zum Unteroffizier beförderte, ihn nach Berlin auf die Telegraphenschule schickte und ihm, obwohl er der jüngste Unteroffizier war, eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung gab, mit der der Rittmeister so zufrieden war, dass er ihm den längsten Urlaub bewilligte. Auch Hickel war bei dem Rittmeister als tüchtiger Quartiermeister beliebt. Der Gerichtshof hat daher die Verdachtsgründe, die gegen die Angeklagten vorliegen, nicht für hinreichend erachtet, um zu einer Verurteilung zu kommen. Es ist deshalb wie geschehen erkannt worden. Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 22 Das spiritistische Medium Anna Rote Teil 1 Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die Naturwissenschaften ungeheure Fortschritte gemacht haben. Wenn man das Volksleben aber näher betrachtet, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass wir noch immer stark im Mittelalter stecken. Der Aberglaube ist noch in einem Maße in weiten Volkskreisen verbreitet, wie man es nicht für möglich halten sollte. In der deutschen Reichshauptstadt, in der Metropole der Intelligenz, herrscht selbst in gebildeten Kreisen ein Aberglaube, der lebhaft an das Mittelalter erinnert. In fast allen größeren Gerichtsverhandlungen spielen kluge Frauen, die aus dem Eiweiß, dem Kaffeegrund, aus Spielkarten, Bilderkarten, Spiritusflammen und aus den Handlinien die Zukunft enthüllen, eine Rolle. Es gibt in Berlin eine Anzahl Kartenlegerinnen, die eine so große Kundschaft selbst aus den besten Gesellschaftskreisen haben, dass wenn man überhaupt empfangen werden will, man sich am Tage vorher telefonisch oder schriftlich anmelden muss. In den elegantesten Äquipagen und Automobilen kommen die feinsten Damen, zum Teil auch Herren, bei diesen Sibillen vorbeigefahren, um sich gegen Bezahlung die Zukunft enthüllen zu lassen. Und nicht minder ist der Spiritismus verbreitet. Vor etwa 20 Jahren machte sich im Dorfe Resau bei Werder, Kreis Potsdam, ein 17-jähriger Bauernbursche den Scherz in der Abenddämmerung mit Kartoffeln, Bratpfannen, Tellern, Gläsern und so weiter zu werfen. Da der junge Mann diesen Scherz allabendlich wiederholte und die Wurfgeschosse in einer Weise geflogen kamen, dass eine Erklärung der Ursache nicht zu erkennen war, bemächtigte sich der Dorfbewohner ein furchtbarer Schrecken. Es stand bei ihnen fest, dass es Spukgeister waren, die allabendliche Wesen trieben. Am dritten Abend wurde die allgemeine Angst so groß, dass man beschloss, den Herrn Pfarrer zu ersuchen, sich in das Spukhaus zu bemühen. Der Pfarrer erschien mit einem Gebetbuch. Der erwähnte Bauernbursche, Karl Wolter war sein Name, ließ sich aber durch die Anwesenheit des Pfarrers nicht beirren. Er gefiel sich anscheinend in der Rolle, die Dorfbewohner und noch mehr die Dorfbewohnerinnen durch seine Fertigkeit im Bratpfannen und Kartoffelwerfen in Angst zu versetzen. Als der Pfarrer im Spukhause erschien, da schliefen anscheinend die Spukgeister noch. Sehr bald begannen sie aber zu arbeiten. Teller, Gläser, Kartoffeln kamen geflogen. Es blieb rätselhaft, woher alle diese Gegenstände kamen. Da plötzlich sauste eine Bratpfanne durch die Lüfte und traf den Herrn Pfarrer in ziemlich heftiger Weise in den Rücken. Der Pfarrer wurde selbst ein wenig ängstlich. Liebe Gemeinde, sagte der geistliche, solchen Mächten gegenüber bleibt uns nichts weiter übrig, als zu beten. Da der Herr Pfarrer gegen den Spuk nichts auszurichten vermochte, so wandten sich die geängstigten Dorfbewohner an die Polizei, denn es hatte ganz den Anschein, als sei der Teufel in leibhaftiger Gestalt im Dorfe erschienen und treibe in den Abendstunden die schlimmsten Allotrier. Da faßte die Gendarmerie im Spukhause Postow. Dieser realen Macht gelang es sehr bald, festzustellen, daß der fingerfertige Bauernjunge Karl Wolter die Wurfgeschosse entsende. Die Gendarmen nahmen den jungen Mann fest und der Spuk hatte ein Ende. Karl Wolter hatte sich im Jahre 1889 vor dem Schöffengericht in Werder wegen groben Unfugs zu verantworten. Er wurde von dem jetzigen Berliner Justizrat Dr. Biber, der damals noch Referendar war, verteidigt und wegen groben Unfugs und vorsätzlicher Sachbeschädigung zu einigen Wochen Gefängnis verurteilt. Im März 1889 kam die Angelegenheit infolge eingelegter Berufung vor der Potsdamer Strafkammer zur nochmaligen Verhandlung. Als die Großmama des schalkhaften Bauernburschen in deren Haus der Spuk vor sich gegangen war, in Potsdam vor den Zeugentisch trat, begann eine auf diesem liegende Bratpfanne, jedenfalls infolge einer Rüttelung des Tisches, sich zu bewegen. »Etschbeugt! entschbeugt!« rief die alte Frau unter allgemeiner Heiterkeit im Gerichtssaal. Der Vorsitzende hatte alle Mühe, die alte Frau zu beruhigen. Die Strafkammer verwarf die Berufung und auch das Kammergericht die deshalb eingelegte Revision. Nach Beendigung dieser Prozedur wurde Karl Wolter von dem königlichen Hofzauberkünstler Rösner engagiert. Rösner trat mit dem schalkhaften Bauernburschen im Berliner Wintergarten auf. Das Engagement Wolters bei Rösner war aber nur von kurzer Dauer. Wie man hörte, eignete sich Karl Wolter doch nicht zum Künstler. Einige Jahre später wurde vom Schöffengericht des Amtgerichts Berlin I Frau Veleska Töpfer, eines der berühmtesten Medien, wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die fünfte Strafberufungskammer des Landgerichts Berlin I setzte die Strafe auf sechs Monate herab. Justizrat Vronka, der die Frau Verteidigte bemerkte, wenn ich bei einem Taschenspieler drei Mark und Dreh zahle und dieser, obwohl er laut öffentlicher Ankündigung es versprochen, nichts Übernatürliches vorführt, so kann ich mich doch unmöglich im Sinne des Paragrafen 263 des Strafgesetzbuches betrogen fühlen. Im Jahre 1895 hatte sich eine Anzahl sehr angesehener Bürger von Düsseldorf, unter diesen mehrere hohe Offiziere AD, zu spiritistischen Sitzungen zusammengefunden. Es wurde proklamiert, dass sie unter Ehrenwort sitzen, das heißt, sämtliche Anwesende hatten sich auf Ehrenwort verpflichtet, keinerlei Humbug zu treiben und nichts zu unternehmen, was als ein Vorgreifen der zu zitierenden Geister bezeichnet werden könnte. In dieser Gesellschaft war auch ein junger Referendar, der jetzige Schriftsteller Dr. Hans-Heinz Evers eingeführt. Dieser praktizierte eines Abends seinem Nachbar die Blüte eines 1000-Mark-Scheins in die linke Rocktasche. Dies Manöver wurde entdeckt und der junge Referendar mit Beleidigungen überhäuft. Dr. Evers forderte die Herren zum Zweikampf. Die Forderungen wurden sämtlich mit dem Bemerken abgelehnt, Dr. Evers sei nicht satisfaktionsfähig, da er sein Ehrenwort gebrochen habe. Das Militärehrengericht entschied jedoch, dass der Zweikampf stattfinden müsse. Die Mitglieder des Militärischen Ehrengerichts wurden aus Anlass ihrer Entscheidung beleidigt. Es kam infolgedessen Ende Oktober 1896 vor der Strafkammer in Düsseldorf zu einem ausgedehnten Strafprozess wegen Beleidigung und Herausforderung zum Zweikampf. Im Jahre 1901 wurde die Schöneberger und Berliner Polizei benachrichtigt, Bei einer Frau Anna Roth in Schöneberg werden spiritistische Sitzungen abgehalten, bei denen ein Eintrittsgeld von zwei und drei Mark erhoben werde. Es würden in den Sitzungen Geister erscheinen, Tische Rücken, Blumen Abhorte und andere Dere derartige Dinge in Szene gesetzt. Der Schöneberger Kriminalkommissar Leonhardt und der Berliner Kriminalkommissar von Kracht verschafften sich mit der Polizeiagentin Fräulein Binzwanger Zutritt zu den Sitzungen. Eines Abends im Dezember 1901 gelang es den Kriminalkommissaren das Medium zu entlarven und zur Haft zu bringen. Frau Roth hatte sich im März 1903 vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Berlin II wegen Betruges zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte geheimer Justizrat Landgerichts Direktor Garz. Die öffentliche Anklage vertrat Staatsanwalt Friedheim. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. Schwind und Rechtsanwalt Dr. Willi Thiele. Die Verhandlung, die eine volle Woche die ganze Kulturwelt in Spannung hielt, lieferte den Beweis, dass die Zahl der gläubigen Spiritisten eine sehr große ist und dass selbst Männer der Wissenschaft, die hohe Staatsstellungen bekleiden, zu ihnen gehören. Interessant war es zu beobachten, mit welcher Überlegenheit die als Zeugen erschienenen Spiritisten auf die Ungläubigen, das heißt auf diejenigen Erdenbürger, die an die spiritistischen Wunderdinge nicht glauben, herabschauten. Die Anklage war wegen 61 vollendeter und neun versuchter Betrugsfälle erhoben. Die angeklagte Frau Anna Rote, geborene Johl, war 1850 in Altenburg geboren, ihr Gatte war Kesselschmied. Sie war von ziemlich großer, schlanker Figur. Ihre großen Augen hatten ein unheimliches Feuer, ihre schmalen Lippen waren zusammengekniffen, ihre Finger bewegten sich in nervöser Unruhe auf der Einfriedung des Anklageraumes. Im Übrigen bot diese Frau ein Bild der Armseligkeit. Außer den unheimlich stechenden, außergewöhnlich großen Augen war nichts Interessantes an ihr zu beobachten. Sie bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, vor etwa zwölf Jahren sei der Bräutigam ihrer Tochter gestorben. Nachdem dieser schon lange beerdigt war, habe sie ihn in der gewohnten Weise in ihrer Wohnung auf dem Sofa sitzen sehen. Sie konnte sich auch mit ihm unterhalten. Schon als Mädchen von zehn Jahren sah sie Personen, die andere nicht sehen konnten. Als sie das Aussehen dieser Person schilderte, wurde ihr gesagt, auf welche bereits verstorbenen Personen die Schilderung passte. Sie sei infolgedessen von den Spiritisten als vorzügliches Medium erkannt worden. Sie habe auf Aufforderung spiritistische Sitzungen abgehalten, diese aber niemals geschäftsmäßig betrieben. Seit etwa vier Jahren war ihr Impressario ein ehemaliger Volksschullehrer namens Jentsch. Mit diesem sei sie auf ausdrückliche Einladung in Paris, Zürich, Brüssel und vielen Orten Deutschlands gewesen und habe überall spiritistische Sitzungen abgehalten. Jentsch habe die große Korrespondenz erledigt und die Sitzungen vorbereitet. Sie habe viele Jahre in Chemnitz gewohnt. Vor einigen Jahren sei sie von Chemnitz nach Schöneberg bei Berlin übergesiedelt. Vorsitzender Wie kamen sie darauf ihre Sitzung mit Gebet zu eröffnen? Angeklagte Das ganze Leben ist ja für mich ein Gebet. Vorsitzender Woher hatten sie die Gebete? Waren es freie Eingebungen oder hatten sie sie auswendig gelernt? Angeklagte Wenn ich bete, bete ich so, wie es mir einkommt. Meistens habe ich etwas aus dem Gesangbuch vorgelesen. Vorsitzender Wann hörte in den Sitzungen ihr Bewusstsein auf? Angeklagte Sobald mir die Leute scharf ins Auge sahen, verfiel ich in den sogenannten Trance Zustand. Vorsitzender Wie erklären sie sich das? Angeklagte Das kann ich mir gar nicht erklären. Vorsitzender Sie kamen schließlich wieder zum Bewusstsein. Was geschah dann? Angeklagte Ich habe als dann gesprochen und bin darauf bald wieder in den Zustand der Bewusstlosigkeit verfallen. Vorsitzender Bisweilen fanden im Anschluss an die Sitzungen noch gemeinschaftliche Essen statt? Angeklagte Ja bisweilen ich habe mir das aber schließlich verbeten. Vorsitzender Sie sollen auch während des Essens bisweilen das Bewusstsein verloren haben? Angeklagte Das ist richtig. Vorsitzender Im Trance sollen Sie Gespräche geführt haben. Durch Ihren Mund sollen die Geister Verstorbener gesprochen haben? Angeklagte Das ist mir gesagt worden. Ich weiß es nicht. Vorsitzender Sie sollen Paul Flemming und Zwingli haben sprechen lassen. Ganz besonders aber ein Kind namens Friedchen? Angeklagte Das wurde mir mitgeteilt. Vorsitzender Hatten Sie gar kein Bewusstsein dass Sie mit Friedchen in Verbindung gestanden haben? Angeklagte Nein? Vorsitzender Früher haben Sie angegeben Sie hätten sich mit den Geistern Ihrer verstorbenen Kinder unterhalten? Angeklagte Jawohl Die Angeklagte beginnt zu weinen Vorsitzender Die erste Sitzung hat am 19. Oktober 1900 in Ihrer Wohnung in Schöneberg statt gefunden Es sollen nur wenige Personen zugegen gewesen sein die etwa insgesamt 130 Mark geopfert haben? Angeklagte Ich habe mich darum nicht gekümmert Vorsitzender Die Sitzungen wurden schließlich sehr zahlreich reich besucht Es soll dabei ein erheblicher Betrag eingekommen sein Angeklagte Ich habe mich nicht darum gekümmert Als erster Zeuge wurde Kriminalkommissar Leonhard vernommen Am 19. November 1901 habe er zum ersten Male im dienstlichen Auftrage den Sitzungen der Angeklagten beigewohnt Durch Vermittlung eines Bekannten habe er eine Einlasskarte für drei Mark erhalten Nach Betreten eines Vorraums der etwas auffälliges nicht bot sei er in ein Nebenzimmer geführt worden das fast vollständig ausgeräumt war nur ein mit einer Decke behangener ziemlich großer Tisch sei in der Stube gewesen um den Tisch standen Stühle die bei seinem Eintritt fast sämtlich besetzt waren Frau Rote saß an einem Ende des Tisches in der Nähe des Fensters als weitere Gäste nicht erwartet wurden begann die Sitzung die von Jentsch mit einer geistlichen Ansprache eröffnet wurde als dann wurde das Zimmer etwas dunkler Während tiefe Stille herrschte verfiel Frau Rote in einen traumartigen Zustand sie hielt dabei aber die Augen offen nach einer Weile kam anscheinend von der Decke Blumen herab geflogen er habe Frau Rote scharf beobachtet und wahrgenommen dass sie mit der linken Hand eine verdächtige Bewegung nach ihren Beinen machte einmal hatte sie auch eine Zitrone oder Apfelsine in der linken Vorsitzender erklärte nicht Jentsch welche Intelligenzen aus Frau Rote sprechen Zeuge Jentsch sagte der Geist Paul Flemings Zwinglis und ganz besonders der Geist des Kindes Friedchen spreche aus Frau Rote Das Friedchen sprach mit einer deutlichen Kinderstimme aber ebenso wie die Angeklagte selbst mit einem ausgeprägten sächsischen Dialekt Vorsitzender sechselten denn alle Geister die aus der Angeklagten Sprachen Zeuge Jawohl Auf Befragen der Verteidiger bemerkte der Zeuge er hatte die Überzeugung daß die Angeklagte auch im Trance Zustande bei vollem Bewusstsein war Er beobachtete daß die Angeklagte mit halb geöffneten Augen während ihres angeblichen Trance Zustandes die Anwesenden genau musterte Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele Ist es dem Zeugen bekannt daß auch hypnotisierte Personen obwohl sie wirklich hypnotisiert sind die Augen oftmals geöffnet halten Zeuge Ich war fest davon überzeugt daß die Angeklagte genau die Zuschauer beobachtete Auf weiteres Befragen bekundete der Zeuge Zu der Sitzung in der wir die Entlarvung vornehmen wollten hatten wir alle Mühe Einlass zu erhalten es gelang aber schließlich doch Die Sitzung fand im Zimmer des Jentsch statt Ich suchte in der Nähe der Rote zu kommen und setzte mich deshalb auf das Sofa Ich hatte mich mit dem Kriminalkommissar von Kracht verabredet Frau Rote zu entlarven sobald sie Blumen produzieren sollte Wir warteten deshalb den ersten Apport ab Es waren Blumen die Frau Rote einem uns gegenüber sitzenden Berichterstatter überreichte In diesem Augenblick sprang von Kracht auf rief Halt und hielt der Angeklagten beide Hände fest Ich eilte hinzu Frau Rote schien zunächst in Ohnmacht zu fallen sie leistete aber schließlich ganz erheblichen Widerstand Die Zuschauer nahmen zunächst vor Frau Rote Partei sie mußten erst darauf hingewiesen werden daß wir im Namen des Gesetzes handelten Als die Männer aus dem Zimmer geschickt wurden und die Angeklagte von Fräulein Binzwanger untersucht werden sollte sträubte sie sich mit Händen und Füßen schließ sich da sie wohl ein daß der Widerstand nutzlos sei und nun wurden in ihrem Unterrock den sie tütenartig um den Leib hatte 157 Blumen ferner Apfelsinen und Zitronen vorgeführt Jentsch suchte uns vorzureden daß die Blumen nicht bei der Rote gewesen sondern wahrscheinlich infolge des ungerechten Angriffs materialisiert worden seien ich habe den Unterrock den ich in Paris gekauft habe so angezogen wie jeden anderen erst ließ es sich aber eine Tasche im Unterrock als dann sollte er einen doppelten Boden gehabt haben man braucht doch nur den Rock anzusehen um zu begreifen daß es nicht möglich ist so viele Blumen zu beherbergen der nächste Zeuge Kriminalkommissar von Kracht bestätigte die Bekundung des Vorzeugen und bemerkte bei der ersten Sitzung der ich beiwohnte hörte ich Klopftöne durch welche angeblich die Geister ihrer Ernährung ankündigen als dann fiel die Rote anscheinend in Trance sie gab zunächst eine allgemeine religiöse Darstellung sprach von der Nächsten Liebe und sagte die Menschen müßten sich von menschlichen Dingen abwenden und ihren Sinne auf überirdische Dinge richten um mich ich erzählte dass ich als Primana eines Sonntags zum Gottesdienst im Dom war da war mir der Gedanke gekommen welchen Eindruck es wohl machen würde wenn jemand plötzlich eine Granate in die andächtige Menge werfen würde unmittelbar darauf fiel ein Schuss ein junger Mann hatte auf den Geistlichen der die Liturgie leitete geschossen Jentsch versetzte das ist eine Willensübertragung als dann hob sich ein paar mal der Tisch und Frau Rote verfiel in Trance sie sagte plötzlich sie sehe einen grünen Wald und darin einen alten Herrn mit graumeliertem Vollbart ich versetzte mein verstorbener Vater hat einen graumelierten Vollbart getragen Frau Rote sagte weiter sie sehe etwas Blankes auf der Brust des Herrn es scheinen drei Orden zu sein ich sagte mein Vater hat drei Ordens frische Bruchstelle hatte Frau Rote ging um den Tisch herum und sagte zu mir indem sie mir den Zweig überreichte ich danke dir dass du dich in dieser feierlichen Stunde liebend mir genähert hast bald darauf holte sie Blumen anscheinend aus der Luft und sagte sie sehe die Figur eines Mannes der sie segne Kriminalkommissar von Kracht bekundete im weiteren ich kam schließlich zu der Überzeugung dass es höchste Zeit sei dem Humbug ein Ende zu machen umso mehr da mir bekannt war dass Frau Rote schon einmal im Jahre 1884 entlarvt worden ist ich hatte als Landwirt Naumann auch zur letzten Sitzung Zutritt erhalten als die Rote plötzlich ein Büschel blühender Blumen zutage förderte und sie als Gruß seines verstorbenen Freundes dem anwesenden Berichterstatter Flies überreichte folgte die Katastrophe hielt der Frau Rote beide Hände fest damit nicht etwa eine günstige Gelegenheit benutzt werden konnte um sämtliche Blumen auf einmal aus der vierten Dimension heraus zu zaubern die Rote fiel zunächst zu Boden leistete aber als dann mit erstaunlicher Kraft Widerstand das Publikum insbesondere die anwesenden Damen waren außer sich ich erhielt verschiedene Stöße und Püffe man fand bei der Rote im Unterrock außer den hundert sieben fünfzig Blumen auch zwei außergewöhnlich große Apfelsinen Jenschen rief mir mit dem Zeichen des Entsetzens zu sie werden das Medium totschlagen es befindet sich ein Trance als alles nichts half erinnerte sich die Rote ihres in einer benachbarten Destillation sitzenden Ehemannes sie rief wiederholt Vater Vater als ich auf dem ganz gemeinen Schwindel handelt versetzte er ich bin sprachlos ich fragte wird denn ihre Frau auch im Gefängnis Blumen apportieren warum nicht erwiderte Herr Rote sie hat aber keine Blumen apportiert wohl nicht einmal ihren Verteidigern am folgenden Tage sagte Herr Rote meine Frau hat sicher keine Blumen gehabt es ist ihr ergangen wie einem geängstigten Tier die Blumen sind ihr in der Todesangst herausgekommen als Frau Rote auf dem Polizeipräsidium vernommen wurde tat sie so als ob sie in Trance Zustand verfallen würde neben mir stand ein Schutzmann dessen Frau zehn Monate vorher verstorben war der Schutzmann trug einen Trauerflor um den Arm Frau Rote muss wohl den Trauring gesehen haben denn sie sagte plötzlich sie sehe eine weibliche Person als die Sitzung begann in der Frau Rote entlarvt wurde fiel es mir auf dass Frau Rote einen auffallend dicken Leib hatte und sich recht vorsichtig niedersetzte ich sagte mir heute muss sie eine gehörige Portion Blumen bei sich haben Fräulein Binnenswanger die im Auftrage der Kriminalkommissare die Angeklagte untersuchte bekundete als die Angeklagte festgehalten wurde rief sie aus faßt mich nicht an laßt mich los ich bin im Trance es kann mein Tod sein die Angeklagte habe sich wie eine wahnsinnige gewehrt es aber wohl ein zwanzig minuten während der kampf mit ihr statt gefunden bevor sie überwältigt war und ihres oberkleides entledigt werden konnte die Angeklagte habe die Blumen durch den schlitz ihres kleides hervorgeholt frau oemichen bekundete als zeugin die Angeklagte habe sie mit dem geist ihres verstorbenen ehemannes in verbindung gebracht er habe ihr einen kleinen tannenzweig überreicht sie sei überzeugt dass der zweig von ihrem gatten war denn frau rote habe unmöglich wissen können dass sie ihren ehemann um einen tannenzweig gebeten hat ihr ehemann habe ihr das auch bestätigt als sie mit seinem Geist in Verbindung trat er Ende von Abschnitt 22 Aufgenommen von Crowings Dotcom Abschnitt 23 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 23 Das spiritistische Medium Anna Roth Abschnitt 23 Es erschienen darauf drei Blumenhändlerinnen, die auf dem Winterfeldplatz ihren Verkaufsstand hatten, als Zeuginnen. Die Angeklagte habe auch im Winter täglich Blumen und Tannenzweige gekauft. Sie war eine sehr gute Kundin. Sie habe einmal auf eine an sie gestellte Frage gesagt, sie gebrauche die Blumen zur Grabes-Ausschmückung. Eine Frau Urban bekundete als Zeugin, sie sei Spiritistin und bisweilen hellsehend. Frau Roth habe Blumen mit sehr zarten Stielen aus der Luft gegriffen, ferner Zweige mit sehr dünnen Stielen, Apfelsinen und so weiter. Er, der Zeuginsohn, der schon seit seinem vierten Lebensjahre hellsehend sei, habe immer vorher angekündigt, wenn sich etwas entwickelte. Frau Roth griff als dann einfach in die Luft und hatte eine Blume in der Hand. Sie, Zeugin, sei auch bisweilen hellsehend, sie könne aber keine Blumen aus der Luft greifen. Vorsitzender, welche Farben hatten denn die Blumen? Zeugin, es waren weiße Rosen mit langen, zarten Stielen, die unbedingt zerbrechen mussten, wenn man sie verbergen wollte. Frau Roth gab mir einmal eine Blume in die Hand und während ich diese meiner Nachbarin zeigte, wuchsen plötzlich noch zwei blaue Blümchen heraus. Das ist Gelächter im Zuhörerraum. Zeugin, zum Publikum, sie brauchen darüber gar nicht zu lachen, es ist ganz gewiss wahr. Sachverständiger, Oberarzt Dr. Henneberg, sind Sie überzeugt, dass bei Frau Roth ein echter Trance-Zustand herrschte? Zeugin, ganz gewiss, Frau Roth könnte ohne Trance solch wunderbare Reden gar nicht halten, so großartig kann kein Pastor reden. Gerichtsarzt Prof. Dr. Puppe bekundete als Sachverständiger, die Angeklagte sei eine hysterische Person, es sei ihm Sachverständiger, überraschend schnell gelungen, die Angeklagte zu hypnotisieren, er sei aber im Zweifel gewesen, ob es eine echte Hypnose war. Bei einer mit der Angeklagten abgehaltenen Sitzung habe sie auch Predigten gehalten, die sehr komisch wirkten. Sie sprach gewissermaßen vom hohen Kulturen herab, aber im sächsischen Dialekt und mit allen möglichen Sprachfehlern. Es sei ihm vollständig klar gewesen, dass es ein Opus der Frau Roth und nicht eines höheren Geistes war. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Thiele bemerkte der Sachverständige, die Angeklagte sei nicht geisteskrank und sei höchstwahrscheinlich auch im Trance-Zustande ihres Handelns bewußt gewesen. Jedenfalls seien doch die Vorbereitungen zu den Sitzungen nicht im Trance-Zustande geschehen. Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde mitgeteilt, dass an den Sitzungen in der Wohnung der Frau Roth teilgenommen haben, Fürstin Karatschka, eine Gräfin Moltke, Generalleutnant Z. D. von Zastrow und Hofprediger A. D. Stöker. Eine Anzahl Zeugen bekundeten, dass sie sofort die Überzeugung gewonnen, es handele sich um Humbug, so dass sie um das Eintrittsgeld betrogen wurden. Eine sehr große Zahl Zeugen bekundeten dagegen, sie seien der Überzeugung, dass Frau Roth keinen Schwindel getrieben habe. Ein Zeuge namens Groll, der vorgab, Medizin studiert zu haben, bekundete, auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Schwind, Die Blumen kamen von einer irdischen Existenz, aber woher kamen sie? Da kommt die Theorie von der Dematerialisation und Rematerialisation in Frage. Ich weiß bestimmt, dass Frau Roth die Hände auf dem Tisch liegen hatte, und als sie sie öffnete, fiel ihr ein Strauß von Blumen mit Wurzeln aus den Händen. Dieses Experiment der Frau Roth fand in einem Restaurant nach einer Sitzung statt. Das Lokal war beleuchtet, und Frau Roth konnte absolut keine Vorbereitungen getroffen haben. Hofkapellmeister Tiedemann, Coburg, war Zeuge dieses Ereignisses. Eine Frau Marie Müller bekundete, »Nachdem der Trance-Zustand bei Frau Roth eingetreten war, habe sie mithilfe ihres Schutzgeistes des kleinen Friedchen, das sie auch bisweilen mit dem Kosenamen Medibumsel belegte, die Äußerungen der Geister wiedergegeben. In der Regel seien es in salbungsvollem Tone gesprochene religiöse Äußerungen gewesen. Beim Apport seien allerlei Nippsachen, Fingerhüte, Berloquets und andere Dinge hervorgetreten. Frau Roth habe gesagt, das sind Muster, die aus dem Jenseits kommen. »Vorsitzender, haben Sie denn das geglaubt?« »Zeugin, jawohl.« »Vorsitzender, Sie sind also der Meinung, dass im Jenseits auch Muster gemacht werden?« »Zeugin, ich habe mich später überzeugt, dass man diese Sachen auch in Berlin für 50 Pfennig kaufen kann.« Ein anderer Zeuge sagte aus, die Rote habe ihm seine Großmutter erscheinen lassen. Er habe die Großmutter deutlich an der Statur erkannt. Eine Zeugin aus Breslau bekundete, in einer Sitzung seien 15 Geister in den verschiedensten Größen erschienen. Sie seien sämtlich weiß gekleidet gewesen und haben geleuchtet. Auch verbreiteten sie einen Phosphorgeruch. Die Gestalten seien aus einem Nebengemach gekommen, in welches weder die Rote noch Jentsch jemals gekommen waren. Man hörte auch im Nebenzimmer sprechen. Eine Gestalt hatte ein Kind auf dem Arme. Sie setzte sich nieder. In einer anderen Sitzung schwebte ein Geist über dem Haupte ihrer Schwester. Der Geist war imstande, genaue Angaben über das Leben der Schwester zu machen. Dann sei in der Luft ein Myrtenzweig erschienen und habe sich ganz leise auf das Haupt der Schwester niedergesenkt. Nach dem Verschwinden der Geister habe sich ein Phosphorgeruch bemerkbar gemacht. Diesen Sitzungen haben hauptsächlich pensionierte Offiziere sowie Damen und Herren der Gesellschaft beigewohnt. Rechtsanwalt und Notar Maja Lützen Er habe die Rote in Zwickau, wo sie wegen grobem Unfug verurteilt wurde, verteidigt. Er halte die Produktionen der Rote für vollkommen echt. Er könne nicht begreifen, wie die materialistische Wissenschaft das Walten überirdischer Kräfte ableugnen könne. Von großem Interesse war die Vernehmung des Präsidenten des Kassationsgerichts in Zürich, Georg Sulzer. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, er sei zum Präsidenten des Kassationsgerichts gewählt und verwalte dies Amt seit sieben Jahren. 1899 sei die Rote nach einem Vorort von Konstanz gekommen. Er habe der dort abgehaltenen Sitzung als Gast beigewohnt. Frau Rote sei von einem Damenkomiker untersucht worden. Schon bei der Ankunft der Rote und des Jentsch sei deren Gepäck aufs Genaueste untersucht worden. Er habe bei der Sitzung einen sehr günstigen Platz gehabt. Frau Rote habe plötzlich eine Geisterstimme zu ihm sprechen lassen. Er habe deutlich erkannt, dass eine Verwandte von ihm etwas sagte, was ihn in Erstaunen setzen musste, denn es traf wirklich zu. Es sei nämlich wahr, dass er sich längere Zeit vom christlichen Glauben abgewandt hatte und als dann wieder zum Glauben zurückgekehrt war. Das konnte Frau Rote unmöglich wissen. Der Geist, der aus ihr sprach, gab aber seiner Freude darüber Ausdruck. Als dann sagte der Geist, du hast vor einiger Zeit für deinen Vater gebetet, das hat ihm wohl getan. Er hatte tatsächlich für seinen Vater gebetet. Hierauf habe sich ein Geist durch Klopfen angemeldet. Die Klopftöne kamen mitten aus dem Tisch. Die Rote sagte, sie sehe ein Geist hinter mir stehen, so fuhr Präsident Sulzer fort. Durch Befragen wurde festgestellt, dass es der Geist meiner verstorbenen Frau war. Frau Rote sagte, der Geist halte die rechte Hand auf seiner linken Schulter. Der Zeuge schilderte als dann die Apporte, die sehr zahlreich waren. Jeder Anwesende habe Blumen bekommen. Das Zimmer war ganz hell erleuchtet. Man konnte deutlich sehen, dass die Rote die Blumen aus der Luft holte. Außer den Blumen kamen auch noch Bijouterie-Waren. Etwa zwei Jahre später kamen die Rote und Jens nach Zürich. Sie hielten auf meine Einladung mehrere Sitzungen in meiner Wohnung ab, denen auch Professor A. Selin beiwohnte. Frau Rote sagte zwei anwesenden Damen, die sie absolut nicht kannte, dass sie ihre Kinder verloren hätten. Ja, sie kannte sogar die Namen der Kinder. Mein Sohn hatte eine vollständig frische Seerose, die bekanntlich sehr schnell verwelken, erhalten, die Frau Rote aus der Luft gegriffen hatte. Eine Dame erhielt ein vollkommen taufrisches Blatt von Farnkraut. Auch mehrere ganz frische Rosen wurden apportiert und zwei Exemplare einer besonderen Art, deren Stil ganz und gar mit kleinen Dornen besetzt ist. Ich habe diese Rosen ganz genau betrachtet und festgestellt, dass auch nicht ein einziger Dorn verletzt war. Wenn die Rote diese Blumen in ihren Kleidern verborgen gehabt hätte, dann wäre das unmöglich gewesen. Als ich später hörte, Frau Rote habe die Blumen vorher in einem Blumenladen gekauft, da sagte ich mir, ich stehe vor einem Rätsel. Ich kann nur annehmen, dass Frau Rote die Blumen in einem Doppelbewusstsein gekauft, sie zunächst dematerialisiert und als dann rematerialisiert habe. In einer zweiten Sitzung hat meine verstorbene Frau durch den Mund der Frau Rote zu meinem Sohn gesprochen. Meine Frau hieß Anna. Sie sagte, Anna hieß ich, Anna hieß sie. Sie ist nicht für dich bestimmt. Schlag sie dir aus dem Kopf. Mein Sohn wurde bleich und gestand mir, er habe ein Verhältnis, dass er sich aber nunmehr aus dem Kopf schlagen werde. Die Rote und Jentsch wurden von dritten Personen wegen des Blumenkaufs zur Rede gestellt. Es wurde ihnen zur Antwort, die Geister können nur den Astralleib der Rote benutzen. Sie könnten, da es sich nicht um Blumen handele, die auf der Wiese wachsen, diese doch nicht stehlen. Sie müssten also gekauft und dematerialisiert werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwindt Stammten die apportierten Seerosen nicht aus dem Züricher See? Zeuge? Nein, aber es ist festgestellt, dass sie aus einer Züricher Blumenhandlung stammten. Dr. der Medizin Langsdorf, Freiburg-Baden Die Angeklagte hat einmal in meiner Privatwohnung den Gegenwart meiner erwachsenen Kinder eine Sitzung abgehalten. Als Frau Rote sich im Trance-Zustand befand, hat sie genau das Aussehen meiner vor mehreren Jahren verstorbenen Tante beschrieben und genau all die kennzeichnenden Bewegungen nachgeahmt, die der verstorbenen eigen waren. Alle Anwesenden waren aufs Höchst überrascht. Meine Frau ließ durch das Medium an den Geist die Frage richten, »Tante, kannst du mich nicht von meinem Rheumatismus befreien?« »Jawohl«, antwortete der Geist durch den Mund des Mediums. Meine Frau hatte die Empfindung, als streiche er eine Hand mehrere Male von oben bis unten über den Arm. Der Schmerz war sofort beseitigt. Meine Frau sagte, »Tante, hast du nicht ein kleines Andenken für mich?« Der Geist erwiderte, »Ja, das sollst du haben.« »In der blauen Hinterstube steht ein alter Nachttisch. In der rechten hinteren Ecke der obersten Schublade liegt eine alte goldene Kette, die sollst du haben. Die Kette, von deren Existent niemand, eine Ahnung hatte, ist an der bezeichneten Stelle tatsächlich gefunden worden. Ich habe an der Existenz unsterblicher Seelen nicht mehr zweifeln können.« Der betagte Arzt sieht sich im Saale um und sagt, »Nun frag ich jeden Menschen in diesem Saale. Wenn einem so etwas passiert, soll man dann noch nicht daran glauben? Ich habe das erhebende Gefühl in mir. Du bist unsterblich.« »Frau Blömel«, »Sie sei eine überzeugte Spiritistin. Sie habe Schwester Rote und Bruder Jentsch veranlaßt, bei ihr eine Sitzung abzuhalten. Sie habe die Rote in Tränen angetroffen. Frau Rote habe gejammert. »Du lieber Gott, nimm mich doch bloß bald aus dieser Welt. Die Welt will ja nichts mehr von der Wahrheit wissen.« Die bei ihr abgehaltene Sitzung schilderte die Zeugin in den glänzendsten Farben. Frau Gleiße, die auf Befragen des Vorsitzenden bemerkt, »Sie sei hellsehend, sehe manches, was andere nicht sehen können«, bekundete auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Schwind, »Frau Exzellenz von Moltke aus Potsdam habe fast jeder Sitzung bei Frau Rote beigewohnt. Sie wurde von der Angeklagten geduzt, Schwester Anna genannt, und sowohl beim Empfang als auch beim Abschied, wie alle Damen von Frau Rote geküsst.« »Verteidiger«, »kann die Zeugin noch Personen aus der Aristokratie nennen, die den Sitzungen beiwohnten?« »Zeugin, eine Prinzess Karschka, mit der die Gräfin Moltke in lebhaftem brieflichem Verkehr stammt, General von Zastroff, Baronin von Grünhof, ein Pastor, dessen Namen mich nicht weiß, einmal auch Hofprediger Stöker, Gräfin Wachtmeister und die Mutter der Gräfin Moltke.« Redakteur Gerling bekundete, »Die Rote pflegte, wenn sie Blumen aus der Luft griff, die Aufmerksamkeit zunächst dadurch abzulenken, dass sie die Hand demonstrativ in die Luft hob. Wenn dann alles gespannt nach dieser Gegend sah, warf sie, wie ich genau gesehen habe, mit der anderen Hand die Blumen mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit in die Luft und fing sie mit ausgestreckter Hand wieder auf. Ich habe ihr von meinen Beobachtungen nichts gesagt, denn ich hatte gar nicht die Absicht, sie zu entlarven, sondern wollte mich nur selbst über den Zusammenhang der Dinge aufklären. Eine solche Entlarvung ist ja überhaupt sehr schwer und sehr undankbar, insbesondere in Berliner spiritistischen Kreisen, diese glauben alles. Jeder, der ihnen sagt, dass sie einem Schwindel zum Opfer gefallen sind, wird von ihnen selbst als Schwindler gebranntmarkt, und zwar nicht in den sanftesten Ausdrücken. Bei einer Sitzung passierte der Rote das Malheur, das aus ihren Rücken eine Apfelsine fiel und unter das Sofa rollte. Ein Herr wollte sich danach bücken. Da sprang aber Jenschen zu und sagte, um Gottes Willen, lassen Sie das, das Medium darf nicht gestört werden. Einmal apportierte die Rote die Glieder einer Kette, die angeblich aus den ägyptischen Königskräbern stammte. Es war aber eine Kette, die man in einem Bazar in der Leipziger Straße für 50 Pfennig kaufen kann. Medien sind eitel. Die Rote wollte nicht nur ein Blumen, sondern auch ein Schreib-Medium sein. Sie ließ einen Geist auf ein Blatt schreiben, Lieber Bruder, kämpfe für uns. Das heißt also, ich sollte für Sie Reklame machen. Die Schrift zeigte deutlich, dass sie von der Rote unter dem Tisch geschrieben war. Ich halte die Rote nicht für ein echtes Medium. Ich bin der Ansicht, Jenschen hat sie hypnotisiert und sie hat in der Hypnose gesprochen. Jenschen war der eigentliche Macher. Er ging in den Zungen wie ein Raubvogel umher. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele. Kann denn jemand in einen solchen hypnotischen Zustand versetzt werden, der nicht das geringste Mediumistische an sich hat? Zeuge. 60 bis 80 Prozent aller Menschen kann man hypnotisieren. Man kann den Menschen durch die Hypnose Befehle erteilen, die erst nach Stunden ausgeführt werden. Dr. Spazia bezeichnete die Rote nicht als einwandfreies Medium. Er müsse aber sagen, es sei erstaunlich gewesen, dass ein zwei Zentner schwerer Tisch mit vier Auszugplatten sich dreimal hoch in die Höhe hob und zwar ganz geräuschlos wie eine Feder. Er habe als dann versucht, den Tisch in die Höhe zu heben, sei ihm aber nicht möglich gewesen. Fabrikant Otto Reinicke bekannte sich als überzeugter Spiritist. Sein 15-jähriger Neffe habe sich als ganz vorzügliches Medium erwiesen. Mit Hilfe dieses Mediums seien unglaubliche Dinge geschehen. Er habe gesehen, wie ein Tisch durch die ganze Stube passierte, als dann umgeworfen wurde, sodass die Beine nach oben kamen. Ein anderes Mal sei durch irgendeine Intelligenz plötzlich das Gas angezündet worden. Ein anderes Mal seien seinem Neffen die Arme auf den Rücken gebunden worden. Ein Geist hatte als dann befohlen, ein Taschentuch auf die Erde zu legen. Dies sei dann durch die Luft geflogen. Einmal haben die Geister seinen Neffen mit einer 60 Meter langen Wäscheleine umwickelt. Der junge Mann wurde gebunden wie ein Rollschinken, sodass er stöhnte. In demselben Augenblick stand er wieder vor den Geistern. Er habe sich hierauf die Rote aus Chemnitz kommen lassen. Er wollte sich klar darüber werden, ob es etwas Übernatürliches gebe. Es habe oftmals bei ihm geklopft, die Tür sei von unsichtbarer Hand geöffnet worden und wieder zugegangen. Ein Briefträger, der hellsehend sei, habe ihm gesagt, er sehe jedes Mal, sobald sich die Tür öffne, einen Matrosen hereinkommen. Er habe einen Bruder, der seit 1885 verschollen sei. Er habe dem Briefträger die Fotografie des Bruders gezeigt. Der Briefträger habe gesagt, so sieht der Matrose aus, den ich zur Tür hereinkommen sehe. Die Rote habe er vom Bahnhof abgeholt und aufs Genaueste überwacht. Die Aporte gelangen vortrefflich. Magnetiseur Rosen Als ich das erste Mal zu Frau Rote kam, sagte sie, kommt nicht noch der andere Herr herein? Auf meine Antwort, dass niemand bei mir sei, versetzte Frau Rote. Ich sehe doch aber einen großen, breitschultrigen, blonden Mann mit grausem Haar. Diese Beschreibung passte auf einen meiner verstorbenen Bekannten. Im Verlauf der Sitzung wurden mir Mitteilungen über diesen Herrn gemacht. Frau Steinmann Sie habe eine hellsehende Nichte und ein mediales Dienstmädchen. Die Nichte habe, nachdem sie ein halbes Jahr hellsehend gewesen, Trance-Reden gehalten. Nachdem das Mädchen zu ihrer verstorbenen Mutter gebetet hatte, sie davon zu befreien, hörte das Hellsehen auf. Man hörte nun sehr häufig Klopftöne und es schnurrte sehr laut, so wie eine Katze schnurrt. Das Mädchen sagte, es sei ein Geist. Sie solle 20 Vaterunser beten, dann werde das Schnurren aufhören. Wenn das Mädchen in der Nähe war, dann hörte man auch häufig ein Krachen an der Bettstelle. Sie habe das Vaterunser gebetet, dann hörte das Schnurren auf. Das Mädchen habe ihrem Bruder vorausgesagt, dass ihm die linke Hand abgenommen werden würde. Einer Verwandten habe sie eine wirklich eingetretene Krankheit vorausgesagt. Verteidiger, Rechtsanwalt, Dr. Thiele Wie alt ist jetzt Ihre Adoptivtochter? Zeugin 21 Jahre Verteidiger Dann möchte ich beantragen, das Mädchen zu laden. Staatsanwalt Was will der Verteidiger mit der Zeugin beweisen? Verteidiger Ich will beweisen, dass es wirklich Leute gibt, die hellsehend sind. Wenn dies hier zeugeneitlich bekundet wird, dann liegt die Möglichkeit vor, dass auch Frau Rote die Gabe der Hellseherei besitzt. Ein Zeuge Weltsche bekundete auf Befragen. Er sei hellsehend, er habe bei den Sitzungen der Rote den Geist Zwinglis und auch den Geist des Friedchen gesehen. Magnetiseur Geist Jentsch sei bei der Auswahl der Teilnehmer an den Sitzungen sehr vorsichtig gewesen. Er wollte sogar einen Rechtsanwalt nicht zulassen. Jentsch und die Rote haben sich einmal gerühmt, dass dem Strafprediger Stöker ganze Pakete Blumen aus der Tasche gezogen worden seien. Die Rote müsse ein sehr scharfsinniges psychologisches Gefühl besitzen, denn sie wusste Personen, die wirklich misstrauisch waren, zu entfernen. Es sei ihm, Zeugen, ferner aufgefallen, dass die Angeklagte während der Sitzungen stets möglichst kopulente Leute neben sich hatte. Obertelegrafenassistent Kuhhaupt Als die Angeklagte einmal in Trance-Zustand verfallen sei, habe sie bei einem ihr gegenüber sitzenden Herrn gesagt, »Ich sehe hinter Ihnen eine Frau, die einen eigentümlichen Kopfschmuck trägt, ähnlich wie eine Krankenschwester.« Der Herr habe voller Staunen erwidert, »Das ist meine verstorbene Mutter. Diese trug einen derartigen Kopfschmuck.« Der Zeuge erzählte alsdann, »Frau Rote hat einmal in meiner Wohnung eine Sitzung gegeben. Nachdem sie von meiner Frau und meiner Schwägerin untersucht worden, wurde sie in ein nur notdürftig erleuchtetes Zimmer geführt und in einen Sack gesteckt, der bis an den Hals reichte. Der Sack, der aus neuer Leinwand hergestellt und mit doppelten Nähten versehen war, wurde am Halse zugeschnürt. Alsdann wurde der Sack mit einer starken Schnur viele Male umwickelt und die Nähte hinten und an den Seiten versiegelt. Dann ließ man Frau Rote hinter dem Vorhang allein. Nach kurzer Zeit hörte man hinter dem Vorhang etwas zu Boden fallen. Genau nach sieben Minuten trat Frau Rote von jedem Anhängsel, völlig befreit, hervor. Der Sack wurde untersucht. Er lag am Boden. Siegel, Nähte und Schnur waren unverletzt. Später apportierte Frau Rote Blumen und Apfelsinen, die unmöglich zur Stelle geschafft sein konnten. In einer von Frau Rote in ihrer Wohnung abgehaltenen Sitzung saß die ganze Gesellschaft um einen schweren Tisch. Als Frau Rote in Trance-Zustand verfallen war, begann der Tisch sich zu heben. Außerdem vernahm man ein eigentümliches Klopfen. Frau Rote hatte nicht unmittelbar am Tisch gesessen. Auch ihre Hände waren mit dem Tisch nicht in Berührung gekommen. Frau Rote sagte, als der Tisch sich hob, zu einer ihr gegenüber sitzenden, sechzigjährigen Dame, »Es ist der Geist ihres Mannes, der sich vernehmen lässt.« Der Tisch machte darauf wiederholt eine Bewegung nach der alten Dame zu. Letztere sagte nach einer Weile, »Geh doch auch einmal zu meinem Sohn.« Sofort änderte der Tisch seine Richtung und wackelte zu dem bezeichneten jungen Herrn. Die ganze Gesellschaft legte alsdann die Hände auf den Tisch. Da erhob sich dieser vom Fußboden und schwebte frei in der Luft. Eine Frau Richter aus Leipzig bekundete. Frau Rote habe in ihrer, der Zeugin Leipziger Wohnung, eine Sitzung abgehalten. Sie habe Frau Rote, die nur ein kleines Handtäschchen bei sich trug, vom Bahnhof abgeholt. Frau Rote habe ganz unendlich viele taufrische Blumen apportiert. In einem Leipziger Café habe Frau Rote plötzlich zahlreiche Blumen in den Schoß fallen lassen. Sie mussten sich schleunigst aus dem Café entfernen, um nicht gar zu großes Aufsehen zu erregen. Ein anderes Mal habe Frau Rote unendlich viele prachtvolle Blumen über die Frauen gestreut. Es war eine ganz seltene Blumenpracht. Man zählte etwa 130 Blumen. Es war dies zu einer Jahreszeit, in der Frau Rote sehr viel Geld hätte ausgeben müssen, um solche Blumen zu kaufen. Die Zeugin bekundete im Weiteren, dass Frau Rote Wunderdinge im Hellsehen geleistet habe. Sie habe einmal von dem Tode einer Person Mitteilung gemacht, noch ehe die briefliche Anzeige von dem Tode eingetroffen war. Bankkassierersteding bekundete. Die Apporte der Rote waren tadellos. Ein Offizier hatte sich überzeugt, dass ein Buch, das Frau Rote in die Hand nahm, unbeschrieben war. Nach kurzer Zeit waren etwa 20 Seiten mit verschiedenen Handschriften beschrieben. Einmal kamen so viele Blumen von oben herab, dass ein anwesender Arzt geradezu sprachlos war. Abschnitt 24 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 24 Das spiritistische Medium Anna Rote Teil 3 Der pensionierte Gymnasialprofessor Dr. Sellen erzählte alle möglichen Wunderdinge, die Frau Rote verrichtet habe. Auch auf Fragen in englischer Sprache seien mithilfe der Klopftöne sehr genaue Antworten gegeben worden. Die Klopftöne, die er bei Frau Rote wahrgenommen, waren stets die elektrischen Klopftöne. Was die Apporte anlange, so habe er sich von deren Echtheit vollständig überzeugt. Für ihn seien solche Apporte überhaupt nur das untere und oft unreine Ende der Stufenleiter von Phänomenen, die zur lichtesten Höhe führen. An der physikalischen Mediumschaft der Frau Rote habe er nicht den geringsten Zweifel. Er habe einmal einen Apport in Gestalt eines Medaillons erhalten, das er aber nicht annehmen wollte. Er habe es auf den Tisch gelegt und Friedchen gebeten, es wieder mitzunehmen. Friedchen habe aber gesagt, lieber Onkel, lass das, ich kann es nicht wieder mitnehmen. Der Zeuge erzählte noch eine große Reihe von Vorkommnissen wunderbarster Art, die ihm die Überzeugung beigebracht haben, dass von Schwindel gar keine Rede sein könne. Frau Rote sei das kräftigste, interessanteste und reinste Medium, das ihm vorgekommen sei. Vorsitzender Wie stellen Sie sich zu der Tatsache, dass in der Entlarvungssitzung Blumen im Unterrock der Frau Rote gefunden wurden? Zeuge Wenn die Anklage auf Schwindel und Betrug erhoben werden soll, dann muss dieser doch ganz klar bewiesen werden. Vorsitzender Vor Ihnen liegen doch die der Angeklagten abgenommenen Sachen, die den Schwindel beweisen. Zeuge Da muss doch erst festgestellt werden. Wo sind sie im Unterrock gefunden worden? Wer ist der Zeuge dafür? Wer hat sie gesehen? Der Zeuge bemerkt dem Weiteren, er habe durch den Mund der Rote einmal mit seinem verstorbenen Freund, dem Rostocker Professor Baumgarten, mit dem er in Mecklenburg zehn Jahre lang für die Glaubensfreiheit gekämpft, ein Gespräch gehabt. Baumgarten habe zu ihm gesagt Mein lieber Freund, ich freue mich, dass ich einmal durch ein schwaches Weib zu dir sprechen kann. Ich will dir nur sagen, was ich in meinen Memoiren über dich geschrieben habe, ist Unrecht. Ich habe dir Unrecht getan, als ich mein Bedauern aussprach, dich unter den Spiritisten zu sehen. Ich sehe jetzt ein, dass du Recht gehabt hast. Sachverständiger Oberarzt Dr. Henneberg Ist bei ihrem Zusammensein mit Frau Rote jemals zu ungelegener Zeit auf der Straße, der Eisenbahn, der Straßenbahn oder dergleichen, jemals der Trance-Zustand eingetreten? Zeuge Nein Vorsitzender Herr Sachverständiger, schließt der Trance-Zustand die freie Willensbestimmung aus? Sachverständiger Es kommt ganz darauf an. Es gibt die verschiedensten Grade der Trance, ebenso wie bei der Hypnose und dem Schlaf. Bei der Rote schien in der Charité nur eine leichte Einschränkung des Bewusstseins bei dem Trance-Zustand vorzuliegen, sodass sie ganz genau sah, was um sie herum vorging. Andererseits ist sie zweifellos eine abnorm veranlagte hysterische Person, die leicht in Anti-Hypnose verfällt. Sie hat aber diesen Zustand vollständig in der Hand. Das geht schon daraus hervor, dass sie niemals Trance-Reden auf der Straße gehalten hat. Sie ist auch immer zur rechten Zeit wieder aus dem Trance-Zustand herausgekommen. Es handelt sich bei ihr nicht um tiefgreifende Anfälle von Bewusstseinstrübung, sondern nur um eine kleine Einschränkung des Bewusstseins. Ebenso wie es Leute gibt, die schlafen können, wann sie wollen. So kann sie auch nach Belieben in Trance verfallen. Es ist dabei zu erwähnen, dass sie durch die vielen Vorstellungen eine gewisse Übung hatte. Ein abnormer Geisteszustand ist es aber trotzdem. Wenn wirklich echter Trance-Zustand vorliege, würde die Anwendbarkeit des Paragraphen 51 des Strafgesetzbuchs gegeben sein. Vorsitzender, wie stellen Sie sich zu der Frage des Hellsehens? Sachverständiger, es handelt sich dabei um Gesichtshalluzinationen und wenn Klopftöne gehört werden, um solche akustische Natur. Wie sie beim Vorhandensein absonderlicher Stimmungen, namentlich aber bei solchen Zuständen der Gedankenkonzentration, in denen sich die Teilnehmer spiritistischer Sitzungen zu befinden pflegen, vorkommen. Zahlreiche abnorm veranlagte Personen haben Halluzinationen, ohne anstaltsbedürftig zu sein. Verteidiger, Rechtsanwalt, Dr. Schwind, wenn die Angeklagte nach der Ansicht des Sachverständigen in der Lage ist, nach Belieben in einen Trance-Zustand zu verfallen, so ist es doch wunderbar, warum sie nicht einmal dazu übergeht, dies hier ad oculus zu demonstrieren. Dr. Henneberg, ebenso wie sie es in der Charité gekonnt, könnte sie es auch hier, wenn sie glaubte, dass es opportun wäre. Verteidiger, Rechtsanwalt, Dr. Schwind, nun, das wäre doch ganz sicher opportun, vielleicht ist der lange Aufenthalt im Gefängnis der Anfang eines Gesundungsprozesses. Verteidiger, Rechtsanwalt, Thiele, hatte die Angeklagte im Trance-Zustand Visionen? Sachverständiger, ja, das gehört aber gewissermaßen zum Programm, wie weit dabei ein krankhafter Zustand oder Simulation vorliegt, kann ich nicht sagen. Verteidiger, blickt bei solchen Visionen eine Einengung des Bewusstseins im Sinne des Paragraphen 51 vor? Sachverständiger, nein. Ungemein interessant war die Aussage des Kaufmanns Paul Krüger. In einer Sitzung, an der vornehme Damen wie Frau Gräfin von Moltke und Frau Generalin von Moltke teilnahmen, hat die Angeklagte die herrlichsten Blumen apportiert, weil darauf fand eine Sitzung in der Niederwaldstraße statt. Ich kam so spät aus Chemnitz, dass ich erst erschien, als die Sitzung fast zu Ende war. Ich ging zu Frau Rote ins Nebenzimmer und reichte ihr beide Hände zur Begrüßung. Frau Rote reichte mir auch beide Hände, und während wir uns gegenseitig festhielten, fiel plötzlich ein förmlicher Blumenregen auf und zernieder. Es ist ausgeschlossen, dass Frau Rote eine Hand hierbei gebrauchen konnte. Bald darauf griff Frau Rote in die Luft und hatte eine Apfelsine in der Hand. Eine ganz besondere Geschichte passierte mir im November 1901. Ich hatte im Westen Berlins eine Anzahl Geschäftsbesuche erledigt und stattete alsdann der Frau Rote einen Besuch ab. Beim Betreten der Wohnung bemerkte ich, dass ich meinen Regenschirm in einem der Läden habe stehen lassen. Ich wollte umkehren. Frau Rote sagte jedoch, »Lassen Sie nur den Schirm, der wird sich schon finden.« Ich setzte mich neben Frau Rote aufs Sofa. Frau Rote stopfte Strümpfe. Da sah ich plötzlich ganz deutlich. Wie Frau Rote nach der Fensterecke griff und meinen Schirm hervorholte. Im nächsten Augenblick war die Vision verschwunden. Nach etwa zehn Minuten begab ich mich auf die Suche nach meinem Regenschirm. Schon im zweiten Laden sagte man mir, »Jawohl, hier ist Ihr Schirm.« Von dem Ladeninhaber wurde mir mitgeteilt. Kurz nach meinem Weggang erschien plötzlich eine Frau. Er griff den Schirm und fragte, wem der Schirm gehöre. In demselben Augenblick war die Frau mit dem Schirm verschwunden. Nach wenigen Minuten flog der Schirm durchs Fenster an die Stelle, wo er gestanden hatte. Rechtsanwalt. Kam der Schirm durchs offene oder durch das geschlossene Fenster? Zeuge, das Fenster war geschlossen. Staatsanwalt. Und die Scheiben gingen nicht entzwei? Zeuge, nein. Eines Abends hatten wir nach einer bei Frau Rote abgehaltenen Sitzung noch ein Café am Belle Allianz Platz besucht. Nachdem wir Platz genommen hatten, sagte ich, ich wundere mich, dass ich noch keinen Apport erhalten habe. Da griff Frau Rote in die Höhe in eine Vase hinein, die auf dem Sims stand. Sie brachte einen Mohnkuchen zum Vorschein, brach ihn durch und es fiel ein kleines Kreuz heraus. Sie reichte es mir mit den Worten, hier, lieber Bruder, hast du deines. Vorsitzender, war das Kreuz von Blech? Zeuge, jawohl, es war Blech. Allgemeine Heiterkeit. Einmal sagte Frau Rote in Trance zu mir, über ihrem Haupte weht eine schwarze Fahne. Es ist auch später ein trauriges Familienereignis bei uns eingetreten. Der nächste Zeuge, Schauspieler Max Berger, bekundete, ich bin hellsehend. Als ich in der ersten Sitzung bei Frau Rote mit meiner Braut, jetzigen Frau, beiwohnte, hatte ich den Wunsch, einen Apport von verstorbenen Verwandten zu haben. Frau Rote hielt eine herzerquickende Rede und überreichte mir schließlich von meinem Vater einen Myrtenstrauß, mit dem mein Vater mich und meine Braut segnete. Ich habe deutlich gesehen, wie sich an den Fingerspitzen der Frau Rote ein Nebel bildete, aus dem der Myrtenstrauß entstand. Der Vater sagte dabei, hier, nimm diesen Myrtenstrauß. Bei einer anderen Sitzung sah ich meine Großmutter mit einer Apfelsine in der Hand, welcher ein Stängel mit drei bis vier Blättern saß. Ich fragte die Gestalt, wer bist du? Sie antwortete, du hast mich ja schon geschaut, ich bin deine Großmutter. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind, Sie machen doch aus dem Hellsehen kein Gewerbe? Zeuge, keineswegs. Verteidiger, Sie sind auch durch das Hellsehen nicht von der Religion abgewendet worden? Zeuge, nein, im Gegenteil. Ich war früher frei religiös, durch den Spiritismus bin ich aber zum Glauben zurückgeführt worden. Der Glaube ist bei mir so felsenfest geworden, dass er mir über alle Schicksalsschläge hinweg hilft. Sachverständiger Prof. Dr. Dessois Aus vielfachen Erfahrungen wisse er, dass oft in der unbegreiflichsten Weise Tatsachen von Zuschauern entstellt werden. Nicht aus bösem Willen, sondern infolge von Anregungen und Einwirkungen, die in der Umgebung der betreffenden Personen liegen. Ein Taschenspieler, der Liebhaber der Taschenspielerei war, habe einmal mediumistische Experimente nachgeahmt, ohne den Zuschauern etwas davon zu sagen, dass es sich nur um Nachahmungen handelte. Die Teilnehmer haben alsdann Berichte abgestattet über das, was sie gesehen haben. Die Berichte seien auch in spiritistischen Zeitschriften abgedruckt worden. Man konnte daraus ersehen, wie die einfachsten Taschenspielerkunststücke zu Phänomenen geworden waren. Zu einer genauen Beobachtung der Dinge seien auch gewisse technische Kenntnisse erforderlich. Er, Sachverständiger, habe mehreren Sitzungen bei Frau Rote beigewohnt. Er könne nur sagen, dass das, was er gesehen, ein Schwindel war, und zwar ein in ganz kläglicher Weise ausgeführter Schwindel. Jeder Taschenspieler würde sich schämen, in so wenig ausreichender Weise zu arbeiten. Der Tisch war verhängt, der Stuhl, auf welchem Frau Rote saß, war so gestellt, dass im Zimmer eine Art dunkles Dreieck entstand. Diese Dunkelkammer benutzte Frau Rote, um von dort aus ihre Apporte zu bringen. Die Kleideruntersuchung war eine Farce, sie dauerte eine Minute. Zu einer vollkommenen Untersuchung gehört, dass sich Frau Rote splitternackt auszog. Auch eine gynäkologische Untersuchung hätte vorgenommen werden müssen. Frau Rote habe in recht plumper Weise die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ihre rechte Hand gelenkt und mit der linken gearbeitet. Jede Pause benutzte sie, um in geschickter Weise das Kommende vorzubereiten. Ihre technischen Fertigkeiten seien gar nicht groß, aber sie habe die große Fertigkeit, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Schwäche der Anwesenden auszunutzen. Es sei immerhin möglich, dass sie mit veränderten Bewusstseinszuständen nicht in reinem und ungetrübtem Bewusstsein ihre betrügerischen Maßnahmen gehandelt, gewissermaßen einen heiligen Betrug verübt habe, in dem Glauben eine höhere Mission zu erfüllen. Sie sei nicht durchaus und schlechtweg eine einfache Betrügerin. Sie sei gewiss von ihren Fähigkeiten überzeugt. Außerdem habe sie die Gabe, großes Vertrauen zu erwecken. Vorsitzender. Würden Sie über Einzelnes, was hier begründet worden ist, Aufklärung geben können? Sachverständiger. Nein. Berichte einzelner Personen können nicht erklärt werden, denn ein einzelner Mensch kann vielerlei auf Täuschungen beruhende Dinge als Tatsachen hinstellen. Ich erinnere an das bekannte Taschenspielerstückchen, in dem der Taschenspieler eine Apfelsine sechs bis achtmal in immer höheren Abständen in die Luft wirft und jedes Mal mit der Hand tiefer hinab geht. Der letzte angebliche Wurf geht mit der ganz tief herabhängenden Hand vonstatten. Der Taschenspieler legt aber die Apfelsine auf seinen Schoß und tut nur so, als ob er sie in die Luft werfe. Alle Zuschauer sind aber überzeugt, dass sie in der Luft verschwunden ist. Das ist ein Beispiel, wie durch Vorbereitung, durch Erregung der Erwartung, Täuschungen hervorgerufen werden können. Staatsanwalt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Blumen unversehrt und taufrisch zum Vorschein kommen? Sachverständiger. Es ist möglich, dass dies mit Hilfe eines nassen Wachsleinwandbeutels geschehen ist. Oberarzt Dr. Henneberg. Die Blumen können auch durch Eis konserviert worden sein. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind. Herr Professor Dr. Dessois, können Sie das Hellsehen vom philosophischen Standpunkt aus erklären? Sachverständiger. Solche Täuschungen kommen auch bei ganz normalen Personen vor. In vielen Fällen handelt es sich nicht um Halluzinationen, sondern um Illusionen, indem man zum Beispiel einen Vorhang für eine Gestalt ansieht. Rechtsanwalt Dr. Schwind. Sie nehmen also dann wohl an, dass es reiner Zufall ist, wenn die Beschreibungen, die Frau Rote von manchen Personen gegeben, richtig waren? Sachverständiger. Jawohl. Verteidiger. Hat Ihre Wissenschaft sich schon mit dem Spiritismus beschäftigt? Sachverständiger. Jawohl. Verteidiger. Dann ist es doch merkwürdig, dass diese Probleme und Apporte wissenschaftlich noch nicht widerlegt worden sind? Sachverständiger. Man müsste ja alsdann unsere ganze jahrtausendealte wissenschaftliche Erfahrung, die ganze wissenschaftliche Feststellung von dem Wesen der Materie über den Haufen werfen. Die Beweislast liegt auf der anderen Seite. Es muss ein ganz strikter und objektiver Beweis geführt werden, der nicht von der Beobachtungsfähigkeit des Einzelnen abhängig ist. Verteidiger. Wie ist es aber wohl zu erklären, dass die Angeklagte so viele Blumen aus ihrem Kleide praktiziert haben soll? Sachverständiger. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, weshalb ich mir den Kopf über Möglichkeiten zerbrechen soll. Sachverständiger Oberarzt Dr. Henneberg. Aus meiner mit der Angeklagten in der Charité gemachten Erfahrungen muss ich bemerken, dass die Angeklagte ganz diffuse Beschreibungen von Personen gab und dass alsdann unter der Mitwirkung der betreffenden Zuschauer selbst aus deren unbewussten Zwischenbemerkungen ihre Bemerkungen immer spezieller und eingehender wurden. Vorsitzender. Ist das, was wir von Hellseherei gehört haben, eine pathologische Erscheinung? Sachverständiger. Es ist eine pathologische Erscheinung, die aber nicht als Geisteskrankheit aufzufassen ist. Zeuge Gerling. Impresario Rentsch habe es verstanden, Familienmitglieder auszuhorchen. Die von ihm ausgehorchten Dinge wurden dann später von Frau Rote vorgebracht. In einer Sitzung hat man ihr eine Falle gestellt. Sie sei direkt auf falsche Angaben hineingefallen. Sachverständiger Prof. Dr. Puppe. Die Probleme der Apporte seien die durchsichtigsten. Diesen stehe er skeptisch gegenüber. Im Übrigen müsse er sagen, dass solche komplizierte Manipulationen, wie sie bei den Apporten gemacht werden mussten, nicht im Trance gemacht seien. Man müsse bei den Zeugen drei Gruppen unterscheiden. Erstens die Indifferenten. Zweitens die Betrogenen. Drittens diejenigen, die auf Frau Rote schwören. Letztere sind von den übersinnlichen Mächten fest überzeugt. Dabei muss man aber sich vergegenwärtigen, dass sie zu den Teilnehmern etwa in dem Verhältnis stand wie der Hypnotiseur zu den Hypnotisierten. Es ist wohl die Frage aufgeworfen worden, weshalb ist Frau Rote nicht Taschenspielerin geworden. Nun, als Taschenspielerin würde sie nach dem Zeugnis des Prof. Dr. Desoit nicht recht reüssiert haben. Denn ihre Tricks sind plump und ihre Fähigkeit, das Publikum zu täuschen, zeigt sich nur in jenem eigentümlichen spiritistischen Milieu, wo die Sitzungen mit Gebet eröffnet werden, wo man sich Bruder und Schwester nannte und andere derartige Dinge vorkamen, die auf empfängliche Gemüter wirken. Es ist die Sache der Theologen, genau zu prüfen, was und wie viel von dem Spiritismus zu halten ist. Hier handelt es sich nur um die Frage, ob die Angeklagte strafbare Handlungen begangen hat und dafür verantwortlich zu machen ist. Die Angeklagte besitzt zweifellos ein großes Maß von Selbstbeherrschung. Dieser bedurfte sie, um ihre Rolle mit Erfolg durchzuführen. Sie hat nebenbei etwas Faszinierendes, sie hatte etwas in ihren Augen, was Unbefangene beeinflussen kann. Sie hat auch in den sechs Verhandlungstagen große Selbstbeherrschung an den Tag gelegt. In selbstbewusster, kluger und sicherer Weise hat sie die Sitzungen mit Jentsch vorbereitet. Vorher wurde alles auf Sorgfältigste geprüft. Ärzte und Naturwissenschaftler wurden so viel als möglich von den Sitzungen ausgeschlossen. Abgesehen von dem Falle, in dem sie von der Polizei überführt wurde, ist sie auch in vielen anderen Fällen überführt worden. Ihre Trance-Reden bestanden zumeist aus religiösen Bemerkungen, die sich leicht auswendig lernen lassen. Sie benutzte dazu ein Gesangbuch aus dem Jahre 1839. Es ist auch nicht richtig, dass sie während der Trance-Reden bewusstlos war. Möge sie sich auch in einem Zustande von Halbtraum befunden haben, ihre Willenskraft war keineswegs ausgeschlossen. Sie hat mit vollem Bewusstsein den Zuhörern vorgespiegelt, »Ich kann euch Grüße von den Geistern in Form von Blumen, Apfelsinen und anderen Gegenständen bringen.« Sie war derartig bei Bewusstsein, dass sie die Taschenspielerstückchen mit Geschick ausführen konnte. Die Angeklagte ist in 59 Fällen des Betruges überführt. Bei der Strafabmessung ist zu berücksichtigen, dass das Treiben der Angeklagten gemeingefährlich war. Sie hat mit ihrem Betriebe auf die heiligsten Gefühle der Menschen spekuliert. Sie verdient selbst die schärfste Verurteilung, weil sie gehandelt hat, um materielle Vorteile zu erringen. Ihr Treiben ist auch deshalb gefährlich, weil sie Gemüter, die vielleicht schon ins Schwanken gekommen waren, noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. »Ich beantrage zwei Jahre, sechs Monate Gefängnis, unter Anrechnung von sechs Monaten auf die Untersuchungshaft, außerdem 500 Mark Geldstrafe, eventuell noch 50 Tage Gefängnis.« Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwindt »Ich erlaube mir zunächst daran zu erinnern, dass die Vorgängerin der Angeklagten, das frühere Medium Valeska Töpfer, nur zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden ist, weshalb die Angeklagte um so viel schärfer bestraft werden soll, ist nicht recht einzusehen. Der Gerichtshof wird nicht erwarten, dass ich mich mit den Problemen beschäftigen werde, die in sechstägiger Verhandlung erörtert worden sind. Ob der Glaube der Spiritisten ein berechtigter oder ein köhler Glaube ist, kann dahingestellt bleiben. Diese Leute fühlen sich glücklich dabei. Man soll ihnen deshalb ihren Glauben lassen. Ich habe aber Bedenken, ob in rechtlicher Beziehung Betrug vorliegt. Es kommt doch dabei auf Leistung und Gegenleistung an und auch, ob die Angeklagte sich in gutem Glauben befunden hat. Die Angeklagte hat nicht eine bestimmte Leistung, sondern für das Eintrittsgeld nur die Möglichkeit versprochen, einer Sitzung beizuwohnen. Sie hat niemals bestimmt in Aussicht gestellt, dass ihre Experimente gelingen werden. Man kann sich doch unmöglich auf den Standpunkt stellen, dass diese Kesselschmiedefrau mit ihren geistigen Fähigkeiten über dem Erkenntnisvermögen der vielen hochgebildeten Leute stehen muss, die sie aufsuchten und mit ihr an überirdische, übersinnliche Dinge glaubten. Sie hat sicher nicht weniger geglaubt als alle anderen. Sie ist eben eine unter vielen. Sie glaubte, ein gutes Werk zu tun, bis sie von Jentsch entdeckt wurde. Von diesem Zeitpunkt ab erhielt allerdings die Sache einen etwas geschäftlichen Charakter. Die Teilnehmer in den Sitzungen mögen über das Gesehene enttäuscht, in ihrer inneren Empfindung gekränkt gewesen sein. Von einem Betrug in juristischem Sinne kann aber keine Rede sein. Wenn der Gerichtshof anderer Meinung ist, dann ist nicht abzusehen, weshalb der Staatsanwalt eine so außerordentlich hohe Strafe beantragt hat. Der eine Sachverständige hat die Angeklagte eine pathologische Betrügerin genannt. Es ist das eigentlich ein Widerspruch. Doch, jedenfalls ist die Angeklagte eine hysterische, leicht erregbare Person. Sie sitzt über Jahr und Tag in Untersuchungshaft. Wenn sie verurteilt werden sollte, dann würden sechs Monate, die auf die Untersuchungshaft anzurechnen wären, vollkommen genügen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele Die Verhandlung sollte offenbar ein großer Schlag gegen den Spiritismus sein. Das Verfahren ist aber zu einem Schlag ins Wasser geworden. Es wird nicht dazu beitragen, den Spiritismus auszurotten. Im Gegenteil, die Verhandlung ist zur größten Reklame für den Spiritismus geworden. War es überhaupt notwendig, den Spiritismus zu bekämpfen? So viel steht doch fest. Der Spiritismus bietet nichts Unsittliches, nichts Strafbares, berührt aber andererseits eine Reihe der größten Probleme. Jeder Mensch hat wohl einmal Augenblicke gehabt, wo er über solche Probleme ernst nachgedacht hat, ob er im faustischen Drange an dem Vorhang rütteln möchte, der zwischen der sinnlichen und übersinnlichen Welt gezogen ist. Der Spiritismus ist nicht mit juristischen Mitteln zu bekämpfen. Wenn man ihn bekämpfen will, dann tue man es auf dem Gebiete der Bildung und Aufklärung. Die Angeklagte, die sich um die Welt nicht viel bekümmerte, sondern ein in sich gekehrtes Leben führte, in bestimmten engen Grenzen verkehrte und nur in geschlossenen Zirkeln ihr zugetaner Menschen wirkte, ist der geschäftlichen Seite sicher ganz fern geblieben. Die Leute, die zu ihr kamen, haben sie besucht, wie man ein interessantes Theaterstück, ein Taschenspielerstückchen aufsucht. Sie wollten mit dabei sein. Andere kamen wieder aus wissenschaftlichem Interesse. Sie alle haben ihre Gaben freiwillig hingegeben. Eine Vorspiegelung falscher Tatsachen liegt nicht vor. Es sind gar keine Tatsachen erzielt worden. Die Angeklagte überließ jedem, sich ein Urteil zu bilden, nicht die Angeklagte hat die Personen getäuscht, sondern diese haben sich selbst getäuscht. Bezüglich der Apporte wird der Gerichtshof sich nicht darüber hinwegsetzen können, dass hier sehr viele kleine Leute mit praktischem Verstande und akademisch gebildete Leute aufgetreten sind, die die Apporte als echt hielten. Der Gerichtshof wird nur zu einem Non-Liquid kommen können und sagen müssen, wir stehen vor Dingen, die wir nicht erklären können. Die Angeklagte ist eine kranke, hysterische Person. Wenn man von einem Opfer des Spiritismus reden kann, so ist die Angeklagte das Bedauernswerteste. Nach nur kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Garz, folgendes Urteil. Der Gerichtshof erachtet diejenigen, die zu der Angeklagten gegangen sind, um Vorführungen aus der Geisterwelt zu sehen und dafür Taschenspielerkunststücke erhalten haben, in ihrem Vermögen geschädigt. Sie haben nicht das erhalten, was sie vertraglich zu beanspruchen hatten. Was die Aussagen der Zeugen betrifft, die bekundet haben, dass sie übersinnliche Dinge wahrgenommen hatten, so steht der Gerichtshof auf dem Standpunkt der Sachverständigen, dass das, was Gemeingut der Wissenschaft heutzutage ist, was von der Mehrheit der Gebildeten als das Richtige in der Wissenschaft anerkannt wird, hier Platz greifen muss. Hätte die Angeklagte gesagt, dass Naturkräfte in ihr wohnen, die sie sich nicht erklären kann, so konnte sie nicht verurteilt werden. Wenn sie aber von übernatürlichen Dingen spricht, so hat sie etwas gesprochen, was sie nicht leisten kann. Nach Ansicht des Gerichtshofes haben die Leute nicht sorgfältig beobachtet und sind getäuscht worden. Die Zeugen waren auch sehr geneigt, sich täuschen zu lassen, wie die Schlussfolgerungen, die Professor Selin bei dem Vorgang in Zürich aus der Theorie des Astralleibes gezogen hat, beweisen. Wer so beobachtet, kann nicht als zuverlässiger Beobachter gelten. Auch bei anderen Personen liegt mangelhafte Beobachtung vor. Die Apporte stehen nach Ansicht des Gerichtshofs fast ausschließlich im engen Zusammenhang mit den Trance-Reden. Jedenfalls sind die Leute nicht zu der Angeklagten gegangen, um nur Trance-Reden zu hören. Diese Reden sind auch nicht in bewusstlosem Zustande gehalten worden. Der § 51 trifft daher nicht zu. Bei der Strafzumessung musste berücksichtigt werden, dass die Angeklagte eine hysterische Person ist. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden, sie hat ein umfangreiches Gewerbe betrieben, sich aber bei den einzelnen Betrugsfällen mit einem bescheidenen Gewinn begnügt. Mildernd muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Leichtgläubigkeit der Spiritisten ihr zur Hilfe kam. Einzelne Personen hatten den Gottesglauben verloren. Sie hat dazu beigetragen, dass diese Personen den Gottesglauben wiedergefunden haben, freilich nur in der Form, dass sie eine äußere Verbindung vom Diesseits ins Jenseits fanden, während der kirchliche wahre Glaube ein wesentlich anderer ist. Wenn sie also auch geglaubt hat, ein gutes Werk zu tun, so fällt andererseits erschwerend ins Gewicht, dass sie mit der Religion ein frivoles Spiel getrieben hat und nach ihrer Entlarvung noch leugnete, was nicht mehr zu leugnen war. In Berücksichtigung alles dessen hat der Gerichtshof im Namen des Königs auf ein Jahr sechs Monate Gefängnis erkannt und mit Rücksicht auf die lange Dauer der Untersuchungshaft acht Monate für verbüßt erachtet, die angeklagt hat, außerdem die Kosten des Verfahrens zu tragen. Frau Rote hatte auf Anraten ihrer Verteidiger auf das Rechtsmittel der Revision verzichtet und die gegen sie erkannte Strafe von zehn Monaten Gefängnis sogleich angetreten. Ende von Abschnitt 24 Aufgenommen von Crowwings.com Abschnitt 25 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 25 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 1 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor auf der Promenade in Baden-Baden Der Hauptprozess Dem Fortschritt der Kultur ist es zu danken, dass Kapitalverbrechen sich allmählich vermindern. Das Leben eines Menschen gilt jetzt mehr als vor etwa 100 Jahren. Wenn auch die Verbrecherwelt nicht ausstirbt, so werden doch Morde nicht mehr so häufig begangen als zur Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Eine große Erregung bemächtigt sich der gesitteten Menschheit, wenn die Kunde von einem Morde, dem größten Verbrechen, das das Strafgesetzbuch kennt, ruchbar wird. Es war daher naturgemäß, dass, als am Abende des 6. November 1906 auf der Promenade in Baden-Baden die Medizinalrätin Molitor meuchlings erschossen wurde, das Verbrechen in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregte. Die Erregung war umso größer, da der Verdacht der Täterschaft auf den Schwiegersohn der 62 Jahre alten Medizinalrätin, den Universitätsprofessor und amerikanischen Rechtsanwalt Dr. Ewer Karl Hau fiel. Die Medizinalrätin Molitor hatte ein Vermögen von fast einer Million. Sie bewohnte mit ihrer damals noch unverheirateten Tochter Olga in dem idyllisch gelegenen, feinen Badeort Baden-Baden, eine prächtige Villa und gehörte zu den Honoratioren des Badeortes, in dem bekanntlich auch im Winter viele Kurgäste weilen. Viele reiche Familien wohnten ständig in Baden-Baden. Es herrscht daher auch im Winter ein sehr geselliges Leben. Im Frühjahr 1901 weilte die Medizinalrätin Molitor mit ihren damals noch unverheirateten Töchtern Lina und Olga in Ajaccio, Insel Korsika. Dort gesellte sich zu den Damen der 20-jährige Student Karl Hau. Dieser, der schon als blutjunger Gymnasiast ein sehr ausschweifendes Leben geführt und dadurch üble Folgen davon getragen hatte, war auf ärztliches Anraten nach Ajaccio gekommen. Es gelang ihm sehr bald, das Herz der damals 25 Jahre alten Lina Molitor zu erobern. Er hielt um die Hand der jungen Dame an. Allein mit Rücksicht auf seine große Jugend und den Umstand, dass er sich noch in den ersten Semestern befand, wurde er von der Medizinalrätin Molitor abgewiesen. Hau wusste aber Fräulein Molitor zu überreden, sich auf ein Sparkassenbuch 2000 Macht zu verschaffen. Mit diesem Gelde reisten die beiden jungen Leute heimlich ab, angeblich, um sich trauen zu lassen. Sehr bald müssen wohl die jungen Leute zu der Überzeugung gelangt sein, daß ihrer Eheschließung unüberwindbare Hindernisse entgegenstanden. Frau Medizinalrätin Molitor erhielt eines Tages aus Rialp am St. Gotthard ein Telegramm, in dem angezeigt war, ihre Tochter habe aus Verzweiflung auf sich geschossen und liege schwer verwundet da nieder. Die alte Medizinalrätin eilte an das Krankenbett ihrer Tochter, die nach kurzer Zeit genas. Um nun die Ehre ihrer Tochter zu retten, willigte Frau Molitor in die Heirat. Das junge Paar begab sich nach der Hochzeit sehr bald nach Washington. Es lebte von den Unterstützungen der beiderseitigen Eltern, denn Hau hatte noch sechs Semester zu studieren. Nach bestandenem Examen wurde Hau, der der deutschen, englischen, französischen und italienischen Sprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig ist, Privatsekretär des Ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönefeld. In dessen Begleitung fuhr er 1903 nach Konstantinopel, um die dortigen Handelskreise für die Weltausstellung in St. Louis zu interessieren. Er hatte aber mit seiner Mission wenig Erfolg. Als er nach Washington zurückgekehrt war, wurde er bei dem höchsten Gerichtshof in Washington als Rechtsanwalt zugelassen und assoziierte sich mit dem amerikanischen Rechtsanwalt, Er wurde außerdem als außerordentlicher Professor für römisches Recht an die George Washington Universität in Washington berufen. Im Auftrage der amerikanischen Standard Oil Company und einer amerikanischen Elektrizitätsgesellschaft war er wiederholt in Konstantinopel. Er soll aber dort wiederum keine Erfolge gehabt haben. Seine Schwiegermutter hatte seiner Frau einen Scheck von 65.000 Mark überwiesen. Diesen hatte er sich kurz vor seiner Abreise nach Konstantinopel, wo er sich einige Monate aufhielt, auszahlen lassen. Dies Geld soll er fast vollständig in Konstantinopel verbraucht haben. Prof. Dr. Howe war in Washington eine allgemein beliebte Persönlichkeit. Er wurde Mitglied des ersten Clubs in Washington und New York. Im Kosmos-Club lernte er den Präsidenten Roosevelt sowie Ferner Morgan, Rockefeller, Harriman und andere kennen. Howe soll in Konstantinopel ein derartig ausschweifendes Leben geführt haben, dass die Türken daran Anstoß nahmen und die besseren Kreise der türkischen Hauptstadt sich von ihm zurückzogen. Am 17. Oktober 1906, vormittags gegen halb zehn, trat in das Fremdenbüro einer großen Wiener Bank ein hochgewachsener, elegant gekleideter Mann. Er sprach Englisch und Französisch und nannte sich Dr. Carl Howe. Er wies einen auf 400 Pfund lautenden Scheck der Londoner Bank Brown, Shipley & Co. vor und wünschte, ihn ausgezahlt zu erhalten. Da an der Echtheit der Unterschrift sich zu zweifeln war, wurden dem Mann 9592 Kronen anstandslos gezahlt. Zwei Tage später erhielt die Bank ein Telegramm des Londoner Bankhauses Brown, Shipley & Co., in dem angezeigt wurde, dass der Scheck dem wirklichen Dr. Carl Howe auf der Reise von Konstantinopel nach Wien im Orient-Expresszug gestohlen worden sei. Die Depesche kam selbstverständlich zu spät, der Scheck war bereits gezahlt. Die Wiener Bank erstattete dem Sicherheitsbüro der Wiener Polizeidirektion unverzüglich Anzeige. Das Sicherheitsbüro stellte fest, dass am Morgen des 17. Oktober gegen 8 Uhr vormittags mit dem aus Konstantinopel eingetroffenen Orient-Expresszug ein Reisender angekommen sei, auf den die Personalbeschreibung des Präsentanten des Scheckes genau paßte. Der Mann war nur etwa zwei Stunden aus dem Bahnhof gegangen und hatte alsdann die Reise nach Deutschland fortgesetzt. Er hatte in Frankfurt am Main den Zug verlassen. Dem Personal des Orient-Expresszuges war von einem Diebstahl keine Anzeige gemacht worden. Professor Dr. Howe, dies war der geheimnisvolle Scheck-Einlöser in Wien, war direkt nach Baden-Baden gereist. Dort weilte in der Villa ihrer Mutter, Frau Dr. Howe, mit ihrem kleinen Töchterchen. Professor Dr. Howe fuhr sogleich mit Frau, Kind und seiner Schwägerin Olga nach Paris und nahm dort im Hotel Regina Wohnung. Bald darauf erhielt die alte Medizinalrätin aus Paris ein Telegramm folgenden Inhalts. »Komme mit nächstem Zuge. Paris. Olga sehr krank. Lina. Frau Molitor reiste sofort ab. Als sie in der französischen Hauptstadt anhangte, war niemand zu ihrem Empfange auf dem Bahnhof. In großer Angst fuhr sie nach dem Hotel Regina. Zu ihrer großen Freude war Olga Molitor vollständig gesund. Die Kinder wunderten sich aber über das plötzliche Erscheinen der Mutter, denn sie hatten kein Telegramm gesandt. Letzteres war gefälscht. Die alte Geheimrätin befürchtete, das Telegramm sei von jemandem gesandt worden, der die Absicht habe, in ihrer Villa in Baden-Baden einen Einbruchsdiebstahl zu begehen. Sie kehrte deshalb sehr bald mit ihrer Tochter Olga nach Baden-Baden zurück und erstattete dort wegen des gefälschten Telegramms Anzeige. Prof. Dr. Howe fuhr mit Frau und Kind nach London. Er wollte nach kurzem Aufenthalt in der Hauptstadt Großbritanniens nach Washington reisen. Da erhielt er plötzlich von dem Direktor der Standard Oil Company ein Telegramm folgendem Inhalts. »Kommen Sie sofort nach Berlin. Strengste Verschwiegenheit. Eile dringend notwendig.« Howe reiste sogleich ab, Frau und Kind in London zurücklassend. Er fuhr aber nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt am Main. Dort weilte er mehrere Tage, fragte den Hotelportier, wo es schöne Weiber gäbe und bestellte sich bei einem Friseur einen falschen Bart und eine Perücke. Inzwischen besuchte er in Gesellschaft von Halbweltdamen, Theater, Konzerte und Zirkus und lebte in Saus und Braus. Nach Fertigstellung des Bartes und der Perücke reiste er nach Baden-Baden. Am Spätnachmittag des 6. November 1906 klingelte es in der Villa Molitor am Telefon. Ein Dienstmädchen fragte, wer da sei. »Hier Postvorsteher Graf«, war die Antwort. »Ich lasse die Frau Medizinalrätin bitten, sofort nach dem Postamt zu kommen. Das Aufgabeformular der gefälschten Depesche hat sich gefunden.« Die alte Medizinalrätin ließ den Postvorsteher sagen, sie werde am Vormittag des folgenden Tages zur Post kommen. Sie sei erkältet und wolle deshalb bei dem unwirschen Wetter in so später Abendstunde nicht noch einmal ausgehen. »Es ist aber dringend notwendig, dass die Frau Medizinalrätin noch heute, und zwar möglichst sofort, kommt«, wurde zur Antwort gegeben. Darauf kleidete sich die Medizinalrätin an. Ihre Tochter Olga war bei einer benachbarten Familie zum Tee. Um nicht allein über die dunkle Promenade zu gehen, holte die alte Dame ihre Tochter ab. Als beide Damen die Lindenstaffel passierten, krachte plötzlich ein Schuss. Er traf die alte Medizinalrätin in den Rücken und durchbohrte ihr das Herz. Die alte Dame fiel lautlos zur Erde, sie war sofort tot. Eine Anzahl Leute hatten Professor Dr. Hau an diesem Tage mit falschem Bart und Perücke in Baden-Baden gesehen. Dieser Mann war nach der Ermordung der Medizinalrätin spurlos verschwunden. Es wurde sofort festgestellt, dass weder das Aufgabeformular der gefälschten Depesche gefunden worden sei, noch das Postvorsteher Graf die Medizinalrätin nach dem Postamt bestellt hatte. Das Mädchen, das am Telefon gesprochen, behauptete mit vollster Bestimmtheit, sie habe am Telefon genau die Stimme des Professors Dr. Hau erkannt. Da man wusste, dass Frau Hau mit ihrem Kinde in London weilte, wurde sofort an die Londoner Polizei depeschiert und um Festnahme des Hau gebeten. Diese erfolgte sogleich. Hau wurde sehr bald ausgeliefert und in das Untersuchungsgefängnis nach Karlsruhe gebracht. Er bestritt mit vollster Entschiedenheit, den Mord begangen zu haben. Anfang Juni 1907 hatte Frau Hau mit ihrem Gatten eine längere Unterredung im Untersuchungsgefängnis. Die unglückliche Frau sagte dem Hau, sie könne es nicht überleben, dass in öffentlicher Gerichtssitzung ihre Familienverhältnisse vor aller Welt erörtert werden. Auch sei sie der Meinung, dass Hau ihre Mutter erschossen habe. Sie wolle sich deshalb das Leben nehmen. Zwei Tage darauf ertränkte sich Frau Hau im Pfeffikoner See bei Zürich. Am 17. Juli 1907 begann die öffentliche Verhandlung wieder Professor Dr. Hau vor dem großherzoglichen Schwurgericht zu Karlsruhe. Die Anklage war wegen Mordes aufgrund des Paragrafen 211 des Strafgesetzbuches erhoben. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Dr. Eller. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Bleicher. Die Verteidigung führte, und zwar als Wahlverteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, Karlsruhe. Die Verhandlung, die fünf volle Tage dauerte, wurde in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt. Der Angeklagte war ein großer, schlanker, bartloser junger Mann von 26 Jahren. Sein dunkles Haupthaar war bereits etwas gelichtet. Man sah es ihm an, dass er sehr ausschweifend gelebt hatte. Er machte den Eindruck eines jungen Theologen. Man konnte ihn auch für einen Schauspieler halten. Er stand zumeist mit gekreuzten Armen auf der Anklagebank und trug eine geradezu erstaunliche Ruhe zur Schau. Er war am 3. Februar 1881 als Sohn des Direktors der Vorschussbank zu Bernkastel geboren und katholischer Konfession. Er wurde von vier Gendarmen auf die Anklagebank geführt. Hau unterhielt sich zunächst lächelnd mit seinem Verteidiger, als dann setzte er sich ein goldenes Pinsenay auf und betrachtete sich mit auffallender Seelenruhe das im Gerichtssaal herrschende Getriebe. Auf dem Zeugentisch stand in einem mit Spiritus gefüllten Glasbehälter das Herz der ermordeten Medizinalrätin. Es war genau zu sehen, dass die Kugel mitten durch das Herz gegangen war. Die Vernehmung des Angeklagten gestaltete sich folgendermaßen. Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig, Ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? Nein. Sie geben aber zu, am Tage des Mordes, den 6. November 1906, in Baden-Baden gewesen zu sein. Jawohl. Zu welchem Zwecke sind Sie nach Baden-Baden gekommen? Darüber verweigere ich die Aussage. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, seine Mutter sei gestorben, als er drei Jahre alt war. Sein Vater habe zum zweiten Male geheiratet. Er habe das Gymnasium in Köln bis zur Oberterzia, als dann das Gymnasium zu Trier besucht und dort mit der Note gut das Abiturientenexamen gemacht. Als dann habe er vier Semester in Freiburg und ein Semester in Berlin studiert. Sie sollen schon als Gymnasiast in Köln viel mit Frauenzimmern verkehrt und üble Folgen davongetragen haben. Nach einigem Zögern. Darüber verweigere ich die Antwort. Sie sollen auch in Trier und auch als Student sehr opulent gelebt und ganz besonders viel mit Frauenzimmern verkehrt haben. Nach einigem Zögern. Ich will das nicht bestreiten. Augenscheinlich infolge ihres ausschweifenden Lebenswandels haben sie, als sie in Berlin studierten, einen heftigen Blutsturz bekommen. Jawohl. Die Ärzte hielten den Blutsturz für so bedenklich, dass sie sie nach Ajaccio auf der Insel Corsica schickten. Jawohl. Wie alt waren Sie damals? 19 Jahre. Wie hoch war Ihr Monatswechsel? Das ist mir nicht mehr genau in Erinnerung. So ungefähr. Etwa hundertfünfzig bis zweihundert Mark? Sie waren auch in Monaco und haben dort gespielt. Jawohl. Haben Sie gewonnen oder verloren? Gewonnen. In Ajaccio haben Sie die Familie Molitor kennengelernt. Jawohl. Sie haben trotz Ihrer Jugend sofort um die Hand Ihrer späteren Frau des Fräuleins Lina Molitor angehalten, aber abschlägigen Bescheid erhalten. Jawohl. Da Sie aber trotzdem von Fräulein Lina Molitor nicht abließen, verlobte Frau Medizinalrätin Molitor ihre Tochter Lina mit einem Offizier. Sie wussten jedoch, die junge Dame schließlich zu bewegen, zweitausend Mark auf ein Sparkassenbuch abzuheben und als dann mit ihr zu flüchten. Jawohl. Der Angeklagte erklärte alsdann auf Befragen des Vorsitzenden, dass er über seine Beziehungen zu seiner späteren Frau die Aussage verweigere. Sie sind selbst Rechtsanwalt. Vielleicht werden Sie einsehen, dass es nicht in Ihrem Interesse liegt, auf alle Fragen die Antwort zu verweigern. Der Angeklagte schwieg und gab im weiteren Verlauf zu, dass er und seine spätere Frau in Realb beschlossen hatten, sich zu erschießen, da sie einsahen, dass ihrer Verheiratung unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen. Seine Frau hatte sich in die Seite geschossen. Er habe infolgedessen an Frau Molitor und an seinen Vater telegrafiert. Frau Medizinalrätin Molitor sei sehr bald in Realb erschienen und habe schließlich in die Heirat gewilligt. Er sei alsdann mit seiner Frau nach Washington gegangen, um dort seine Studien zu vollenden. Er habe in der Hauptsache internationales Recht studiert. Er sei nach Washington gegangen, weil dies der Sitz des Präsidenten und der meisten Regierungsbehörden sei. Nachdem er seiner Examina bestanden, sei er zunächst Sekretär des Ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönfeld, geworden. In dessen Begleitung sei er im Jahre 1903 nach Konstantinopel gegangen, um die türkische Regierung und die dortigen Industriellen für die Weltausstellung in St. Louis zu interessieren. Er habe aber keinen Erfolg gehabt. Nachdem er nach Washington zurückgekommen war, sei er, obwohl er noch nicht amerikanischer Bürger war, beim höchsten Washingtoner Gerichtshof als Rechtsanwalt zugelassen worden. Er habe sich mit einem amerikanischen Rechtsanwalt namens Jennerhan assoziiert. Gleichzeitig sei er zum außerordentlichen Professor für römisches Recht der George Washingtoner Universität berufen worden. Diese seine Lehrtätigkeit habe er mit Unterbrechungen drei Jahre lang ausgeübt. Er sei im Auftrage einer amerikanischen Elektrizitäts- und einer amerikanischen Gesellschaft für den Bau von Kriegsschiffen in Konstantinopel gewesen. Er habe in Konstantinopel keine Erfolge gehabt. Die Geschäfte wären gute gewesen. Es habe aber damals eine Spannung zwischen Washington und Konstantinopel geherrscht. Die amerikanische Regierung hatte ihren Gesandten in Konstantinopel zum Botschafter ernannt, ohne sich mit der türkischen Regierung vorher in Verbindung zu setzen. Der Angeklagte gab ihm weiteren zu, dass er in Konstantinopel überaus luxuriös gelebt habe. Ein Milliardär kann ja vielleicht so üppig leben, aber ein studierter Mann, der aus ganz kleinlichen Verhältnissen hervorgegangen ist, hätte sich doch ein wenig mehr nach seinen Vermögensverhältnissen richten müssen. Das lag an den amerikanischen Verhältnissen. Sie sind doch aber kein Amerikaner. Die vier Jahre, die ich in Amerika lebte, sind auf meine Lebensweise nicht ohne Einfluss gewesen. Sie haben aber die Amerikaner weit übertroffen. Ein vernünftiger Amerikaner in ihren Verhältnissen hätte zweifellos etwas eingeschränkter gelebt. Sie sollen in Berlin und auch in Wien und Budapest vielfach mit Weibern verkehrt haben. Sie haben selbst zugegeben, in Wien mit der Otero und anderen Frauen verkehrt zu haben. Der Angeklagte schwieg. Im weiteren Verlauf der Vernehmung gab er zu, dass, als er aus Konstantinopel abreiste, er all sein Geld ausgegeben hatte. Er besaß nur noch einen Scheck von 8.000 Mark. Diesen habe er in Wien eingelöst. Er gebe zu, von Frankfurt am Main an die Wiener Bank telegrafiert zu haben. Der Scheck sei ihm gestohlen worden. Es war selbstverständlich ausgeschlossen, dass er das Geld noch einmal ausgezahlt erhalten hätte. Er bezweckte aber, einen neuen Scheckbrief zu erhalten. Jedenfalls war dies Verhalten ein unlauteres. Der Angeklagte schwieg. Der Angeklagte erzählte ferner auf Befragen des Vorsitzenden. Im Sommer 1906 sei er eine Zeit lang mit Frau, Kind und einem Kindermädchen in der Schweiz gewesen. Er gebe zu, auch dort mit seiner Familie sehr luxuriös gelebt zu haben. Das Geld, das Sie auf den Scheck in Wien ausgezahlt erhalten hatten, es waren etwas über 8.000 Mark, war damals Ihr einziges Geld? Jawohl. Sie haben damals eine Zeit lang mit Frau und Kind bei Ihrer Schwiegermutter in Baden-Baden gewohnt? Jawohl. Ende Oktober 1906 sind Sie mit Ihrer Frau, Kind und Ihrer Schwägerin, dem Fräulein Olga Molitor, nach Paris gereist? Jawohl. Hatten Sie Beziehungen zu Fräulein Olga? Darüber verweigere ich die Auskunft. War Ihre Frau eifersüchtig auf Ihre Schwägerin? Das weiß ich nicht. Wenige Tage, nachdem Sie in Paris waren, kam an Ihre Schwiegermutter aus Paris nach Baden-Baden ein Telegramm folgenden Inhalts. Komme sofort nach Paris, Olga sehr krank, reise mit nächstem Zuge, Lina. Frau Molitor reiste sofort nach Paris und erfuhr hier, dass Olga nicht krank und das Telegramm gefälscht war. Haben Sie das Telegramm geschrieben? Darüber verweigere ich die Antwort. Große Bewegung im Zuhörerraum. Ich brauche wohl kaum darauf aufmerksam zu machen, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob man etwas in Abrede stellt oder die Antwort verweigert. Sie haben bisher bestritten, das Telegramm geschrieben zu haben. Ich habe immer erklärt, bezüglich des Telegramms die Antwort zu verweigern. Es ist jedenfalls sehr verdächtig, dass Sie bezüglich dieses für das vorliegende Verbrechen so überaus wichtigen Telegramms weder die Verfasserschaft bestreiten noch zugeben, sondern die Antwort verweigern. Der Angeklagte schwieg. Ist es nicht in Paris zwischen Ihnen und Ihrer Frau, Ihrer Schwägerin Olga wegen, zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen? Darüber verweigere ich die Auskunft. Dass Ihre Frau die Schreiberin des Telegramms war, ist doch wohl ausgeschlossen. Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Ihre Schwiegermutter ist nun ärgerlich, dass sie durch eine gefälschte Depesche nach Paris gelockt worden sei, sehr bald mit ihrer Tochter Olga nach Baden-Baden wieder zurückgereist und hat dort auf dem Postamt nach dem Aufgeber der gefälschten Depesche Nachforschungen angestellt. Sie sind mit Frau und Kind nach London gefahren und haben dort im Cecil Hotel Wohnung genommen. Dort haben sie eine Depesche, unterschrieben Ties, erhalten. Die Depesche lautete, kommen Sie unverzüglich nach Berlin, Diskretion notwendig, Eile geboten. Sie haben zugegeben, diese Depesche an sich gesandt zu haben, um Grund zu haben, noch einmal nach dem Kontinent zu reisen. Jawohl. Weshalb ließen Sie sich in London einen falschen Bad machen, fuhren aber nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt? Ich hatte in Frankfurt geschäftliche Beziehungen. Mit wem standen Sie in Frankfurt in geschäftlichen Beziehungen? Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Es läge doch aber in Ihrem dringenden Interesse, hierüber Auskunft zu geben. Angeklagter schwieg. Im Hotel Englischer Hof in Frankfurt haben Sie den Portier gefragt, ob er Ihnen einige fesche Weiber besorgen könne. Am folgenden Tage haben Sie sich von einem Frankfurter Friseur einen falschen Bart und eine Perücke machen lassen. Nachdem Sie sich Bart und Perücke hatten anstecken lassen, sind Sie am 6. November nach Baden-Baden gefahren. Sie sind nachmittags in Baden-Baden angekommen und haben dort Ihr Gepäck auf dem Bahnhof aufgegeben. Sie sind nicht in ein Hotel gegangen, sondern haben an der Gepäckexpedition gesagt, Sie wollen abends weiterreisen. Bart und Perücke waren offenbar nicht gut gemacht, denn Sie sind mehrfach durch Ihren falschen Bart und Perücke in Baden-Baden beobachtet worden. Einem Schutzmann sind Sie derartig aufgefallen, dass er Ihre Persönlichkeit feststellen wollte. Sie haben auch zugegeben, Ihre Schwiegermutter am Spätnachmittag des 6. November 1906 ans Telefon gerufen zu haben. Sie haben sich als Postvorsteher Graf ausgegeben und Ihre Schwiegermutter aufgefordert, sofort nach dem Postamt zu kommen. Das Aufgabeformular des gefälschten Pariser Telegramms habe sich gefunden. Ihre Schwiegermutter ist der Aufforderung nach anfänglicher Weigerung nachgekommen. Sie kam mit ihrer Tochter Olga nach dem Postamt. Als die Damen in der Nähe der Lindenstaffel waren, krachte ein Schuß. Er traf Frau Molitor in den Rücken. Die alte Dame fiel lautlos zur Erde. Sie war sofort tot. In demselben Augenblick sah man einen großen, schlanken Mann eiligst nach dem Bahnhof laufen. Ich verweigere über die gesamten Vorgänge in Baden-Baden en bloc die Aussage. Große Bewegung im Zuhörerraum. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass, nachdem Sie das meiste zugegeben haben, Ihre heutige Erklärung auf die Richter, die an direkte Beweise nicht gebunden sind, einen schlechten Eindruck machen muss. Sie reisten nun, nachdem Ihre Schwiegermutter ermordet war, mit dem nächsten Zuge nach Frankfurt. Von dort telegrafierten Sie an Ihre Frau nach London. War nicht in Berlin. Habe Geschäfte in Frankfurt abgemacht. Komme sofort zurück. Während Sie in Frankfurt waren und sich wahrscheinlich auf die Ermordung Ihrer Schwiegermutter vorbereiteten, schrieb Ihre Frau an Ihre Mutter einen herzlichen Brief, in dem sie ihr Bedauern aussprach, dass sie sich den Strapazen einer so weiten Reise unterziehen musste. Ich frage Sie nun, was hat Sie veranlasst, nach Frankfurt zu reisen, sich dort einen falschen Bart und eine Perücke machen zu lassen und vermummt, das heißt mit falschem Bart und Perücke angetan, nach Baden-Baden zu reisen? Ich verweigere darüber die Antwort. Mit erhobener Stimme. Darüber verweigere ich die Antwort. Wollen Sie etwa behaupten, Sie wären wegen Ihrer Beziehungen zu Ihrer Schwägerin Olga oder anderer in der vermummten Form nach Baden-Baden gekommen? Ich verweigere auf alle diese Fragen die Antwort. Sind Sie denn immer im Besitz Ihrer geistigen Kräfte gewesen? Jawohl, vollständig. Ihr Verteidiger hat das bezweifelt. Mein Herr Verteidiger hat überhaupt ein anderes Verteidigungssystem beobachtet als ich. Ihr Verteidigungssystem beschränkt sich darauf, auf die wichtigsten Fragen die Antwort zu verweigern. Man kann ein solches Verteidigungssystem als unklug, vielleicht aber auch als raffiniert bezeichnen. Sie werden jedenfalls zugeben, dass Ihr ganzes Vorgehen, die gefälschten Depeschen, Ihre Wiederabreise nach dem Kontinent, Ihre Vermummung, Ihre Reise nach Frankfurt am Main, nach Baden-Baden, Ihre fluchtartige Abreise von Baden-Baden, der Umstand, dass Sie nur noch wenig Geld hatten und all Ihre Geschäfte nicht zustande gekommen waren, doch ungemein verdächtig sind. Ich hatte nur viel Geld zu erwarten. Klammern Sie sich nicht an Nebensächlichkeiten. Ihre Frau hat im Übrigen einen Brief hinterlassen, in dem sie der Vermutung Ausdruck gibt, dass sie zeitweise geistesgestört seien. Aus dem von Ihrer Frau entworfenen Testament, in dem sie unter anderem bestimmte, dass ihr Kind einen anderen Namen annehmen solle, gibt sie ziemlich unverhohlen der Überzeugung Ausdruck, dass sie sie für den Mörder Ihrer Mutter gehalten hat. Wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, während meiner Untersuchungshaft mit meiner Frau eingehen zu sprechen, dann hätte ich ihr den unwiderleglichen Beweis geliefert, dass ich nicht der Mörder bin. Wollen Sie uns das nicht sagen? Sie haben auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Es läge in Ihrem dringenden Interesse, das, was Sie Ihrer Frau sagen wollten, jetzt hier anzugeben. Was ich meiner Frau sagen wollte, kann ich niemand anderem mitteilen. Verteidiger? Ich ersuche den Angeklagten zu fragen, ob er am 6. November einen Revolver bei sich gehabt hat. Darüber verweigere ich die Antwort. Es ist aber in einem Ihrer Koffer ein Revolver gefunden worden. Das ist richtig. Mit diesem Revolver ist in Belgrad ein Attentat verübt worden. Ich habe ihn in der Türkei geschenkt erhalten. Haben Sie den Schuss gehört, der Ihre Schwiegermutter tot zu Boden gestreckt hat? Ich verweigere auch hierüber die Antwort. Nun, Angeklagte, ich frage Sie noch einmal. Bekennen Sie sich schuldig. Sie müssen doch selbst aus reinen Menschlichkeitsgründen sich sagen, dass Ihr Verteidigungssystem Sie stark verdächtig macht. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Ende von Abschnitt für 0,20 Abschnitt 26 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sandra Schmidt Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Unter allgemeiner Spannung wurde Fräulein Olga Molitor, eine große, schlanke, hübsche, rötlich-blonde Dame, als Zeugin in den Saal gerufen. Sie würdigte den Angeklagten keines Blickes. Der Angeklagte schlug die Augen nieder. Molitor bekundete Am 6. November 1906, nachmittags gegen 6 Uhr, klingelte es am Telefon. Das Mädchen fragte, wer da sei. Es wurde gesagt, Postinspektor Graf, er möchte Frau Medizinalrätin sprechen. Mama trat ans Telefon. Da wurde ihr gesagt, sie solle sofort aufs Postamt kommen. Das Aufgabeformular der gefälschten Dépêche sei aus Paris gekommen. Mama sagte, sie werde am folgenden Tage kommen, da sie sehr erkältet sei. Es wurde ihr aber erwidert, die Sache sei so dringend, dass sie sofort selbst zum Postamt kommen müsse. Mama zog sich infolgedessen sofort an. Sie wollte zunächst allein zum Postamt gehen. Ich erbot mich jedoch sogleich, sie zu begleiten. Als wir aus der Bismarckstraße kamen, sah ich eine Männergestalt, die uns auf Schritt und Tritt nachkam. Dies kam mir unheimlich vor. Plötzlich in der Nähe der Lindenstaffel krachte ein Schuss. Mama war getroffen. Sie fiel sofort lautlos zu Boden. Die Zeugin schlupzte bei diesen Wurten heftig. Nach dem Schuss sah ich einen Mann mit langem Mantel nach dem Bahnhof zulaufen. Vorsitzender, haben Sie den Mann genau gesehen? Zeugin, nein, ich bin genötigt, Ihnen die Frage vorzulegen. Hatten Sie irgendwelche nähere Beziehungen zu dem Angeklagten? Niemals. Hat der Angeklagte Ihnen einmal die Kur gemacht? Nein. Ist Ihnen bekannt, dass der Angeklagte bezüglich Ihrer Person einmal irgendwelche Absichten hatte? Ich habe niemals derartiges wahrgenommen. Halten Sie es für möglich, dass der Schuss aus irgendeiner Ursache Ihnen gegolten hat und dass irrtümlicherweise Ihre Frau Mutter getroffen wurde? Das halte ich für ausgeschlossen. Es soll einmal zwischen Ihrer verstorbenen Schwester Lina und dem Angeklagten zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen sein. Das ist möglich. Meine verstorbene Schwester war sehr eifersüchtig. Die Eifersuchtsszene soll irrtwegen entstanden sein? Das ist möglich. Ich hatte aber niemals das Gefühl, dass der Angeklagte sich mir auch nur nähern wollte. Dann erübrigt sich wohl auch die Frage, ob Sie dem Angeklagten einen Telegramm nach Dover gesandt haben. Ich habe dem Angeklagten niemals ein Telegramm gesandt. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie könne sich nicht enträtseln, wer das Telegramm in Paris an ihre Mutter aufgegeben habe. Dass ihre Schwester Lina das Telegramm aufgegeben, halte sie für ausgeschlossen. Wenn ihre Mutter mit dem nächsten Zuge nach Paris gekommen wäre, wie es in der Depesche verlangt wurde, dann hätte sie gegen 10 Uhr abends auf dem Ostbahnhof in Paris eintreffen müssen. Nach dem Tode der Mama habe sie mit der Schwester natürlicherweise über den Fall gesprochen. Die Schwester habe oftmals gesagt, ihre Lage sei geradezu entsetzlich. Es sei ihr, Zeugin, in der letzten Zeit einmal vorgekommen, als sei ihre Schwester eifersüchtig auf sie. Dies sei selbstverständlich ohne jeden Grund gewesen. Eine Eifersuchtsszene zwischen den Eheleuten habe sie niemals wahrgenommen. Auf weiteres Befragen bekundete die Zeugin, sie seien sieben Geschwister gewesen. Ihre Mutter hatte ein großes Vermögen. Die Mutter sei seinerzeit auf ärztliches Anraten nach Ajaccio gegangen. Es sei richtig, dass ihre Schwester mit dem Angeklagten geflohen sei. Ihre Schwester Luise habe erzählt, der Angeklagte habe in Realb auf ihre Schwester geschossen. Ihre Mutter habe auf dringendes Bitten ihrer Schwester eine sehr große Summe Geldes gegeben. Sie habe ihrer Schwester den Tod ihrer Mutter mit den Worten telegraphisch angezeigt. Mama dann und dann beerdigt. Daraufhin habe sie ein gänzlich verstümmeltes Telegramm aus London erhalten. Ihre Schwester habe ihr erzählt, die ersten Worte ihres Mannes nach dem Tode ihrer Mutter waren. Denkt ihr, es wird behauptet, ich habe deine Mutter ermordet. Sie erinnere sich, dass, als sie bei der Villa Engelhorn vorüberkamen, die Uhr fünf Minuten über sechs zeigte. Sie habe aber gehört, dass diese Uhr sehr vorgegangen sei. Unterwegs seien sie zwei elegant gekleideten Herren, einem Älteren und einem Jüngeren, ferner der Frau von Reizenstein und einem Automobil begegnet. Ob sie einen Mann von der Größe des Hau gesehen habe, könne sie nicht mit Bestimmtheit behaupten. Sie habe nicht die Beobachtung gemacht, dass ein Mann von der Statur des Hau sich in der Nähe ihrer Villa umhergetrieben hat. Nein. Sie haben früher gesagt, sie hatten das Empfinden, dass der Mann, der ihnen nachgekommen war, geschossen habe. Dieser Überzeugung bin ich noch heute. Sie haben ferner, so gleich nach dem Morde gesagt, es müsse ein Racheakt sein. Ich war der Ansicht, dass das Pariser Telegramm ein Racheakt war. Als nun Mama erschossen war, sagte ich, nun hat der Rächer seine Rache vollendet. Haben Sie eine bestimmte Person im Verdacht, die den Racheakt ausgeführt haben könnte? Nein. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie halte es für ausgeschlossen, dass vom Dienstpersonal ein Racheakt ausgeübt worden sei. Sie hatten einen Diener namens Wieland, dieser war aber sehr klein. Sie könne bestimmt versichern, dass nur ein Schuß gefallen sei. Angekl. Was haben Sie auf die Aussage des Fräulein Molitor zu sagen? Nichts. Sie haben nichts auf die Aussage zu bemerken? Nein. Angekl. Sie haben heute Vormittag Andeutungen gemacht, als ob zwischen Ihnen und der Zeugin nähere Beziehungen bestanden haben. Geben Sie jetzt zu, dass die Aussagen des Fräulein Molitor wahr sind? Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte die Zeugin, sie habe den Hau für einen abnorm klugen, geistig sehr hochstehenden Mann gehalten. Auf Befragen des geheimen Hofrats, Prof. Dr. Hoche, bemerkte die Zeugin, der Angeklagte sei ihr wohl oftmals etwas komisch vorgekommen. Sie habe aber keinerlei Wahrnehmungen gemacht, die auf Geistesgestörtheit des Angeklagten hätten schließen lassen. In den ersten Jahren der Verheiratung ihrer Schwester mit dem Angeklagten habe eine gewisse Spannung bestanden. Sie habe lediglich ihrer Schwester geschrieben, den Mann aber niemals grüßen lassen. Man hatte ihm nicht verziehen, dass er ihre Schwester verführt hatte. Es sei erst später zu einem Ausgleich gekommen. Der Angeklagte habe sehr große Ausgaben gemacht. Er habe allerdings stets von großartigen Plänen, durch die er Unsummen verdienen werde, gesprochen. Haben Sie ihm das geglaubt? Jawohl. Wenn Sie gewusst hätten, dass seine Pläne nur Flunkerei seien, würden Sie alsdann sein luxuriöses Leben gebilligt haben? Dann keineswegs. Es wurde alsdann der türkische Schifakat-Orden vorgelegt. Es ist das, ein Orden mit vielen Brillanten besetzt. Diesen Orden hatte der Angeklagte seiner Frau mitgebracht. Von wem hatten Sie den Orden? Er ist für meine Frau verliehen worden. Von wem ist er Ihnen verliehen worden? Von der Pforte? Wer ist die Pforte? Das türkische Ministerium des Auswärtigen. Bei uns verleiht Orden der Souverän. Vom deutschen Botschafter in Konstantinopel ist festgestellt worden, dass seit März 1906 ein solcher Orden nicht verliehen worden ist. Haben Sie den Orden vielleicht bei einem Juwelier gekauft? Nein, ich habe den Orden von einem türkischen Großwürdenträger erhalten. Wer war dieser Großwürdenträger? Ich lehne es ab, den Namen zu nennen. Große Heiterkeit im Zuschauerraum. Fräulein Olga Molitor bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, der Orden sei ihr sehr komisch vorgekommen. Sie habe gesagt, das seien gar keine Brillanten, sondern nur Kiesel. Auf Antrag des Verteidigers wurde ein Brief der verstorbenen Gattin des Angeklagten verlesen. In diesem klagte diese ihrer Mutter ihre Not. Sie müsse sich sogar selbst die Wäsche waschen. Sie sei trotzdem mit ihrem Schicksal ganz zufrieden. Es wäre eine Grausamkeit, ihr Familienglück stören zu wollen. Ihr Mann habe trotz seiner Jugend eine hervorragende Stellung bei der Universität erlangt. Geheimer Medizinalrat Dr. Naumann Baden bekundete, er sei viele Jahre Hausarzt bei Molitor gewesen. Die ermordete Frau Molitor habe ihm oftmals gesagt, sie ahne nicht, wie viel ich nach Amerika schicken muss. mehr als meine anderen Kinder wissen dürfen. Der Angeklagte habe in der letzten Zeit oftmals von seinen großen Einnahmen gesprochen und seine Frau mit Geschenken überschüttet. Auf Vorhalt der alten Frau Molitor habe der Angeklagte gesagt, wir haben schlimme Zeiten durchgemacht, jetzt da es uns gut geht, muss es mir auch gestattet sein, meine Frau reichlich zu beschenken. Der Angeklagte habe es auch veranlasst, dass Fräulein Olga mit nach Paris gefahren sei, dass zwischen letzterer und dem Angeklagten nähere Beziehungen bestanden haben, halte er für ausgeschlossen. Frau Molitor sei eine kerngesunde Frau gewesen, die noch gut 15 bis 20 Jahre leben konnte, zumal in ihrer Familie mehrere Leute sehr alt geworden seien. Der Täter müsse in kniender Stellung geschossen haben, um das Herz zu treffen. Die Kugel sei in den Rücken durch die Rippen mitten durch das Herz gegangen. Der Gerichtshof beschloss, Fräulein Olga Molitor zu vereidigen. Letztere bekundete noch auf Befragen, ihre Schwester Lina habe sich vor einigen Wochen im Pfeffikoner See bei Zürich ertränkt. Ihre Schwester habe ein Testament hinterlassen und sie, Zeugin, in einem längeren Brief gebeten, sich ganz besonders ihres Kindes anzunehmen. Das Kind solle einfach, aber fein erzogen werden. Auf Befragen des Verteidigers bemerkte die Zeugin, ihre Schwester Lina habe in Paris zu ihrer Mutter gesagt, weißt du, ich kann mir nicht helfen, ich bin auf Oggeli eifersüchtig. Sie, Zeugin, sei in der Familie Oggeli genannt worden. Es erschien hierauf als Zeuge, Redakteur Bratter. Er sei ständiger Korrespondent der New York Sun in Konstantinopel. Er wohne augenblicklich vorübergehend in Berlin. Er habe den Angeklagten in Konstantinopel kennengelernt. Der Angeklagte, der sich einfach Herr Hau, nicht Doktor nannte, habe in Konstantinopel mit den höchsten türkischen Würdenträgern und Vertretern großer europäischer Zeitungen verkehrt. Er habe angeblich für eine amerikanische Reederei und für eine Gesellschaft Geschäfte zu machen gesucht, die sich mit Schießverbesserungen beschäftige. Er sei in Konstantinopel als Grand Seigneur aufgetreten, habe viel Geld verbraucht. Hau habe erzählt, sein Vater sei ein steinreicher Bankier, seine Mutter oder Stiefmutter eine geborene Gräfin. Seine Stiefmutter sei eine bildschöne Frau, in die er sich schon als 14-jähriger Knabe verliebt habe. Seine Schwiegermutter sei ebenfalls eine steinreiche Frau von Molitor. Er habe gesagt, er sei Rechtsbeirat der türkischen und chinesischen Botschaft in Washington, konsultativer Rechtsanwalt und Universitätsprofessor in Washington. Sein Gesamteinkommen betrage 250.000 Mark jährlich. Er hatte sich in Konstantinopel eine Jacht gepachtet, die ihm jährlich 2000 Mark kostete. Er hatte eine so große Vorliebe für Edelsteine, dass er, Zeuge, zu der Ansicht gekommen sei, Hau sei pathologisch zu beurteilen. Er habe so viel von sexuellen Ausschweifungen erzählt, die er schon als Student getrieben, dass er das für Übertreibung gehalten habe. Auch von sexuellen Ausschweifungen, die er in Konstantinopel getrieben, habe der Angeklagte viele Bälle besucht und so weiter. Einer Sängerin namens Otero hatte er ein Zimmer gemietet, für das er sechzig Kronen monatlich zahlte. Er habe einmal den Angeklagten gefragt, was denn seine Frau machen würde, wenn sie von seinem ausschweichenden Leben erfahre. Darauf habe er er widdert, dann würde sie sich sofort scheiden lassen. Hau habe ein anderes Mal erzählt, sein Vater sei so viel erzählt, dass er ihn für pathologisch gehalten habe. Von Hau selbst und anderen sei ihm mitgeteilt worden, Hau werde scharf von Spionen überwacht und den Anarchisten denunziert. Vom Sultan sei Hau nicht empfangen worden. Dass der Sultan Frau Hau empfangen wollte und dass Hau vom deutschen Kaiser empfangen werden sollte, habe er Zeuge nicht gehört. Er bezweifle, dass Hau bei dem Angeklagten einen Revolver gesehen. In Konstantinopel müsste jeder einen Revolver haben. Auf Befragen des Verteidigers bemerkte der Zeuge, der Verkehr, den der Angeklagte mit Vertretern der Presse und so weiter hatte, habe keinerlei Anstoß erregt, wohl aber sein Verkehr mit dem Kammerdiener eines Botschafters. Mit diesem durfte ein Mann von der sozialen Stellung des Angeklagten nicht verkehren. Es sei richtig, dass es längere Zeit dauere, ehem man imstande sei, in Konstantinopel ein Geschäft zu machen. Hierauf wurde der gerichtliche Schreibsachverständige Langenbruch Berlin als Sachverständiger vereidigt. Als Langenbruch seinen Vortrag beginnen wollte, bemerkte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Dietz, der Angeklagte gibt die Erklärung ab, dass er das Pariser Telegramm geschrieben habe. Große anhaltende allgemeine Bewegung. Vorsitzender, Angeklagter, wollen Sie diese Erklärung selbst abgeben? Ich gebe zu, das Pariser Telegramm geschrieben zu haben. Erneute allgemeine Bewegung. Hat Ihre Frau davon Kenntnis gehabt? Darüber gebe ich keine Erklärung ab. Sie geben aber zu, das Pariser Telegramm an Ihre Schwiegermutter geschrieben und es auf dem Telegrafenamt in Paris aufgegeben zu haben. Ich habe nur erklärt, dass ich das Telegramm geschrieben habe. Und wer hat das Telegrafenamt befördert? Darüber will ich keine Erklärung abgeben. Frau Dr. Müller Linz, die Tante des Angeklagten, bekundete. Ich fragte einmal Frau Hau, ist es wahr, dass Ihre Schwester Olga in Ihren Mann verliebt ist? Frau Hau antwortete, jawohl, das ist leider wahr. Haben Sie das nicht Ihrer Mutter erzählt und Ihre Schwester zur Rede gestellt? fragte ich. Frau Hau versetzte, ich habe es meiner Mutter erzählt und auch meine Schwester mit den Worten zur Rede gestellt. Was hast du mit meinem Mann für ein Techtel Mächtel? Auf Befragen eines Geschworenen bemerkte die Zeugin, sie wäre in der Lage und auch bereit gewesen, dem Angeklagten 10.000 Mark ihren Kindern bis zu 50.000 Mark zu leihen. Der Angeklagte sei, solange er bei ihr in Pension war, sehr religiös gewesen. Sie habe erfahren, dass der Angeklagte in Untersuchungshaft den Geistlichen Empfangen, gebeichtet und Absolution erhalten habe. Ein Geschworener Der Angeklagte hat heute Vormittag zugegeben, die Pariser Depesche geschrieben zu haben. Weiß Fräulein Olga Molitor vielleicht, weshalb der Angeklagte auf alle davon ist mir nichts bekannt. Far Kurat Link, Karlsruhe, bezeichnete es als falsch, dass er dem Angeklagten Absolution erteilt habe. Oberleutnant Molitor vom 145. Infanterie Regiment in Metz Er sei der Sohn der Ermordeten. Als er die Nachricht von dem Tode seiner Mutter erhielt, glaubte er zunächst, seine Mutter sei einem Schlaganfall erlegen. Erst als er in Baden-Baden in die Villa seiner Mutter schossen worden sei. Der Verdacht der Täterschaft fiel sofort auf Hau. Nur seine Schwester Lina hielt die Täterschaft ihres Mannes für unmöglich. Sie sagte, ihr Mann habe so viel Feinde, dass die Tat jemand begangen haben könne, um den Verdacht auf ihren Mann zu lenken. Schließlich habe sie aber nicht mehr an die Schuldlosigkeit ihres Mannes geglaubt. Vorsitzender Es ist Ihnen bekannt, dass ihre verstorbene Frau Mutter ein Telegramm aus Paris erhalten hat, in dem sie aufgefordert wurde, mit dem nächsten Zuge nach Paris zu kommen. Hätte ihre Frau Mutter den nächsten Zug benützt, dann wäre sie abends nach zehn Uhr auf dem Ostbahnhof in Paris angekommen. Der Angeklagte hat gestern zugegeben, das Telegramm geschrieben zu haben, und zwar um die Entfernung ihrer Schwester Olga zu bewirken. Haben sie irgendetwas wahrgenommen, was auf nähere Beziehungen zwischen ihrer Schwester Olga und dem Angeklagten schließen ließe? Nein. Der Zeuge gab als dann näheren Aufschluss über den Leichenbefund seiner Schwester Lina, Gattin des Angeklagten, die sich bekanntlich am 7. Juni 1907 im Pfeffikoner See in der Schweiz ertränkt hat. Der Vorsitzende verlas einen bei der Frau Lina Geistlichen beerdigen zu lassen. Mein Testament befindet sich in einer Schublade in der Villa Molitor zu Baden-Baden. Der Grund meines Selbstmordes ist leicht zu erraten. Mein Mann, den ich über alles liebte, wird der Ermordung meiner Mutter beschuldigt. Ich kann diesen Zustand nicht länger ertragen. Der Zeuge Oberleutnant Molitor bemerkte im weiteren Auf Befragen des Staatsanwalts, nachdem er seiner Schwester die Sachlage klargemacht hatte, begann sie zu weinen. Sehr bald darauf sagte sie, sie habe sich nunmehr von der Schuld ihres Mannes überzeugt, sie habe dies auch dem Verteidiger ihres Mannes in London mitgeteilt. Der Angeklagte wurde bekanntlich in London verhaftet und erst nach diplomatischen Unterhandlungen ausgeliefert. Oberleutnant Molitor bekundete ferner, seine Schwester sei nachher noch mehrfach schwankend gewesen. Sie sagte einmal, solange noch ein Atom vorhanden ist, das gegen die Schuld meines Mannes spricht, werde ich meinen Mann verteidigen. Wenn ich mich aber von der Schuld meines Mannes überzeugen sollte, dann ist es mit meinem Leben zu Ende. Vorsitzender? Nun, Angeklagter, was haben Sie hierzu zu sagen? Auf die ganze Aussage? Nichts. Der Gerichtshof beschloss, den Zeugen zu vereidigen. Der Vorsitzende verlas noch einen von Lina Hau an den Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, gerichteten Brief, der etwa folgendermaßen lautete. Geehrter Herr Doktor, der Besuch bei Hau im Gefängnis war vollständig unbefriedigend. Wir waren beide nah an hysterischen Anfällen. Ich kann nicht mehr weiterleben. Ich kann die Verhandlung nicht überleben. Ich habe meinem Manne Vorstellungen gemacht, aber dabei die Menschlichkeit nicht außer Acht gelassen. Ich will hoffen, dass dieser Brief keine üble Nachfolge haben wird. Dringen Sie in ihn. Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, seine Frau habe ihm in Gegenwart des Gefängnis Inspektors gesagt, sie könne unmöglich die Verhandlung überleben, da, wie doch der Staatsanwalt angedeutet habe, Dinge vorkommen werden, die für die Familie sehr unangenehm sein dürften. Seine Frau habe ihn aufgefordert, einen Selbstmord zu begehen, um die Verhandlung unmöglich zu machen. Er habe erwidert, er könne diesen Rat nicht befolgen, da dies ein Schuldbekenntnis wäre. Vorsitzender Weshalb haben Sie nicht wenigstens den Versuch gemacht, Ihre Frau von dem Selbstmord abzuhalten? Ich habe das sofort getan. Ich habe sogleich gebeten, den Doktor Dietz versprach mir auch auf mein Bitten sofort alles zu tun, um meine Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten. Verteidiger Rechtsanwalt Dietz Ich kann dies bestätigen. Ich habe auch sofort das Erforderliche getan, Frau Hau war aber bereits abgereist. Ihr Aufenthalt konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls scheint Ihre Frau von ihrer Schuld überzeugt gewesen zu sein. Keineswegs. Sie sagte nur, sie könne die Verhandlung nicht überleben den der Dinge vorkommen dürften, die für die Familie unangenehm sein werden. Staatsanwalt Ich habe Frau Hau seit November 1906 nicht mehr gesprochen. Ich habe mir eines Tages den Angeklagten vorführen lassen, ihm das gesamte Beweismaterial vorgehalten und ihn gefragt, ob er wirklich die gesamten Verhältnisse der Familie Beständnis bewegen, zumal er bereits zugestanden hatte, das Telegramm nach London an sich selbst geschickt zu haben. Frau Stahl, Frankfurt am Main, sie sei die Schwester der Stiefmutter des Angeklagten. Der Angeklagte habe ihr einmal erzählt, er habe in Konstantinopel ein Souper gegeben, das 1600 Franken gekostet habe, allerdings sei das nicht oftmals vorgekommen. Er sei in Konstantinopel einmal von einem maskierten Räuber in seinem Hotelzimmer überfallen worden. Er habe den Räuber mit einem geladenen Revolver so lange in Schach gehalten, bis auf sein Hilfegeschrei das Hotelpersonal herbeigeeilt sei und den Räuber festgenommen habe. Er habe ihr ferner erzählt, der Sultan habe den Wunsch geäußert, seine Frau zu empfangen. Da diese aber nicht kam, habe der Sultan einen Vertreter nach Baden Baden gesandt, um amerikanische Verhältnisse halte. Auf dem Wege von Konstantinopel nach Wien habe sich ihm mit aller Gewalt eine Dame aufgedrängt. Diese mußte er mit vielem Gelde unterstützen, obwohl er deren Anerbietungen abgelehnt hatte. Er trug 5000 Franken bei sich. Auf ihrer der Zeugin Frage, weshalb er so viel Geld bei sich trage, sagte er, jawohl, das muss ich tun. Wenn ich Sie habe sofort, als sie ans Telefon trat, mit voller Bestimmtheit die Stimme des Dr. Hau erkannt und habe dies auch sogleich der Medizinalrätin mitgeteilt. Auf nochmaligen Vorhalt des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, ich habe bezüglich meines Aufenthalts in Baden-Baden vieles zugegeben, um nicht nach Baden-Baden transportiert zu werden. Ich kann aber nicht zugeben, daß ich meine Schwiegermutter mittels Fernsprecher nach dem Postamt bestellt habe. Ich verweigere im Übrigen bezüglich meines am November in Baden-Baden geschehenen Aufenthalts jede Erklärung. Untersuchungsrichter Amtsrichter Dr. Ritter bekundete als Zeuge, der Angeklagte habe zunächst alles bestritten, schließlich aber gesagt, er wolle Tatsachen, die durch Zeugen bewiesen werden können, nicht bestreiten, nur über Motive lehne er jede Erklärung ab. Er gab schließlich auf Vorhall zu, in Frankfurt gewesen zu sein, sich dort einen falschen Bart und Perücke habe anfertigen lassen, am 6. November 1906 in Baden-Baden gewesen zu sein, dort auf einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße gesessen und an diesem Tage einen falschen Bart getragen zu haben. Ich sagte, geben Sie auch zu, am Abend des 6. November in Baden-Baden an ihre Schwiegermutter, die Frau Medizinalrätin Molitor, telefoniert und sie nach dem Postamt bestellt zu haben. Nach einigem Zögern versetzte er, das gebe ich zu. Geben Sie auch zu, ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? fragte ich. Nach einigem Zögern sagte der Angeklagte, das kann mir der Herr Untersuchungsrichter nicht beweisen. Im weiteren Verlauf wurde Referendar und Maler Lenk als Zeuge vernommen. Er sei wegen Verdachts eines Sittlichkeitsvergehens verhaftet gewesen. Er hatte die Vermutung, dass er verhaftet, zumindest dass seine Haft in die Länge gezogen worden sei, damit er in dem Prozess Hau als Zeuge auftreten könne. Er sei so wenig belastet gewesen, dass er vom Schöffen Gericht ohne weiteres freigesprochen worden sei. Das Gericht habe aber selbst eine hohe Kaution abgelehnt. Er habe deshalb von vornherein den Entschluss gefasst, wenn er als Zeuge geladen werden sollte, sein Zeugnis zu verweigern. Durch die Verhandlung, die er in den Zeitungsberichten verfolgt habe, sei er jedoch in seinem Entschluss schwankend geworden. Er erkläre, wenn er von der Schuld des Angeklagten überzeugt wäre, würde er Zeugnis ablegen. Da das aber nicht der Fall sei, so verweigere er über die von ihm im Untersuchungsgefängnis gemachten Wahrnehmungen die Aussage. Ich habe gestern Nacht, so etwa fuhr der Zeuge fort, an Fräulein Olga Molitor geschrieben und sie um eine Unterredung ersucht. Fräulein Olga Molitor und ihr Bruder haben aber die Unterredung abgelehnt. Als ich Oberleutnant Molitor sagte, es handele sich um sehr wichtige Dinge, und zwar sowohl im Interesse der Familie Molitor als auch des Angeklagten sagte Oberleutnant Molitor das Interesse des Angeklagten ist mir vollständig gleichgültig. Vorsitzender Wenn Fräulein Olga Molitor ihnen die Unterredung gewährt hätte, dann würde sie doch zur Kenntnis des Gerichts gekommen sein. Zeuge Das mag sein, jedenfalls lehne ich es ab über das, was mir der Angeklagte gesagt hat, Zeugnis abzulegen, selbst auf die Gefahr hin, dass das Zwangsverfahren gegen mich angewendet werden sollte. Große Bewegung im Zuhörerraum Verteidiger Ich beantrage gegen den Zeugen das Zwangsverfahren anzuwenden. Die Sache ist doch zu wichtig, als dass ich auf das Zeugnis des Herrn Lenk verzichten könnte. Vielleicht teilt der Angeklagte mit, was er dem Zeugen mitgeteilt hat. Wir kämen dadurch über das sehr missliebige Zwangsverfahren hinweg. Ich beantrage den Zeugen zu fragen, erstens, ob der Angeklagte ihm Mitteilungen gemacht hat, zweitens, in welcher Stimmung sich der Angeklagte befunden hat, drittens, im Falle der Bejahung der Frage zu eins, was ihm der Angeklagte mitgeteilt hat. Ich erkläre, dass mir der Angeklagte Mitteilungen gemacht hat. In welcher Stimmung befand sich der Angeklagte? Diese Frage kann ich nicht ohne weiteres beantworten. Weshalb nicht? Ich war 14 Tage mit dem Angeklagten zusammen im Gefängnis. Wenn ich die Frage ohne weiteres beantworte, dann könnte das zu falschen Schlüssen führen. Lautes Bravo im Zuhörerraum. Das Publikum hat sich jeder Beifalls- und Missfallsbezeugung zu enthalten. Sollte sich ein solcher Vorgang wiederholen, dann werde ich den Zuhörerraum unverzüglich räumen lassen. Wollen Sie also die zweite Frage beantworten? Im Allgemeinen kann ich nur sagen, der Angeklagte war außergewöhnlich aufgeregt. Und was hat Ihnen der Angeklagte mitgeteilt? Darüber verweigere ich die Aussage. Wir haben uns gegenseitig das Wort gegeben, über unsere Unterhaltung gegen niemanden etwas verlauten zu lassen. Ich fühle mich verpflichtet, dies mein Wort zu halten. Hatte auch der Angeklagte die Vermutung, dass sie zu ihm gesetzt worden seien, um ihn auszuhorchen? Wir waren beide von vornherein dieser Überzeugung. Wollen Sie sagen, ob und wie sich der Angeklagte über die ihm vom Staatsanwalt gemachte Mitteilung betreffs des Selbstmordes seiner Frau geäußert hat? Jawohl, der Angeklagte sagte, der Staatsanwalt hat mit dem Selbstmord meiner Frau in einer Weise operiert, die ich nur als im höchsten gerade unmoralisch bezeichnen kann. Und was haben Sie weiter mit dem Angeklagten gesprochen? Wir haben uns viel über Religion, Politik und andere wissenschaftliche Fragen unterhalten. Das interessiert uns nicht. Wollen Sie nicht sagen, was der Angeklagte Ihnen für Mitteilungen gemacht hat? Nein. Staatsanwalt? Sie sind gestern Abend im Hotel Erbprinz mit der Familie Hau zusammen gewesen? Ich war gestern Abend mit Herrn Rechtsanwalt Vögele im Hotel Erbprinz. Mit der Familie Hau war ich nicht zusammen. Ich hörte erst später, einige Tische vor uns die Familie Müller gesessen hat. Rechtsanwalt Vögele bestätigte das und bemerkte, er habe dem Angeklagten gesagt, er könne das Zwangsverfahren nur dann umgehen, wenn ihm der Angeklagte erlaubt, die Mitteilung preiszugeben. Angeklagter wollen Sie den Zeugen von seinem Versprechen nicht auszusagen entbinden? Nein. Große Bewegung im Zuhörerraum. Dann beantrage ich, das Zwangsverfahren gegen den Zeugen in Anwendung zu bringen. Herr Zeuge, ich frage Sie, ob Sie bei Ihrer Zeugnisverweigerung beharren. Ich muss erklären, dass ich mich dem Angeklagten gegenüber verpflichtet fühle, mein Zeugnis zu verweigern. Sie haben bereits gesagt, dass der Angeklagte über die Tat selbst sich nicht geäußert hat. Jawohl. Sie haben alsdann gesagt, Sie haben den Angeklagten gefragt, was ihn veranlasst habe, noch einmal nach dem Kontinent zu kommen. Auf die Frage, was Hau darauf geantwortet hat, haben Sie die Aussage verweigert. Jawohl, ich Bleicher. Der Herr Zeuge hat sich wichtig gemacht und sich selbst als Zeuge angeboten. Er ist daher auch verpflichtet, Zeugnis abzulegen. Da der Zeuge sich weigert, so beantrage ich zunächst den § 69 Absatz 1, eventuell auch den Absatz 2 gegen ihn in Anwendung zu bringen. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sandra Schmid Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 3 Der Gerichtshof trat schließlich in Beratung. Der Vorsitzende verkündete alsdann. Der Gerichtshof hat beschlossen, den Zeugen Kunstmaler Lenk, weil er ohne gesetzlichen Grund sein Zeugnis verweigert, aufgrund des § 69 Absatz 1 der Strafprozessordnung zu einer Geldstrafe von 50 Mark, für die ihm Nichtbeitreibungsfalle drei Tage Haft zu substituieren seien, zu verurteilen. Von einer Zwangshafte aufgrund des § 69 Absatz 2 der Strafprozessordnung hat der Gerichtshof vorläufig Abstand genommen. Verteidiger? Dann bleibt eine äußerst wichtige Sache in diesem Prozess unaufgeklärt. Der Gerichtshof hat auch den Zeugen zu einer Strafe verurteilt. Es hätte doch auf alle Fälle durch Anwendung der Zwangshaft der Versuch unternommen werden müssen, den Eigensinn des Zeugen zu brechen, damit er seine Wissenschaft über einen sehr wichtigen Punkt kundgibt. Es entsteht doch die Frage, ob, wenn der Zeuge in Haft genommen worden wäre, er aussagen würde. Der Versuch hätte unternommen werden müssen. Jedenfalls bleibt die Tatsache bestehen, dass in Karlsruhe ein Mann, ein Kunstmaler und Referendar umherläuft, der sich weigert in einem Prozess, in dem es sich um Leben und Tod handelt, in einer hochwichtigen Sache eine Aussage zu machen. Referendar Lenk Ich muss dem Herrn Verteidiger bemerken, dass ich nicht aus Eigensinn mein Zeugnis verweigere. Ich muss daher diesen Vorwurf zurückweisen. Ich bemerke aber außerdem, dass mich auch die Zwangshaft nicht veranlassen würde, von meinem Entschluss abzugehen. Der Gerichtshof hat bei der Beschlussfassung erwogen, dass es in den Händen des Angeklagten liegt, den Zeugen zum Sprechen zu bringen. Jedenfalls ist der Beschluss gefasst und vorläufig ist daran nichts mehr zu ändern. Nunmehr erhob sich der Angeklagte und bemerkte unter größter allgemeiner Spannung Ich will nicht, dass der Herr Zeuge meinetwegen bestraft wird. Ich will deshalb eine Erklärung abgeben. Ich bin nach dem Kontinent und nach Baden-Baden gereist, um meine Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen, ehe ich nach Amerika zurückgehe. Die Eifersuchtszenen in Paris sind Gegenstand der Erörterung gewesen. Meine Schwägerin Olga hat daran nicht die mindeste Schuld. Leider kann ich nicht dasselbe von mir sagen. Das ist ganz eigentümlich. Weshalb sind sie als dann zunächst nach Frankfurt gefahren und haben sich dort einen falschen Bart und Perücke bestellt, um sich zu vermummen? Ich wollte nicht erkannt werden. Sie sind aber auch nach Baden-Baden vermummt gefahren. Ich habe schon gesagt, ich wollte nicht erkannt werden. Wollten sie in der vermummten Weise ihrer Schwägerin Olga entgegentreten? Angeklagter schwieg. Wollten sie ihre Schwägerin nur sehen oder auch sprechen? Auch sprechen. Dann lag doch die Gefahr vor, dass ihre Schwägerin sich vor ihnen gefürchtet hätte. Ich hätte zu rechter Zeit den Bart abgenommen. Deshalb sandten sie eine Depesche an sich nach London? Jawohl, ich konnte doch meiner Frau nicht sagen, dass ich nach dem Kontinent beziehungsweise nach Baden-Baden reisen wollen, ihrer Schwägerin Olga sprechen. Ich empfand das dringende Bedürfnis, noch einmal meine Schwägerin Olga zu sehen und mich mit ihr auseinander zu setzen, um in der Lage zu sein, wieder mit meiner Frau in Frieden zu leben. Dann sind sie also der Mann gewesen, den Frau von Reizenstein beobachtet hat. Das ist möglich. Auf welche Weise wollten sie sich ihrer Schwägerin Olga nähern. Ich glaubte, ich werde Gelegenheit haben, meine Schwägerin allein sprechen zu können. Haben sie sich deshalb in der Nähe der Villa Molitor auf die Bank gesetzt? Jawohl. Sie haben als dann wohl ihre Schwiegermutter deshalb auf die Post bestellt, weil sie der Ansicht waren, sie hätten infolgedessen Gelegenheit, mit Olga zu sprechen? Jawohl. Sie geben also zu, ihre Schwiegermutter unter dem Vorgeben, der Postinspektor Graf zu sein, auf das Postamt bestellt zu haben. Jawohl. Dann können sie uns auch vielleicht sagen, wer den Schuss abgegeben hat. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht schießen hören. Haben sie nicht geschossen? Keineswegs. Haben sie vielleicht die Absicht gehabt, ihre Schwiegermutter zu erschießen? Keineswegs. Haben sie, um schneller in den Besitz der Erbschaft zu kommen, auf ihre Schwiegermutter geschossen? Keineswegs. Weshalb sind sie aber, wenn ihr Gewissen rein war, mit so großer Eile am selben Abend nach London zurück geweist? Ich wurde doch allgemein beobachtet. Ich sah also ein, dass meine Bemühungen, meine Schwägerin zu sprechen, nutzlos waren. Weshalb haben sie sich denn nicht früher erklärt? Ihre Untersuchungshaft wäre doch wesentlich abgekürzt worden. Ich wollte nicht, dass meine Frau erfährt, dass ich meiner Schwägerin wegen nach Baden Baden gefahren war. Wenn sie gesprochen hätten, dann hätten sie zumindest den Selbstmord ihrer Frau verhindert. Wenn ich alles so ruhig überlegt hätte, wie heute, dann würde ich es getan haben. Als ihre Frau sie zum letzten Male im Gefängnis besuchte, dann muss sie aus ihren Erzählungen offenbar die Überzeugung gewonnen haben, dass sie der Mörder ihrer Mutter seien. Sie hat ihnen ja auch direkt gesagt, sie könne das nicht überleben. Weshalb machten sie nicht wenigstens den Versuch, ihre Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten? Ich habe ja schon gesagt, dass ich alles aufgeboten habe, um meine Frau vom Selbstmord zurückzuhalten. Meine Frau hat Behandlungsweise zu der Erhebung des Schecks in Wien. Ich habe bereits gesagt, dass ich den Scheckbetrag in einem Zustande der Bewusstlosigkeit erhoben habe. Aus welchem Gründe sandten sie das Telegramm aus Paris an ihre Schwiegermutter? Ich wollte, dass Olga mit meiner Schwiegermutter so schnell als möglich zurückkehrte, weil durch deren Anwesenheit unser ehelicher Friede gestört war. Dann hätte es doch näher gelegen an ihre Schwiegermutter zu telegrafieren, lass Olga sofort nach Baden-Baden kommen. Man handelt nicht immer mit ruhiger Überlegung. Weshalb haben sie hinter dem Rücken ihrer Frau ihre Mitgift im Betrage von 65.000 Mark mit nach Konstantinopel genommen? Weil ich das Geld zu Spekulationszwecken verwenden wollte. Das sollte meine Frau nicht wissen. Wenn sie nicht den Mut fanden, sich ihrer Frau mündlich zu offenbaren, dann hätten sie es doch schriftlich tun können. Sie hätten als dann jedenfalls den Selbstmord ihrer Frau verhindert. Ich befürchtete, ein solcher Brief, der doch erst durch mehrere Hände gehen muss, würde nicht befördert werden. Diese Befürchtung war vollständig grundlos. Es ist auch kaum glaubhaft, dass dieser Umstand sie von einem solchen Schreiben abgehalten hat. Sie sind von allen Seiten als ein intelligenter, geistbegabter Mensch geschildert worden. Sie sind Universitätsprofessor gewesen und sind Rechtsanwalt. Wenn man dies alles erwägt, Angeklagter, so erscheint ihre ganze Handlungsweise schwer erklärlich. Angeklagter schwieg. Staatsanwalt, weshalb haben sie nicht an ihre Schwägerin eine Karte geschrieben, in der sie sie um eine Unterredung ersuchten? Schwägermutter fälschlich nach dem Postamt zu bestellen. Ich befand mich in geistig anormalem Zustande. Verteidiger? Es ist hervorgehoben worden, dass zwischen meinem und dem Verteidigungssystem des Angeklagten ein Unterschied besteht. Ich bemerke, dass ich nur nach meinen Informationen handeln konnte. Nachdem ich die Verteidigung übernommen hatte, sagte ich zum Angeklagten, ich kann nicht wissen, ob Sie der Täter sind. Das müssen Sie aber wissen. Sie sind Jurist und Rechtsanwalt. Sie werden mithin wissen, was Sie mir für Informationen zu geben haben. Der Angeklagte versetzte, halten Sie mich meinetwegen für den Täter, ich gebe keine weitere Erklärung. Als dann erbart sich Referanda Lenk das Wort. Wollen Sie jetzt Zeugnis ablegen? Teilweise. Was wollen Sie sagen? Ich will sagen, dass im Übrigen stimmen seine heutigen Angaben nicht mit denen, die er mir gemacht hat. Der Angeklagte hat mir Mitteilung gemacht, die einen Schluss auf die Tat zulassen. Im Übrigen verweigere ich die Aussage. Es wurde als dann nochmals Fräulein Olga Molitor hervorgerufen. Sie haben gehört, Fräulein Molitor, was der Angeklagte gesagt hat. Was sagen Sie dazu? Ich hatte bisher keine Ahnung von alledem. Halten Sie es für möglich, dass der Angeklagte von London nach Baden Baden gekommen ist, lediglich um noch einmal Sie zu sehen und zu sprechen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hätten Sie denn den Angeklagten, wenn er sich Ihnen mit einem falschen Bart genähert hätte, erkannt? Es ist möglich. Wenn der Angeklagte sich Ihnen offenbart Staatsanwalt und Verteidiger erklärten hierauf auf jede weitere Zeugenvernehmung zu verzichten. Geheimer Hofrat Prof. Dr. Hoche Freiburg Der Angeklagte war ein frühreifer Jüngling, der sehr verschlossen war. Er habe, als er fast noch im Knabenalter war, ein sehr ausschweifendes Leben geführt und sich dadurch eine böse Krankheit zugezogen. Er habe später an Kopfschmerz und Schlaflosigkeit gelitten. Andererseits habe er ein ausgezeichnetes Gedächtnis. In der Verhandlung habe er eine staunenswerte Ruhe und Schlagfertigkeit an den Tag gelegt. Dem Angeklagten wäre es, vermöge seiner großen Intelligenz und Energie, ein leichtes gewesen, etwa vorhandene geistige Abnormitäten zu überwinden. Er könne sein Gutachten dahin zusammenfassen. Der Angeklagte habe sich am 6. November 1906 nicht in einem Zustande der Bewusstlosigkeit oder Geistesstörung befunden, wodurch seine Behinderungsbestimmung ausgeschlossen war. Prof. Dr. Aschaffenburg, Köln Der Angeklagte habe ihm erklärt, er habe die Tat nicht begangen. Es sei ihm nicht einmal bekannt gewesen, dass seine Schwiegermutter tot sei. Er habe kein pathologisches Moment an dem Angeklagten wahrgenommen. Dagegen sei der Angeklagte ein durch und durch psychopathischer Mensch. Er komme ebenfalls zu dem Schluss, der Angeklagte habe sich am 6. November 1906 nicht in einem Zustande der Bewusstlosigkeit oder Geistesstörung befunden, die seine freie Willensbestimmung ausschloss. Unter allgemeiner Spannung wurde der Diener Paul Wieland als Zeuge in den Saal gerufen. Er war ein schlanker, großer, junger Mann von 21 Jahren. Er machte einen sehr harmlosen und vertrauenswürdigen Eindruck. Der Verteidiger protestierte gegen die Vorvereidigung des Zeugen. Wenn der Angeklagte auch sagt, er sei der Meinung, dass Wieland als Täter nicht in Betracht komme, so sei doch ein leiser Verdacht der Täterschaft nicht ausgeschlossen. Staatsanwalt Es ist bisher auch nicht der geringste Schimmer eines Verdachts der Täterschaft gegen den Zeugen zutage getreten. Es liegt mithin keinerlei Grund zur Aussetzung der Vereidigung vor. Angeklagter Ich habe gegen die Vereidigung des Zeugen nichts einzuwenden. Der Gerichtshof beschloss, die Vereidigung auszusetzen. Der Zeuge erklärte als dann auf Befragen des Vorsitzenden, er sei in der Frankfurter Dienerschule ausgebildet worden. Am 20. Oktober 1906 sei er bei Frau Molitor in Stellung getreten. Es könne sein, dass er sich etwas ungeschickt angestellt habe. Es sei seine erste Stellung gewesen. Frau Molitor sei deshalb oftmals erzürnt gegen ihn gewesen. Er habe sich aus diesem Anlass mit Frau Molitor überworfen. Am Sonntag vor dem Morde habe er um Urlaub gebeten, unter dem vorgeben, in die Kirche gehen zu wollen. Er sei aber anstatt dessen zu dem Stellenvermittler Langgut gegangen und habe diesen gebeten, ihm eine andere Stellung zu verschaffen. Er habe zu Langgut gesagt, der Frau Molitor könne man nichts recht machen. Sie sei verrückt, habe er gesagt. Er habe allerdings gesagt, Frau Molitor nehme ihre Diener stets aus der Frankfurter Dienerschule, von anderer Mit dem Essen war ich sehr zufrieden. Der Zeuge bekundete im weiteren auf Befragen, am November nachmittags gegen halb sechs Uhr habe er verschiedene Gepäckstücke nach dem Bahnhof zu tragen. Als dann habe er verschiedene Einkäufe besorgt. Kurz nach sechs Uhr habe er in der Nähe der Lindenstoffel eine Anzahl Leute stehen sehen. Diener Frank der ihm begegnete sagte ihm auf seine Frage was da los sei es sei so eben eine alte dame aus der villa molitor erschossen worden Um nun schneller an die Mordstätte zu kommen habe er einen Staketenzaun überstiegen und sich dadurch seine Hosen zerrissen Er habe sich sehr bald von der Mordstätte entfernt und sei in die Villa gegangen weil er sich wegen seiner zerrissenen Hosen geschämt habe Welche Kündigungsfrist war löst wurde Haben Sie noch einen Anspruch an die Familie Molitor Nein ich bekam meinen Lohn bis 1. Januar 1907 ausgezahlt und noch 10 Mark Weihnachtsgeschenk Wie verhielt sich der Angeklagte Ihnen gegenüber Sehr reserviert Wissen Sie irgendetwas über den Mord oder den Täter zu sagen Nein es wurde einmal gesagt der Diener sei verhaftet Als ich mich aber den Leuten vorstellte schämten sie Heiterkeit im Zuhörerraum Hatten Sie irgendeinen Hass gegen Frau Molitor In keiner Weise Frau Molitor war ja bisweilen etwas heftig aber wieder sehr gut Wie kam es daß Ihre Vorladung zu dieser Verhandlung als unbestellbar zurückkam Ich habe in Potsdam meine genaue Adresse angegeben Als ich gestern in den Zeitungsberichten las daß mein Aufenthalt nicht zu ermitteln sei habe ich meinen Dienstherrn Ich gebeten dem herrn staatsanwalt meinen Aufenthalt telegraphisch anzuzeigen der gerichtshof beschloß den zeugen zu vereiden freifrau von reitzenstein bekundete als zeugin am november sei sie gegen uhr minuten nachmittags von ihrer villa zur villa nagel gegangen um einen brief in den briefkasten zu werfen als sie auf dem rückwege fast bis zu ihrer villa gelangt war sei sie frau molitor mit ihrer tochter olga begegnet hinter den damen ging in einiger entfernung ein Mann mit graumeliertem vollbart der Mann war mittelgroß nicht so groß wie der angeklagte auf befragen des staatsanwalts bemerkte die zeugin sie wissen nicht ob der Mann in die kronprinzenstraße eingebogen oder nach der lindenstaffel gegangen sei kam ihnen der Mann verdächtig vor nein der vorsitzende hielt der zeugin vor dass sie beim untersuchungsrichter gesagt habe es war ein großer Mann ich möchte lieber sagen es war ein mittelgroßer Mann als sie zum briefkasten ging sei sie einem großen Mann mit schwarzem spitzbart in der kaiser wilhelmstraße in der nähe der villa nagel begegnet es war ein Mann von der größe des angeklagten der mann der hinter den damen molitor herging war kleiner als der angeklagte und hatte einen graubilierten vollbart der angeklagte gab zu der große Mann mit dem schwarzen spitzbart gewesen zu sein dem die zeugin begegnet sei frau sie sei kurz vor sechs uhr abends in der kaiser-wilhelmstraße in der nähe der villa nagel einem großen Mann mit schwarzem spitzbart begegnet der freifrau von reitzenstein sei sie nicht begegnet sie habe sie wenigstens nicht gesehen freifrau von reitzenstein bemerkte sie habe frau terzi gesehen es gelangten hierauf mehrere briefe der frau hau an den angeklagten zur verlesung in einem briefe schreibt frau hau aus baden baden an ihren in bernkastel weilenden mann olga habe ein bändchen gedichte geschrieben sie könne aber nur schwer einen verleger dafür finden es sollte im weiteren ein brief verlesen werden gegen dessen vorlesung der angeklagte protestiert da er reine familienangelegenheit enthalte verteidiger ich muss auf vorlesung des briefes bestehen der angeklagte behauptet er sei wegen eines rendezvous mit seiner schwägerin olga von london nach dem kontinent zurück gereist da muss er sie schon gefallen lassen dass briefe die familienangelegenheiten enthalten verlesen werden in einem der briefe die frau hau ihren hat und keinen verleger finden kann stirbt sie an größen wahn als weitere derartige briefe verlesen werden sollten bemerkte der angeklagte halblaut zu seinem verteidiger lassen sie das doch herr doktor es hat doch keinen zweck rechtsanwalt diez ob es zweck hat überlassen sie meiner beurteilung in einem ferneren brief von frau hau an ihren mann teilte die schreiberin eine wie sie ihren mann behandeln solle du behandelst deinen mann ganz falsch du mußt deinen mann eifersüchtig machen und ihm den glauben beibringen daß er sich nicht todsicher auf deine eheliche treue verlassen kann dann wirst du ihn fester an dich ketten frau hau antwortete in humoristischer weise und bemerkte nach meiner rückkehr wollen wir so verfahren in einem ferneren briefe schrieb frau hau an ihren gatten olga ist ein netter kleiner käfer sie ist sehr hübsch und kann sehr interessant sein hierauf wurde das testament der frau hau verlesen in diesem heißt es ich wünsche auf die einfachste billigste weise ohne pfarrer und ohne blumen in unauffälliger weise beerdigt zu werden ich kann die schmach die über unsere familie gebracht worden ist nicht überleben ich muss in den tod gehen ich hinterlasse zehntausend mark außer den juwelen die in der oldenburger landesbank in einer verschlossenen kassette sich befinden ich habe ferner ein siebentel anteil der villa in baden meine einzige erbin ist mein kind wenn mein mann in not sein sollte so soll ihn sein kind unterstützen sollte mein mann alt und erwerbsunfähig sein so soll ihm mein kind eine rente von 600 mark jährlich aussetzen vorausgesetzt dass sie sich in günstiger vermögenslage befindet wenn mein kind unverheiratet bleibt so sollen ihr vermögen meine geschwister erben das beste wäre das kind käme in pension zu meinem schwager bachelin mein mann kann nicht erbe meines kindes sein sie kann ihm aber zehntausend mark für eine lebensversicherungspolize aussetzen damit mein mann wenn er herauskommt vor not geschützt ist nun angeklagter sie haben erklärt sie sind lediglich deshalb von london nach dem kontinent zurückgekommen weil sie das bedürfnis empfanden ihre schwägerin olga noch einmal zu sehen und zu sprechen sie haben gesagt sie haben mit dieser erklärung aus rücksicht auf ihre frau zurückgehalten weshalb haben sie aber auch nach dem tode ihrer frau geschwiegen ich hatte die absicht die erklärung abzugeben und habe den besuch des herrn vorsitzenden erwartet wäre der herr vorsitzende zu mir in das gefängnis gekommen dann hätte ich mich jedenfalls erklärt sie hätten sich doch aber auch dem untersuchungsrichter herrn amtsrichter dr ritter gegenüber erklären können dem herrn untersuchungsrichter gegenüber wollte ich mich nicht erklären dann hätten sie sich mir vorführen lassen können ich erwartete von tag zu tag den besuch des herrn vorsitzenden weshalb haben sie als dann nicht wenigstens bei beginn der hauptverhandlung die erklärung abgegeben bei beginn der hauptverhandlung hatte ich meinen entschluss geändert nun frage ich sie nochmals haben sie auf ihre schwiegermutter geschossen nein ich stehe dem morde vollständig fern haben sie irgend einen verdacht nein halten sie es für möglich dass ihre schwägerin olga geschossen haben könnte das halte ich für ausgeschlossen aus welchem grunde haben sie auf ihrer rückreise nach london zwischen calais und dover bart und perücke in den kanal geworfen weil ich sie nicht mit nach london nehmen wollte es wurde alsdann fräulein olga molitor hervorgerufen fräulein molitor sie haben bereits gesagt sie haben niemanden gesehen sondern nur schritte hinter sich gehört jawohl ich frage sie nun so weit mir das tut hatten sie irgend eine ursache ihre frau mutter zu beseitigen nicht im entferntesten hatte jemand von ihrem hauspersonal oder sonst jemand eine ursache ihre frau mutter zu beseitigen oder sonst an ihr rache zu nehmen das halte ich für ausgeschlossen die schießsachverständigen gaben die erklärung ab dass der schuss aus nächster nähe abgegeben sein müsse hierauf wurde die beweisaufnahme für geschlossen erklärt und die den geschworenen vorzulegende schuldfrage die auch vorsätzliche mit überlegung begangene tötung lautete verlesen staatsanwalt dr bleicher der hierauf das wort zur schuldfrage nahm führte aus meine herren geschworenen wenn wir die mortat die uns fünf tage lang beschäftigt hat in einem solarschen oder tollstäuschen roman gelesen hätten dann würden wir gesagt haben das ist furchtbar aber es ist glücklicherweise nur ein roman es ist ja eine bekannte sache die furchtbarsten dinge spielen sich nicht auf der bühne sondern im leben ab genusssucht und geldgier haben leider schon so manches verbrechen gezeitigt auch im vorliegenden falle war genusssucht und geldgier die triebfeder und hat ein furchtbares unglück über zwei hochachtbare familien gebracht die 62 jahre alte medizinalrätin molitor fiel von der schusswaffe getroffen nachdem sie von dem mörder in tückischer weise in den hinterhalt gelockt war die erregung die über diese furchtbare tat sich der ganzen kulturwelt bemächtigte hatte sich noch nicht gelegt da kam aus der schweiz die erschütternde nachricht in den wellen des pfeffikoner sees habe sich die frau des angeklagten ertränkt weil sie die überzeugung erlangt hatte dass ihr mann der mörder ihrer mutter war sie hatte erklärt sie könne das furchtbare unglück nicht überleben der angeklagte hatte schon einmal auf ein mitglied der familie molitor auf seine spätere frau geschossen es war das sein erstes verbrechen wenn auch die tat mit einwilligung seiner frau geschehen war der angeklagte hat in dritter reihe ein namenloses unglück über seinen alten vater gebracht der vor schmerz einen schlaganfall erlitten hat das vierte unglück hat der angeklagte über das einzige kind gebracht das der ehe des angeklagten entsprossen ist wenn auch das kind sich in einem alter befindet dass es ein furchtbares schicksal dass es betroffen noch nicht versteht so liegt doch die befürchtung nahe dass eine ungeschickte raue hand das kind über sein schicksal in späteren jahren aufklärt welch furchtbares schicksal für das kind zu erfahren der vater ein mörder die mutter hat sich selbst den tod gegeben dies sind die vier verbrechen deren sich der angeklagte schuldig gemacht hat nach dem buchstaben des gesetzes kann der angeklagte nur wegen des hier zur anklage stehenden verbrechens zur rechenschaft gezogen werden wegen der drei weiteren verbrechen hat sich der angeklagte nur vor seinem gewissen und dem richterstuhl der moral zu verantworten drei viertel jahre sind seit je nach furchtbaren bluttat in der idyllischen bäderstadt baden baden verflossen dass die angelegenheit erst jetzt zur verhandlung kommt ist nicht zu beklagen wir können jetzt wenigstens ohne erregung und leidenschaft an die beurteilung der sache herantreten ich werde versuchen ihnen in möglichst knapper form den lebenslauf des angeklagten zu schildern nachdem er in köln und trier das gymnasium besucht und das abiturientenexamen gemacht hat er in freiburg und berlin studiert 1901 ging er auf ärztliches anraten nach ajaxio dies war für ihn verhängnisvoll in ajaxio lernte er seine frau kennen da seine schwiegermutter die eheliche verbindung nicht zugeben wollte wusste er seine spätere frau zu überreden 2000 mark auf ein sparkassenbuch zu erheben und mit ihm zu entfliehen nachdem das geld zu ende war entschloss er sich mit seiner frau zu sterben er schoss auf seine frau mit deren willen verwundete sie und fand als dann nicht den mut sich selbst zu erschießen er telegrafierte an seine schwiegermutter und seinen vater beide willigten dann in die heirat um die ehre des mädchens zu retten als dann begab sich der angeklagte mit seiner frau nach washington studierte noch sechs semester und wurde dann als außerordentlicher professor für römisches recht an die george washington universität berufen sehr bald ging er aber mit dem generalkonsul dr schönfeld nach konstantinopel ohne jedoch geschäftliche erfolge zu erzielen als er nach washington zurückkehrte wurde er rechtsanwalt in wirklichkeit fantastischer spekulant der sich schon im geiste als millionär oder gar als milliardär sah auf diesem wege strauchelte er seine frau sagte einmal es wäre bedeutend besser gewesen wenn er professor geblieben wäre der staatsanwalt schilderte als dann das ausschweifende leben des angeklagten in konstantinopel die einlösung des schecks in wien und so weiter der angeklagte hatte sein ganzes vermögen und das seiner frau fast vollständig verjubelt er hatte noch etwa 5000 mark in seinem besitz da kam er mit seiner frau nach baden baden die frau die ihm gastfreundschaft gewährte unter deren dach er wohnte erko er sich zum opfer um in besitz von geld zu kommen er machte mit seiner frau und seiner schwägerin olga eine vergnügungsreise nach paris von dort sandte er ein telegramm mit der unterschrift seiner frau nach baden baden in dem es hieß komme sofort mit nächstem zuge olga sehr krank da hatte der angeklagte bereits seinen mordplan gefasst mit nächstem zuge sollte frau molitor nach paris kommen wäre frau molitor mit nächstem zuge gefahren dann wäre sie in später nachtstunde auf dem ostbahnhof in paris eingetroffen der ostbahnhof in paris liegt gänzlich außerhalb des weichbildes der stadt wäre frau molitor mit dem nächsten zuge nach paris gereist dann wäre sie höchstwahrscheinlich schon in der hauptstadt frankreichs ermordet worden frau molitor tat dem angeklagten nicht den gefallen mit dem nächsten zuge nach paris zu fahren von paris fuhr der angeklagte mit seiner frau nach london um von dort nach washington zu gehen da traf in london ein vom angeklagten an sich selbst aufgegebenes telegramm ein er solle sofort nach dem kontinent zurückkommen er fuhr eiligst ab und ersuchte seine frau strengstes stillschweigen zu bewahren damit die konkurrenz von seiner reise nichts erfahre der staatsanwalt schilderte im weiteren den aufenthalt des angeklagten in frankfurt und als dann die bluttat in baden baden am abend des vierten verhandlungstages da bequemte sich der angeklagte zu einem sogenannten geständnis er sei lediglich nach dem kontinent und baden baden gekommen weil er seine schwägerin olga zu der er eine leidenschaftliche zuneigung hatte noch einmal vor seiner abreise nach amerika sehen und sprechen wollte auf die frage des herrn vorsitzenden weshalb er diese erklärung nicht schon früher abgegeben antwortete er er habe es seiner frau wegen nicht getan als seine frau zu ihm ins gefängnis kam und mit ihm eine unterredung hatte da erlangte sie die überzeugung von der schuld ihres mannes und ließ in ihm keine zweifel dass sie in den tod gehen werde der angeklagte fühlte sich nach alledem nicht veranlasst seiner frau zu sagen ich will dir gestehen ich bin nicht der mörder deiner mutter ich hatte vorübergehend eine zuneigung zu deiner schwester olga diese wollte ich noch einmal ehe ich nach amerika zurückreiste sehen und sprechen nachdem aber die frau tot war da hatte der angeklagte doch gewiß keine ursache mehr länger zu schweigen der angeklagte schwieg aber weiter auch in der hauptverhandlung erst am vierten verhandlungstage nachdem die komödie lenck aufgeführt war fühlte er sich in der abendstunde endlich veranlasst eine erklärung abzugeben der tod seiner frau veranlasste ihn nicht eine erklärung abzugeben aber nachdem lenck zu 50 mark verurteilt war da konnte er es nicht mit ansehen dass jemand seinetwegen verurteilt wird deshalb hielt er sich verpflichtet die bekannte erklärung zu machen ich frage sie meine herren geschworenen ist es schon einmal vorgekommen dass ein mensch die frechheit hat einem gerichtshof zuzutrauen so etwas zu glauben der angeklagte empfindet das bedürfnis seine schwägerin olga noch einmal zu sehen und zu sprechen dann sollte man annehmen der angeklagte würde so schnell als möglich nach baden baden reisen er reiste aber zunächst nach frankfurt am main dort blieb er mehrere tage besuchte verwandte und fragte den portier des hotels englischer hof ob er ihm schöne weiber nachweisen könne das tut ein mann der in höchster leidenschaft für ein hoch achtbares mädchen schwärmt ein solcher mann tritt nachdem der schuss gefallen ist ohne seine schwägerin gesprochen zu haben mit größter eile die rückreise nach london an und wirft bart und perücke in den kanal so handelt nicht ein schwärmerischer liebhaber so handelt nur ein mörder niemand anders als der angeklagte hat den mord begangen lediglich der angeklagte kann in betracht kommen der staatsanwalt führte diesen gedanken noch weiter aus und schloss sorgen sie dafür meine herren geschworenen dass die furchtbare mordtat nicht ungesünd bleibt ich gebe mich der festen hoffnung hin dass sie die schuldfrage in vollem umfang bejahen werden verteidiger rechtsanwalt dr dietz meine herren geschworenen ich verkenne nicht den ernst der sachlage auch ich halte es für wünschenswert ein solch furchtbares verbrechen zu sühnen allein dies verbrechen wird zu meinem großen bedauern ungesünd bleiben und zwar einfach deshalb weil der täter nicht festgestellt ist fräulein olga molitor hat die überzeugung geäußert dass der mann der hinter ihnen herging der mörder war dieser mann war jedoch nach der überzeugung der frau von reizenstein nicht der angeklagte sondern ein ganz anderer man hat aber zufällig den angeklagten gegriffen weil dieser sich vermummt hatte und zwar in einer weise dass alle die ihn sahen über ihn lachten so wie der angeklagte handelt aber kein mörder der angeklagte hat vorher ganz offen mehrere tage in frankfurt im hotel englischer hof gewohnt und mit vielen bekannten verkehrt er hat sich ganz offen einen falschen bart und eine perücke machen lassen und ist in dieser vermummung nach baden baden gefahren sie haben gehört dass der angeklagte aller welt aufgefallen ist eine gewisse leidenschaft macht nicht nur menschen zu jenen sondern auch rechtsanwälte zu eseln und weshalb sollte der angeklagte den furchtbaren mord begangen haben nur weil er dadurch schneller sich in den besitz des erbteils seiner frau von 75.000 mark setzen wollte meine herren geschworenen der angeklagte war rechtsanwalt in washington die verteidigung in einem größeren prozeß in amerika hätte dem angeklagten 75.000 mark eingebracht man kann deshalb nicht annehmen daß der angeklagte nach dem kontinent zurückkommen wird um sich zu vermummen und seine schwiegermutter zu erschießen um schneller in den besitz von 75.000 mark zu kommen man hat einen menschen gegriffen man stellt ihn vor gericht verurteilt ihn und köpft ihn damit ist die sache erledigt das ist doch aber kein gangbarer weg so wird in einem kulturstaat nicht verfahren man hat versucht durch pressartikel die öffentliche meinung gegen den angeklagten zu beeinflussen die presse ist eine großmacht es ist höchst erfreulich dass die vertreter der presse ihre macht nicht missbrauchen dass sie nicht käuflich sind sondern nach ihrer freien überzeugung ein urteil abgeben ich erwarte von ihnen meine herren geschworenen dass sie nicht einen menschen zum tode verurteilen dessen schuld nicht nachgewiesen ist die tatsache ist nicht aus der welt zu schaffen dass zwei verdächtige männer gesehen worden sind die verhandlung erinnert an den roman sherlock holmes es ist aber nicht angänglich einen menschen zum tode zu verurteilen ohne dass man ihm die tat nachgewiesen hat die ganze handlungsweise des angeklagten spricht dagegen es ist gesagt worden wenn die geschworenen einen freispruch fällen dann haben sie dem schwurgericht das todesurteil gesprochen diese bemerkung kann und darf sie nicht beeinflussen wenn sie die gesamten umstände in betracht ziehen dann werden sie davon bin ich überzeugt zu einem nicht schuldig kommen nach eingehender rechtsbelehrung zogen sich die geschworenen in später nachtstunde zur beratung zurück während der plädoyers spielten sich vor dem gerichtsgebäude die ärgsten skandalszenen ab ein vieltausendköpfiges publikum machte unter johlen pfeifen und schreien den versuch mit gewalt in den gerichtssaal der ohne dies in geradezu beängstigender weise überfüllt war zu gelangen die zahlreichen schutzleute und gendarmen waren bemüht mit blankgezogenem säbel das publikum zurückzudrängen sie waren aber diesem ansturm gegenüber machtlos sehr bald kamen zwei kompanien infanterie angerückt auch das militär wurde mit pfeifen schreien johlen und steinwürfen empfangen der befehligende hauptmann der selbst einen steinwurf erhalten hatte ließ die aufruhrparagrafen vorlesen und befahl darauf die straße mit aufgepflanztem bajonett zu säubern nach etwa einstündiger beratung bejahten die geschworenen die schuldfrage wegen mordes der gerichtshof verurteilte dem wahrspruch der geschworenen entsprechend den angeklagten zum tode dauernden verlust der bürgerlichen ehrenrechte und zur tragung der kosten des verfahrens während der beratung des gerichtshofs unterhielt sich der angeklagte lächelnd mit seinem verteidiger der angeklagte nahm das urteil mit staunenswertem gleichmut entgegen er verabschiedete sich durch händedruck von seinem verteidiger und ließ sich als dann ruhig abführen als das auf der straße stehende publikum das urteil erfuhr machte es von neuem den versuch das gerichtsgebäude zu stürmen als ich in später nachtstunde aus dem gerichtsgebäude trat wurde ich von allen seiten mit der geradezu vorwurfsvollen frage belästigt wie es möglich sei einen menschen aufgrund bloßer indizien zum tode zu verurteilen die aufregung des publikums das die straßen von karlsruhe füllte war furchtbar die familie molitor insbesondere fräulein olga molitor die bereits am sonnabend vor dem urteilsspruch derartig vom publikum beschimpft wurde daß sie sich in eine drosch geflüchten mußte hatte sich am letzten verhandlungstage bei zeiten in sicherheit gebracht fräulein olga molitor wurde obwohl nicht der leiseste verdacht dafür vorhanden war unbegreiflicherweise von einem verständnislosen publikum als muttermörderin bezeichnet da freifrau von reizenstein zwei verdächtige männer in der nähe der mordstätte gesehen haben wollte wurde der wahrspruch der geschworenen vielfach auch von einem teil der presse als ein fehlspruch bezeichnet einige pressorgane stellten gegen olga molitor ehrenrührige behauptungen auf es kam infolgedessen insbesondere in karlsruhe zu einem umfangreichen gerichtlichen nachspiel das mit der verurteilung der angeklagten redakteure zu ziemlich hohen strafen endete der verteidiger rechtsanwalt dr dietz hatte gegen das urteil gegen hau revision eingelegt der erste strafsenat des rechtsgerichts erkannte jedoch ende oktober 1907 auf verwerfung der revision ein als dann vom verteidiger gestellter antrag auf wiederaufnahme des verfahrens wurde vom karlsburger landgericht und auch dem badischen oberlandesgericht abgelehnt der großherzog von baden begnadigte schließlich hau zur lebenslänglichen zuchthausstrafe hau verbüßt diese strafe im zuchthause zu bruchsal ende von abschnitt 27 abschnitt 28 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 28 die ermordung zweier frauen in der königretzer straße in berlin teil 1 mit welchem raffinement die verbrecherzunft zu werke geht vermag nur der erfahrene kriminalist zu wissen zu dessen obliegenheiten es gehört ja aus ja ein die straftaten die in der weiten welt verübt werden aus nächster nähe zu verzeichnen zu diesen kriminalisten zählen auch die gerichtsberichterstatter deren beruf bringt es mit sich dass sie die ärgsten straftaten wie alltägliche vorkommnisse betrachten dass sie mit einem wort auf dem standpunkt des nihil admirari angelangt sind trotzdem kommt es vor dass auch alte im dienste ergraute kriminalisten von einem gewissen schauder ergriffen werden so geschah es auch am 23 august 1897 als die deutsche reichshauptstadt die kunde durcheilte im hause königretzer straße 35 in unmittelbarer nähe des anhalterbahnhofes dicht am askanischen platz also gewissermaßen im verkehrsreichsten und vornehmsten teile berlins sei ein doppelmord geschehen das vornehme haus königretzer straße 35 gehörte der am 20 november 1823 geborenen wütfer auguste schulze geborene lutze und deren stieftochter der am 7 januar 1841 geborenen klara schulze der ehemann der alten schulze besaß im kreise spremberg große gipsbrüche und noch ein zweites haus in berlin sein vermögen soll sich auf weit über eine millionen belaufen haben er wurde daher der millionen schulze oder auch der gips schulze genannt im jahre 1892 starb schulze und hinterließ sein großes vermögen seiner frau und tochter diese beiden damen lebten sehr zurückgezogen sie wohnten im zweiten stock des hauses königretzer straße 35 und führten ein förmlich einsielerisches leben außer dem manne der ihnen täglich kohlen brachte eine aufwärterin und einer zeitungsfrau betrat kein fremder die schulzische wohnung die beiden damen verließen ihr heim nur wenn sie in ihrem in der prenslauer allee gelegenen zweiten hause die mieten einziehen oder mit ihrem am alexanderplatz wohnenden bankier rücksprache nehmen wollten sie machten weder besuche noch empfingen sie solche zumal sie sehr geizig und nicht weniger misstrauisch waren am 14 august 1897 vormittags 10 uhr waren die beiden frauen zum letzten male von hausbewohnern lebend gesehen worden schon gegen mittag des genannten tages klingelte der kohlenmann vergebens vor der schulzischen wohnung aber auch zeitungsboten briefträger und so weiter fanden trotz allen klingelns keinen einlass den hausbewohnern fiel dies wohl auf allein ein in der mühlenstraße wohnender schuhmacher namens gönzi der einige wochen vor dem 14 august 1897 im hause königgritzer straße 35 einen zu ebener erde gelegenen laden nebst keller und nebengelass gemietet hatte teilte den hausbewohnern mit die beiden damen seien nach paris gefahren hätten ihm die schlüssel zu ihrer wohnung übergeben und ihn auch mit der einziehung der mieten betraut den hausbewohnern schien das sehr wenig glaubhaft gleich darauf traf jedoch aus hannover ein telegramm von den vermissten damen an einen alten hausbewohner ein in dem die angaben gönzys vollauf bestätigt wurden ein telegramm gleichen inhalts erhielt auch der verwalter des schulzischen hauses in der prenslauer allee es fiel daher niemanden mehr auf dass gönzi mit frau in der schulzischen wohnung sich zu schaffen machte und auch nicht dass gönzi eine anzahl fuhren erde in den keller schaffen ließ endlich am 23 august nahmen hausbewohner einen eigentümlichen aus dem keller kommenden geruch der auf leichen verwiesungen hindeutete war als der keller durch einen schlosser geöffnet worden war fand man in dem vorderzimmer die dort hineingeworfene erde aufgehäuft vor die kriminalpolizei ließ die erde abschaufeln und man stieß alsbald auf zwei kisten in dem die leichen der beiden frauen in schwarzes wachstuch eingehüllt vorgefunden wurden beiden waren die schädel eingeschlagen der alten frau auch noch der unterkiefer zertrümmert beide leichen waren mit blut besudelt blutspuren deuteten darauf hin dass der mord in dem gönzischen laden vollführt worden war vermutlich hat der mörder zunächst eine der frauen in den laden gelockt dort ermordet und den leichnam in den keller geschafft und dasselbe als dann bei der zweiten getan die beute des raubmörders war nicht annähernd so groß als er gehofft hatte da frau schulzi ihr barvermögen im betrage von etwa einer halben million teils bei einem bankier teils bei der reichsbank hinterlegt hatte außer einigen wenigen wertpapieren im betrage von einigen tausend mark mehreren schmucksachen und einer kleinen barsumme ist dem mörder nichts in die hände gefallen dass gönzi die tat verbracht haben müsste war sofort jedermann klar die bemühungen der polizei des ehepaars gönzi habhaft zu werden waren jedoch zunächst vergeblich gönzi und frau waren mit ihrem hund schon einige tage vorher aus berlin abgereist es wurde sogleich vom berliner polizeipräsidium im verein mit den erben der ermordeten eine hohe belohnung auf ergreifung des gönzischen ehepaars ausgesetzt an die polizeibehörden aller zivilisierten staaten an sämtliche deutschen konsulate im auslande und an zahllose zeitungen der ganzen welt wurden wiederholt steckbriefe mit den bildnisse des ehepaars geschickt und durch besondere aufrufe wurde die öffentlichkeit zur mithilfe bei der entdeckung und verhaftung der flüchtigen aufgefordert es war jedoch keine spur von dem verbrecherischen ehepaar zu entdecken endlich nach vollen zwei jahren anfang august 1899 kam ein mann aus kurt über brasilien in das deutsche generalkonsulat nach rio de janeiro als er den dort ausgestellten steckbrief auf das gönzische ehepaar sah bemerkte er sofort er habe die beiden leute oftmals in kurt über gesehen auf veranlassung des deutschen generalkonsuls wurden sogleich polizeibeamte nach kurt über gesandt gönzi muss aber durch irgendeine unvorsichtigkeit wind bekommen haben denn er war spurlos aus kurt über und umgebung verschwunden im september 1899 gelang es gönzi und frau auf anordnung des deutschen generalkonsuls werner in rio de janeiro zu verhaften nach längeren diplomatischen verhandlungen wurden gönzi und frau per schiff nach hamburg und von dort nach berlin gebracht der hund buzzi von dem sich die gönzischen eheleute auch in brasilien nicht trennen konnten wurde von dem generalkonsul werner zurückbehalten und für rechnung des preußischen justiz fiskus verkauft gönzi und frau hatten sich vom dritten bis siebten april 1900 vor dem schwurgericht des landgerichts berlin 1 wegen mordes beziehungsweise beihilfe und begünstigungen zu verantworten den vorsitz des schwurgerichtshofs führte landgerichtsdirektor hut die anklage vertrat staatsanwaltschaftsrat plaschke die verteidigung war dem rechtsanwalt dr herbert fränkel und justizrat graboa übertragen der andrang des publikums nach dem großen schwurgerichtssaal des alten moabiter gerichtsgebäudes war enorm der vor dem richtertisch aufgestellte zeugentisch war von einer anzahl pappschachteln bedeckt ferner sah man einen teil des gönzischen ladentisches die in sackleinwand eingehüllten kisten in denen die leichen der frau schulze und ihrer stieftochter klara vorgefunden wurden ein stück läuferstoff und dergleichen mehr zunächst wurde frau gönzi von einem schutzmann auf die anklagebank geführt sie war 50 jahre alt eine stark abgemagerte blasse frau mit einem kopfhals der kopf der frau war fast unaufhörlich durch nervöse zuckungen in bewegung frau gönzi befand sich in großer erregung so dass ihr wiederholt hoffmannstropfen gereicht werden mussten gönzi 47 jahre alt war ein schmächtiger mann mit wohlgepflegten grauem vollbart und haupthaar er erschien in schwarzem anzug mit gehrock und blickte ohne ein zeichen der erregung im saale umher auch befragen des vorsitzenden bemerkte gönzi er sei in maros vasaheli deutsch flugstadt in siebenbürgen geboren wo selbst sein vater grundbesitz im werte von 20.000 mark bewirtschaftet habe er habe bis zu seinem vierzehnten lebensjahre die deutsche und ungarische schule in hermannstadt und clausenburg besucht und sei dann in die lehre zu einem schuhmacher gekommen im jahre 1872 sei er soldat geworden und in das 62 infanterie regiment prinz ludwig von bayern in karlsburg eingetreten nach dreijähriger dienstzeit sei er im jahre 1875 wegen einer differenz mit seinem bezirksfeldwebel desertiert aber wieder ergriffen worden und deswegen sowie weil er einige dem fiskus gehörige sachen mitgenommen hatte zur vier jahren schweren kerkers verurteilt worden welche strafe er auf der festung Theresienstadt verbüßt habe im april 1884 sei er losgekommen und bei dem hofschuhmacher lürmitz in budapest als geselle eingetreten dann sei er noch bei dem hofschuhmacher ristl in wien und bei den hofschuhmachern bayern und weidinger in münchen tätig gewesen im jahre 1891 habe er in budapest seine frau geheiratet die er in münchen kennengelernt hatte im jahre 1892 trat er in das müller und schlitzweg schuhwarengeschäft in berlin ein wo er fünf jahre als werkführer tätig gewesen sei im mai 1897 habe er sich selbstständig gemacht und im hause mühlenstraße 45 ein wiener schuhwarengeschäft eröffnet seine frau habe 1500 mark in die ehe gebracht frau gönzi bemerkte auf befragen des vorsitzenden sie sei in mindorf in bayern geboren und katholischer konfession bis zu ihrer verheiratung war sie in münchen als verkäuferin tätig sie wisse von der ganzen sache nichts sie wusste nicht einmal dass ihr mann in der königgrätzer straße wo sich der mord ereignete eine filiale besessen habe vorsitzender sind sie beteiligt an dem morde angeklagte nein vorsitzender sie wissen also auch nichts davon angeklagte nichts mein mann hat mir nichts davon gesagt anfang august so bemerkte die angeklagte weiter auf befragen des vorsitzenden habe ihr ihr mann mitgeteilt dass er eine hausverwalterstelle bekommen habe sie habe sich nicht weiter darum bekümmert da sie vollauf in dem geschäft in der mühlenstraße zu tun hatte am 14 august 1897 dem mordtage sei ihr mann sehr früh fortgegangen und gegen 12 uhr mittags sehr blass und erregt zurückgekehrt am 18 august habe er plötzlich zu ihr gesagt sie müssten sofort abreisen sie solle ihre sachen einpacken er habe ihr verschiedene schmucksachen und wertpapiere gezeigt darunter mexikanische anleihe die er angeblich im schlafzimmer der frau schulze gefunden habe er habe dazu angegeben die frau schulze habe ihn als hausverwalter engagiert und ihn beauftragt in ihrem hause ordnung zu halten während sie mit ihrer stieftochter eine reise nach hannover machte am 18 vormittags habe er die wohnung der frau schulze leer gefunden und die wertsachen an sich genommen ihr sei dies nicht auffällig erschienen da ihr mann die schlüssel zu der wohnung in der hand hatte er sei auch schon am 14 einmal hingegangen um dort bilder anzunageln vorsitzender nahm er da etwas mit angeklagte ja ein beil vorsitzender hat er das wieder mitgebracht angeklagte nein die angeklagte erzählte so dann weiter am abend des 18 august 1897 habe ihr mann zwei droschken bestellt und sei in eine mit seinem wolfsspitz eingestiegen in der anderen habe sie mit ihrem dienstmädchen martha rafalski platz genommen sie seien als dann zuerst planlos herumgefahren und hätten sich schließlich zum bahnhof friedrichstraße begeben wo sie sich bis zur abfahrt des zuges nach frankfurt an der oder aufhielten vorsitzender ihr mann hatte ihnen wohl nicht gesagt wohin sie reisen würden angeklagte doch er sagte wir fahren nach brüssel vorsitzender man fährt doch aber nicht über frankfurt an der oder nach brüssel angeklagte ich wusste ja nicht wo brüssel liegt die angeklagte bemerkte hierauf dass sie sich bis gegen sechs uhr früh in frankfurt an der oder aufgehalten hätten und dann über kottbus halle köln und aachen nach brüssel gefahren seien hier hätten sie sich zunächst nicht einlogiert sondern seien die erste nacht in den straßen brüssels herumgegangen am anderen tage erst habe ihr mann in einem hotel in der nähe des boulevard wohnung genommen ende september seien sie dann nach antwerpen und von dort mit einem dampfschiff nach rio de janeiro gefahren in brüssel habe ihr mann eine ihm nicht gehörende uhr verkauft und in antwerpen für das geld eine neue erstanden die wertpapiere habe er in sao paulo in brasilien verkauft vorsitzender wo haben sie denn nun die erste nachricht von der ermordung der frau schulze und ihrer tochter erhalten angeklagte in brüssel mein mann las es mir aus einer zeitung vor vorsitzender hat er im anschluss daran noch etwas zu ihnen gesagt angeklagte nein er hat mir nur nachher in brasilien gesagt der löwi und der schulz der schulz hat ein restaurant in dem hause der frau schulze werden es schon wissen wer es gewesen ist er deutete dann an dass die beiden die frauen gemeinsam umgebracht und in den keller geschafft hätten wobei er hilfe geleistet habe vorsitzender wissen sie dass die rafalski ein liebesverhältnis mit ihrem mann hatte angeklagte nein wenn ich das gewusst hätte würde ich sie nicht im hause geduldet haben hierauf wurde der ehemann gönzi zur sache vernommen im unverfälschten ungarischen dialekt bestritt er mit denkbar größter zungenfertigkeit die gegen ihn erhobene anklage und beschuldigte den im haus könig retzer straße 35 wohnenden gastwirt hinz sowie den hausverwalter habermann der tat er habe die beiden frauen erst vier wochen vor ihrem tode kennengelernt die alte frau schulze habe ihm sofort sehr großes vertrauen entgegengebracht und ihm sogar den schlüssel zu ihrer wohnung überlassen es sei ihm bald aufgefallen dass die stieftochter klara ein verhältnis mit einem schuhreisenden löwi unterhielt von dem die alte frau keine kenntnis hatte die beiden hätten sich in dem kleinen zimmer hinter dem von ihm gemieteten laden wiederholt getroffen löwi habe ihm geraten den laden aufrecht lange zu mieten damit er sich mit der stieftochter recht oft und ungestört treffen könne hinz und habermann hätten von diesem verhältnis kenntnis gehabt vorsitzender das fräulein klara schulze war eine 56 ein halbjährige alte person die von gesichtszucken und speichelfluss geplagt war und sehr schlunzig ging wie wollen sie uns glauben machen dass sie unter diesen umständen einen liebhaber gefunden haben sollte angeklagte das verhältnis hatte ja auch schon vor 17 jahren begonnen vorsitzender und während dieser langen zeit soll die mutter gar nichts davon gemerkt haben das ist doch kaum glaublich angeklagte es ist aber so der angeklagte erzählte dann weiter der vorschlag löwis mit ihm gemeinsam den laden in der königgrätzer straße zu mieten habe ihm sehr eingeleuchtet da er löwi für einen wohlhabenden mann gehalten habe er habe dementsprechend auch die firma gönzi und co an den laden anbringen lassen vorsitzender wo wohnte denn dieser löwi angeklagte er hat mir eine visitenkarte gegeben darauf stand johann löwi brüssel boulevard 2a vorsitzender es ist auffällig dass nicht darauf steht welcher boule war ferner es ist auffällig dass sie den löwi als sie nachher nach brüssel kamen nicht aufgesucht haben angeklagte ja ich habe ihn nicht finden können der angeklagte bemerkte ferner auf befragen des vorsitzenden am 14 august sei er mit löwi und dessen schwester einer angeblichen rentiersfrau im schaubreu zusammengetroffen und da habe ihm löwi folgendes erzählt klarer schulze sei am 14 august mit ihrer mutter von einer reise aus hannover zurückgekehrt er löwi habe unten in dem hinterzimmer des ladens sich aufgehalten und die beiden damen gebeten noch ein glas bier mit ihm zu trinken als frau schulze hinuntergekommen sei habe sie gesagt herr löwi da sie so anständig sind und uns bier spendieren so will ich ihnen auch zigarren anbieten sie habe die stieftochter nach oben geschickt um die zigarren zu holen während dieser zeit sei er löwi zu dem gastwirt hinz hinübergegangen und habe diesem der eine große wut auf die alte schulze hatte gesagt er solle doch drei glas bier hinübertragen die alte schulze sei übrigens allein im zimmer er könne sich dabei für den ausdruck mörder revanchieren mit dem ihn die alte frau einmal belegt habe als dann hinz ins zimmer getreten sei habe die alte frau gerufen wenn ich gewusst hätte dass das bier von diesem mörder kam hätte ich mich nicht einladen lassen über diese bemerkung sei hinz so erregt geworden dass er über die alte frau hergefallen sei und sie geschlagen habe dabei sei das licht umgefallen und in der dunkelheit seien löwi und klara schulze in das zimmer getreten letztere habe ihrer mutter zu hilfe eilen wollen sei aber in die hände des hinz gefallen und von diesem irrtümlich auch geschlagen worden als man licht gemacht habe sei hinz ganz bestürzt gewesen und habe gerufen nun habe ich ja die klara auch totgeschlagen die beiden frauen hätten noch bis in die nacht hinein gelebt und seien erst infolge ihres großen blutverlustes verschieden löwi habe so dann wachsleinwand aus dem laden geholt und diese um die köpfe der toten gebunden worauf man die leichen gegen morgen in den keller und hier in die kisten geschafft habe löwi und hinz hatten nun ihn gönzi als täter vorzuschieben beschlossen da er keine kinder hatte und geld brauchte demgemäß habe ihm löwi gesagt er gönzi solle nach brasilien gehen er würde zehntausend mark erhalten und solle ja nichts von der sache sagen vorsitzender weshalb haben sie denn nun nicht das nächstliegende getan und sind zur polizei gegangen um die sache anzuzeigen angeklagter löwi hatte mich ängstlich gemacht er sagte die geschichte wäre in meinem laden passiert die wachsleinwand und die kisten gehörten mir also würde man mir nicht glauben und sie beide würden dann noch das ihrige tun um mich hineinzureiten vorsitzender sie flohen dann haben sie die zehntausend mark erhalten angeklagter nein löwi sagte er würde mir das geld erst schicken wenn ich in brasilien wäre er gab mir aber juwelen und uhren sowie wertpapiere von der frau schulze damit ich genügend reisegeld hätte vorsitzender sie sind dann nach brüssel gefahren weshalb fuhren sie zunächst nach frankfurt an der oder angeklagter ich wusste den richtigen weg nicht vorsitzender hat ihnen denn löwi der ja angeblich in brüssel wohnte den reiseweg nicht gesagt angeklagter nein der erste zeuge war polizeileutnant töpfner vorsteher des für das haus königgrätzer straße 35 zuständigen polizeireviers er bekundete nach dem 14 august 1897 sei wiederholt auf seinem büro davon gesprochen worden dass in dem hause königgrätzer straße 35 nicht alles mit rechten dingen zugehe trotzdem die wirtin frau schulze und ihre stieftochter angeblich verreist seien bringe doch jeden morgen der bäcker das frühstück der kohlenmann die kohlen und die botenfrau die zeitung es sei doch merkwürdig dass die frauen die leute nicht abbestellt hätten am 25 august sei dann der bankier gumpel der der vermögensverwalter der frauen war zu ihm zeugen gekommen und habe seiner verwunderung ausdruck gegeben dass die frauen abgereist sein sollen ohne bei ihm geld zu erheben das gerücht dass die frauen verreist seien hatte gönzi verbreitet er zeuge habe daraufhin in begleitung von zwei kriminalschutzleuten das haus durchsucht und dabei sei ihm vor allem dass am 16 august ohne anzeige bei dem zuständigen revier erfolgte abladen mehrerer fuhren sand in das unter dem gönzischen laden befindliche kellerzimmer verdächtig erschienen umso mehr als das zimmer gedealt und früher bewohnt wurde gönzi hatte angegeben löwi wollte unter dem sande einen größeren posten ungarwein aufbewahren als er polizeileutnant das kellerzimmer betreten wollte fand er da selbst ein kunstschloss vorgelegt das auch ein herbeigerufener kunstschlosser nicht zu öffnen vermochte er habe deshalb die türfüllung herausnehmen und durch die entstandene öffnung die beiden beamten hineinkriechen lassen in dem zimmer wurde der angefahrene sand in einer ecke aufgeschaufelt vorgefunden ein spaten stand dabei mit diesem schaufelte einer der schutzleute etwas sand beiseite worauf eine kiste sichtbar wurde es sei ihm zeugen aufgefallen dass der wein in den kisten liegen sollte statt direkt in dem sande er habe deshalb die kisten öffnen lassen da habe man die leichen der klarer schulze und später in der anderen kiste die der alten frau schulze gefunden die sofort benachrichtigte kriminalpolizei habe das weitere veranlasst dr med köhler bekundete er habe die erste ärztliche untersuchung der beiden leichen vorgenommen beide leichen waren schon stark in verwesung übergegangen die gesichter seien entweder mit einem beile oder einem eisernen totschläger bearbeitet worden das stirn und nasenbein war bei beiden leichen vollständig zertrümmert der gerichtschemiker dr paul jeserich legte hierauf einen läufer auseinander an dem er blutspuren nachweisen wollte dieser läufer lag hinter dem ladentisch in der königretzer straße und ließ äußerlich keine blutspuren erkennen in dem augenblick als der vorsitzende den angeklagten fragte kennen sie den läufer antwortete dieser in seiner schnellen sprechweise gewiss darauf fiel ja die frau hin als sie dann stockte er und versetzte so sagte mir löwi staatsanwalt plaschke ich konstatiere dass der angeklagte gesagt hat die frau ist auf diesem läufer hingefallen ob ihm löwi dies mitgeteilt hat lasse ich dahingestellt tatsache ist dass der angeklagte bisher den schauplatz der tat immer in das hinterzimmer des ladens verlegt hatte die frau ist aus dem hinterzimmer in den laden hinein und auf den läufer gefallen staatsanwalt das ist ganz unwahrscheinlich bankier gumpel bekundete als zeuge er habe circa 150.000 mark in wertpapieren in aufbewahrung gehabt und den frauen davon circa 4000 mark stets zur verfügung gestellt das letzte mal habe er brauhausaktien und mexikanische anleihe gegeben die stieftochter clara habe unumschränkte vollmacht gehabt und habe hauptsächlich die verhandlung mit ihm zeugen geführt vorsitzender was ist denn nun an der bezeichnung gips und millionen schulze dran zeuge der mann der frau schulze ein bauunternehmer schulze besaß die gipsbrüche bei spremberg in der mark die einen wert von fünf bis sechshunderttausend mark haben würden bei einem verkaufe würden zwei bis dreihundert mark herausgekommen sein da die alte frau schulze außer diesen gipsbrüchen auch noch 180 morgen wiesen und ferner die drei grundstücke in berlin besaß so konnte man sie auf eineinhalb millionen mark taxieren der zeuge bekundete ferner es sei ihm aufgefallen dass die frauen sich bei ihm nicht sehen ließen er habe daher im hause könig retzer straße 35 nachfrage gehalten und sei dabei auf gönzi gestoßen diese habe angeblich in der schulzischen wohnung die gaslomben in ordnung gebracht und zu ihm gesagt die beiden frauen seien nach hannover und paris gefahren und kämen demnächst wieder er gönzi sei der von ihnen eingesetzte hausverwalter und bringe ihre wohnung in ordnung ihm zeugen sei das alles sehr auffällig erschienen da einmal die beiden frauen seit jahren nicht mehr gereist waren und andererseits weil sie ihm von der einsetzung gönzis als hausverwalter nichts mitgeteilt hatten schließlich sei es ihm auch verdächtig erschienen dass die als sehr misstrauisch bekannten beiden frauen dem gönzi ihre wohnungsschlüssel hinterlassen haben sollten aufgrund all dieser umstände habe er am 23 august 1897 die anzeige bei dem zuständigen polizeirevier erstattet die zur entdeckung der mordtat geführt habe da der angeklagte immer wieder auf löwi zu sprechen kam forderte ihn der vorsitzende auf die persönlichkeit des löwi genau zu schildern angeklagter gönzi er war eben ein älterer mann so 42 bis 46 jahre alt sein haar war rötlich grau und er war ein geborener brüsseler vorsitzender was für eine religion hatte der mann denn er war ein getaufter israelit vorsitzender sprach er denn nur immer französisch angeklagter aber nein er sprach gut deutsch vorsitzender aber französisch doch auch angeklagter einmal hat er französisch gesprochen sonst sprach er immer seine muttersprache vorsitzender wie das angeklagter nun belgisch große heiterkeit ende von abschnitt 28 aufgenommen von hihikiti abschnitt 29 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 29 die ermordung zweier frauen in der königgrätzer straße in berlin teil 2 wirtschafterin franz bekundeter als zeugin sie sei wirtschafterin beim geheimrat tür der eine wohnung neben der der damen schulze inne hatte sie kannte die ermordeten seit drei jahren die beiden damen haben ein sehr zurückgezogenes leben geführt am sonnabend den 14 august 1897 sei es ihr aufgefallen dass der eismann keinen einlass in die wohnung finden konnte und dass die sinkspiel die das eis angenommen mit dem gleichen misserfolge zu verschiedenen tageszeiten an der schulzischen wohnung geklingelt hatte gönzi habe ihr später die mitteilung gemacht dass die damen verreist seien befremdet habe es sie dass gönzi erde und schutt in den sauber gestrichenen und tapezierten keller habe werfen lassen auf befragen habe gönzi erklärt dass er einen kleinen weinhandel angefangen und die erde zum lagern des weines benutzen wolle gönzi habe ihr erzählt die schulzens seien nach brüssel und paris gefahren sie kehrten vielleicht nicht mehr zurück denn sie wollten sich eine villa kaufen und hätten ihn beauftragt das haus zu verwalten und die wirtschaft nachzuschicken er kenne frau schulze schon seit fünf jahren seine frau sei eine entfernte verwandte von ihr am tage darauf sei sie zeugin von einem spaziergange zurückgekehrt und habe im vorübergehen in das fenster des gönzischen kellers hineingesehen es sei ihr sogleich der gedanke gekommen die schulzes liegen gewiss da unten ermordet im keller da trat von der gegenüberliegenden straßenseite gönzi hastig auf sie zu und sagte erregt frau schulze ist verreist worauf sie entgegnete das haben sie mir ja schon gestern gesagt hierauf drang gönzi in sie sie möge sich doch einmal die schulzische wohnung ansehen nach anfänglicher weigerung sei sie auf seinen wunsch eingegangen die wohnung sah aus wie eine trödelbude es sei aufgefallen dass die betten auch in unordnung waren wie sie doch jemand der verreist nicht zurücklasse im berliner zimmer habe sie die hüte der schulzischen damen liegen sehen da ihr bekannt war dass die damen andere hüte nicht besaßen so erschien ihr die ganze sache höchst verdächtig und unheimlich sie habe sich deshalb über ihre begegnungen mit gönzi schriftliche aufzeichnung gemacht noch denselben abend habe sie die frühere portierfrau frau murowski aufgesucht und dieser ihre bedenken mitgeteilt auf ihre erzählung gönzi behaupte dass er die frauen schulze schon seit fünf jahren kenne habe frau murowski sofort gesagt das ist eine grobe lüge auch frau murowski war überzeugt dass ein verbrechen vorliege von der existenz eines löwi im hause habe sie zeugen keine ahnung vorsitzender was sagen sie dazu gönzi angeklagter wenn das fräulein sagt ich kenne frau schulze schon seit fünf jahren so hat sie falsch verstanden ich habe gesagt ich bin seit fünf jahren hier und kenne die frau nicht maura polier habermann bekundete er sei am mordtage gar nicht in der königgrätzer straße gewesen staatsanwalt kennen sie den löwi zeuge nein staatsanwalt der angeklagte behauptet dass sie auch um den mord ganz genau wissen zeuge entrüstet ich gönzi sehr eifrig jawohl dieser mann sollte die leichen einmauern und auch 10.000 mark erhalten zeuge das ist eine ganz gemeine lüge vorsitzender gönzi hat folgendes behauptet er habe am 14 august die gasleitung revidiert und als er sich im ersten stock befunden habe er im keller ein poltern gehört er habe dann habermann gesehen der ihm zugerufen er habe sein handwerkszeug in den keller getragen nach kurzer zeit habe er gesehen dass hinz und löwi auf zwei brettern ein gegenstand nach dem keller hinunter geschleppt hätten er habe angenommen dass der wein angekommen sei den hinz im sande habe lagern wollen tatsächlich seien es aber die leichen gewesen der zeuge habermann hörte diese erzählung kopfschüttelnd an und erklärte diese behauptung für so erlogen dass es keine worte dafür gibt gönzi der zeuge kennt den löwi ganz genau er kennt ihn 16 oder 17 jahre zeuge ach unsinn es wurden als dann mehrere bewohner des hauses königretzer straße 35 vernommen die sämtlich bekundeten dass sie von dem angeblichen löwi weder etwas gesehen noch gehört haben droschkenkutscher frau hahn bekundete sie habe mit gönzys wand an wand in der mühlenstraße gewohnt in der nacht zum 13 august 1897 also in der nacht vor dem morde habe sie frau gönzi laut weinen gehört beide ehegatten haben so laut und erregt gesprochen dass sie einen zank zwischen beiden vermutete sie wunderte sich darüber da ein solcher zank noch nie vorgekommen war gönzi habe seiner frau immer wieder energisch zugerufen sie solle still sein dienstmädchen temme sie war im hause königretzer straße 35 bedienstet am tage nach dem morde sagte ihr gönzi dass die beiden schulzes nach paris gereist seien und circa sechs wochen dort bleiben würden wenn sie irgendetwas wünsche solle sie sich an ihn als den verwalter wenden an diesem tag abends habe sie gönzi nochmals gesehen als er die treppenlampen anzündete gönzi ich kenne das fräulein nicht am sonntag hat löwi das gas angezündet verteidigender rechtsanwalt fränke hat die zeugin nicht in der zeit vom 14 bis 20 august einmal zwei unbekannte männer auf dem hofe des hauses bemerkt zeugin ja ich frug sie was sie wollten sie versteckten sich aber nachher traf ich sie nochmals und da sagten sie sie wollten die kellerwohnung im hause mieten der frühere portier des hauses königretzer straße 35 den die frau schulze entließ weil sie die hauswartung mit ihrer tochter allein ausführen wollte bekundete dass auch er den angeblichen löwi nie bemerkt und auch nichts von einer liebschaft der klarer schulze wahrgenommen habe filzschuhfabrikant schmolling erkenne gönzi vom müller und schlitzwegschem geschäft her wo er sein mitarbeiter war gönzi sei ein ruhiger lebenswürdiger mann gewesen er habe viel mit ihm verkehrt am 15 august habe er gönzi eines geschäftes wegen aufgesucht gönzi sei gegen sechs uhr nach hause gekommen und etwas erregt gewesen er zeuge habe ihn dann ersucht mit ihm einen spaziergang nach treptow zu machen gönzi habe dies aber abgelehnt mit dem bemerken er müsse nach der königretzer straße um das gas anzuzünden gönzi habe ihm auch einen bunt schlüssel gezeigt und gesagt ich habe da eine sehr gute verwalterstelle die leute haben mir sogar die schlüssel zu ihrer wohnung und zu ihrem geldschrank gegeben gastwirt hinz bekundete auf befragen des vorsitzenden dass er einen mann namens löwi nicht kenne hat ein löwi in dem hinterzimmer des gönzischen laden gewohnt zeuge ich weiß nichts davon vorsitzender hat ein löwi in ihrem lokal verkehrt zeuge nein niemals vorsitzender gönzi behauptet sie kennen den löwi zeuge das ist alles schwindel ich kenne den mann gar nicht angeklagter gönzi er kennt ihn ganz genau aber jetzt verleugnet er ihn der zeuge bemerkte hierauf er habe eine sogenannte droschken kutscher kneipe in der viel lärm herrsche so daß er von den vorgängen in dem nebenangelegenen laden des angeklagten nicht gut etwas habe hören können gönzi sei öfters in seinem lokal gewesen und habe sich zunächst als mieter des ladens später als hausverwalter vorgestellt an dem laden habe er das schild gönzi und co anmachen lassen von dem kompagnon habe er nie etwas bemerkt als er seiner verwunderung darüber ausdruck gegeben habe daß gönzi so ohne weiteres hausverwalter geworden sei habe dieser erwidert das ist doch nichts auffälliges ich kenne ja die schulzes seit fünf jahren gönzi habe noch einen schlüsselbund vorgezeigt und gesagt er besitze sogar die schlüssel zu der schulzischen wohnung am 14 august dem mordtage sei gönzi um zehn oder elf uhr in seinem laden gewesen und habe durch das schaufenster auf die straße geblickt gegen elf uhr sei die klara schulze von einem ausgange zurückkehrend über die straße in das haus gegangen gönzi sei sofort mit dem bemerken hinausgegangen er müsse mit dem fräulein noch etwas wegen des gases besprechen nach zwei stunden sei dann gönzi sehr erregt und erhitzt wiedergekommen und habe noch ein glas bier getrunken worauf er in einer droschke nach hause gefahren sei vorsitzender sie sollen in feindschaft mit der alten frau schulze gelebt haben zeuge ij bewahre ich habe bloß einmal krach mit ihr gehabt weil ein fast bier auf dem flur ausgelaufen war vorsitzender sie sollen sie alte hexe olles weib und so weiter genannt haben zeuge ij bewahre vorsitzender am sonnabend dem mordtage soll löwie zu ihnen in den laden gekommen sein und gesagt haben sie sollten drei glas bier in das hinterzimmer des gönzischen ladens bringen die alte und klarer schulze seien auch da und sie könnten da klarer auf einige minuten nach oben gegangen sei der alten ein paar dafür auswischen dass sie sie einmal mörder geschimpft habe zeuge ij bewahre denn des allen schwindel der mensch lügt sich doch unterm jelgen durch vorsitzender sie sollen dann mit der alten frau streit angefangen und sie niedergeschlagen haben darauf sei klarer schulze in das zimmer getreten und in der dunkelheit hätten sie diese für die alte frau gehalten und nun die klarer auch totgeschlagen zeuge ij bewahre det is ja ich rästlich ich weis doch nischt det is allens schwindel der zeuge streckte die hände entrüstet von sich und blickte gönzi zornig an vorsitzender angeklagter was haben sie dazu zu bemerken angeklagter ii bittschön herr präsident das ist alles so war als ich hier stehe das weiß gott im himmel vorsitzender zum zeugen haben sie ein liebesverhältnis der klarer schulze irgendjemals begünstigt zeuge niemals ich weiß von nichts der angeklagte welcher während der vernehmung des zeugen leichenblass geworden war sprudelte noch einmal seine bekannte erzählung über den angeblichen verlauf der mordtat hervor widersprach sich aber fortwährend stockte und verlor schließlich ganz den faden so dass der vorsitzende ihm wiederholt nachhelfen musste der zeuge hinz blieb dem gegenüber entschieden dabei dass die ganze erzählung des angeklagten ein haarsträubendes lügengewebe sei es folgte darauf die vernehmung des schreibsachverständigen sekretärs altrichter er habe zunächst die urschriften der beiden depeschen die an gönzi selbst und an den hausverwalter schlecht gerichtet waren verglichen der augenschein lehre dass die beiden depeschen von einer hand herrühren aber auch in betreff der rechtschreibung sei eine auffällige übereinstimmung vorhanden dieselben fehler seien in beiden depeschen vorhanden das wort miete sei in beiden depeschen miete m-i-t-e geschrieben anstatt sparen schreibe der absender sparren und die worte wir reisen zeigten sich übereinstimmend als wir reisen reisen großgeschrieben auch in dem von gönzi an die rafalski gerichteten briefe trete die eigenheit des verfassers in erscheinung hauptwörter klein und eigenschaftswörter groß zu schreiben dazu kommen noch eine anzahl dialektfehler kein norddeutscher würde sagen richten sie meine wohnung das sei eine spezifisch österreichische ausdrucksweise er komme zu dem schluss dass die urschriften der beiden depeschen von der hand des angeklagten herrühren die depeschen seien beide auf frankierte nicht adressierte postkarten geschrieben woraus er den schluss ziehe dass der verfasser wahrscheinlich ursprünglich beabsichtigt hatte eine postkarte zu schicken dass die absendung der originalschrift ihm aber doch zu gefährlich war vorsitzender was sagen sie dazu gönzi gönzi bitte schön herr präsident ich habe nichts geschrieben vorsitzender ihre frau hat aber doch auch ihre handschrift anerkannt gönzi bitte schön herr präsident so eine frau kann darüber gar nichts wissen sehen sie mancher mensch schreibt wieder andere ich will ihnen 15 bis 20 mal hintereinander einen und denselben namen schreiben und er soll jedes mal anders ausschauen ja auf handschriften darf man nichts geben tischlermeister stiller erkenne den angeklagten seit 1892 er habe ihm die ladeneinrichtungen in der mühlenstraße und in der königretzer straße besorgt gönzi schulde ihm noch ca 1400 mark gönzi habe ihm unter anderem erzählt er wolle auch in der frenzlau allee und in der potsdamer straße einen schuhwarenladen einrichten der angeklagte habe ferner für das hinterzimmer des ladens in der königretzer straße eine einrichtung bestellt mit dem bemerken dort solle sein kompagnon löwi wohnen der ein großer schuhwarenhändler sei und in brüssel boulevard 2a wohne an tage nach dem morde sei plötzlich gönzi bei ihm im laden erschienen habe gerufen der brüsseler löwi ist tot gönzi habe für ca 2000 mark kohlenaktien der skatzer werke und münchner brauhausaktien aus der tasche gezogen um ihm seine rechnung zu bezahlen er sei dann mit gönzi zu einem bankier gegangen um die papiere zu verkaufen sie seien sie aber nicht losgeworden am 18. abends sei gönzi gegen 10 uhr in großer aufregung zu ihm gekommen und habe ihn um 500 mark bitten lassen da er eine dringende reise machen müsse er zeuge habe sich jedoch verleugnen lassen und gönzi sei unverrichteter sache wieder fortgegangen handelsfrau adeline moore sie sei durch zufall mit gönzi bekannt geworden als sie einmal in einer stehbierhalle in der potsdamer straße ihre waren anbot gönzi habe ihr von seinem bier angeboten und ein gespräch begonnen er habe gesehen dass sie zwei traurige trug und gesagt er sei auch witwer seine frau sei im kindbett gestorben und sie könnten ja öfter miteinander ausgehen dies sei auch geschehen sie haben sich mehrfach getroffen die zeugin erzählte sodann eine langatmige geschichte aus der hervorzugehen schien dass der angeklagte ihr die ehe versprochen habe er habe eines tages auch von ihr erfahren dass sie wegen großer schlaflosigkeit und nervosität von zeit zu zeit zu professor mendel gehe und von diesem ein schlafpulver erhalte gönzi der ihr seinen namen genannt habe sich sehr lebhaft danach erkundigt wie die wirkung eines solchen schlafpulvers sei er habe als sie ihm erzählte dass sie einmal überfallen worden sei sich genau nach den einzelheiten erkundigt und als er hörte dass sie eine erbschaft zu erwarten habe ganz genau sich orientiert wie hoch sie sei und wann sie angetreten werden könnte der schlusseffekt der erzählung die der angeklagte mit heiterem gesicht anhörte ging dahin dass die zeugin schließlich den verkehr mit gönzi aufgegeben habe weil sie es doch für richtiger hielt sich nicht wieder zu verheiraten gönzi erklärte unter schallender heiterkeit des publikums ich kenne die frau überhaupt nicht bremser kirche er wohnte im haus mühlenstraße 7 und kannte gönzi und dessen frau er sah sie beide am 18 august 1897 abends vor dem laden stehen als er in den dienst ging um von frankfurt an der oder aus einen güterzug zu begleiten zu seinem größten erstaunen habe er um zwei uhr nachts also vier stunden später gönzi und dessen frau auf dem bahnsteig in frankfurt an der oder stehen sehen er sei auf gönzi zugegangen dieser sei aber schnell in den wartesaal gelaufen hier habe er ihn später aufgesucht gönzi habe aber so getan als kenne er ihn nicht erst als frau gönzi zu ihm gesagt habe das ist ja unser nachbar der herr kirche habe gönzi langsam gesagt ach so guten abend herr kirche vorsitzender ist ihnen das nicht aufgefallen zeuge ja ich erklärte mir sein verhalten damit dass er gerückt wäre weil er seine miete nicht zahlen könnte gönzi habe sich noch bis gegen sechs uhr morgens in frankfurt oder aufgehalten und ist über kottbus abgefahren den bahnhofsportier lehmann hat der angeklagte nach dem schnellsten zuge nach brüssel und paris gefragt wir hielten dem angeklagten so dann vor welchen umweg er gemacht habe in dem er erst nach frankfurt oder gefahren sei gönzi habe erwidert er habe eine kranke schwester in frankfurt die er noch besuchen wollte dem schaffner thiel und dem geschäftsreisenden kowalski hat der angeklagte erzählt er wolle zur weltausstellung nach brüssel die ehefrau des gastwirts hinz wies ebenfalls die behauptung dass ihr mann der täter gewesen sei mit großer entrüstung zurück auch den löwi kenne sie nicht vorsitzender angeklagter was sagen sie dazu gönzi ich bitte schön herr präsident sie wo es alles sie wird aber doch net ja sagen sie leignet eben alles das glaub ich schon staatsanwalt frau zeugin hat ihr mann sich mit der frau schulze schlecht gestanden zeugin nein im gegenteil vorsitzender gönzi behauptet ferner ihr mann habe sich montagabend gewundert dass gönzi noch keine nachricht von den damen habe denn sie habe erwidert ach was hier hast du ja längst massakriert darauf hätten sie zu ihrem manne gesagt so halte doch das maul zeugin das ist alles nicht wahr sanitätsrat dr mittensweig und dr schulz legten so dann die oberen schädelhälften der beiden ermordeten frauen vor und zeigten die art der nach dem kopf geführten schläge als die beiden sachverständigen auf den angeklagten zutraten um auch diesen die durchlöcherten schädeldecken vorzuhalten streckte er abwehrend die hände aus und sagte mit lächelnder miene ich bitte schön ich weiß ja doch von nix was geht das mir an ein geschworener bat den angeklagten zu untersuchen ob er genügend kräftig erscheine die beiden frauen niederzuschlagen sanitätsrat mittensweig bejahte diese frage aufgrund einer kurzen untersuchung der arme des angeklagten der untersuchungsrichter landgerichtsrat herr bekundete der angeklagte habe in einer weise gelogen wie es ihm noch niemals vorgekommen sei alle versuche die existenz und den aufenthalt des mysteriösen löwi und dessen schwester zu ermitteln seien gescheitert der angeklagte sei nicht weiter gekommen als dass die schwester in der nähe der kaiser wilhelm gedächtniskirche wohnen sollte und das bei seinen versuchen die wohnung der schwester festzustellen immer merkwürdigerweise herr löwi hindernd dazwischen getreten sei der untersuchungsrichter gab noch eine reihe klassischer beispiele von der lügenhaftigkeit des angeklagten letzterer hatte behauptet dass er die beiden frauen um vier uhr nach dem bahnhof begleitet habe gegen den vorhalt dass damals der zug nach hannover erst um sieben uhr abging hatte der angeklagte nur nichtssagende einwände auch bei anderen punkten konnte ihm die absolute unwahrheit seiner behauptung sofort vorgehalten werden er zeuge habe sich die denkbar größte mühe gegeben alles aufzuklären und obgleich er selbst fest davon überzeugt war dass alle angaben des angeklagten über den angeblichen löwi pure lügen waren habe er eifrigst geforscht ob nicht doch ein körnchen wahrheit dabei sei so habe er sich einen plan von brüssel kommen lassen und mit dem kriminalkommissar von kracht sich alle erdenkliche mühe gegeben um festzustellen wo gönzi in brüssel gewohnt habe und das ergebnis sei gewesen dass bei der abführung gönzi zu dem gerichtsdiener gesagt haben soll wenn die denken sie könnten mich mit sowas fangen dann irren sie sich der zeuge schloss mit der nochmaligen versicherung dass sämtliche von ihm abgefassten protokolle nicht mehr und nicht weniger enthalten als die vernehmungen gönzys tatsächlich ergeben haben gönzi vom vorsitzenden aufgefordert sich zu äußern erklärte in höchst theatralischer weise heftig gestikulierend und mit vibrierender stimme dass er nur das was er bisher gesagt habe wiederholen könnte als ich zum herren untersuchungsrichter hineingeführt wurde empfing mich dieser mit den worten sie sind der mörder sie müssen ein geständnis ablegen ich sagte nein ich kann kein geständnis ablegen ich bin kein mörder darauf habe ich ihm alles erzählt wie es gewesen ist der anwesende polizeikommissar hat gesagt es seien alles lügen ich habe mich beschwert aber es hat geheißen halten sie es maul antworten sie wenn man sie fragt es ist nicht alles aufgeschrieben worden was ich gesagt habe der protokollführer hat nicht geschrieben sondern nicht nur angeschaut so dass ich ihm sagte ich bin nicht so dumm wie du mich anschaust wenn ich wirklich der mörder wäre hätte ich das schon längst gesagt seit fünf monaten schon sitze ich in eisen wenn ich esse muss ich mit dem mund in die schüssel ist denn das nicht eine schande ich bitte dass das erste mit mir aufgenommene protokoll verlesen wird daraus geht hervor dass nicht alles aufgeschrieben wurde jedes wort was ich gesagt habe hätte aufgeschrieben werden müssen es handelt sich hier nicht um ein glas bier sondern um die todesstrafe der herr staatsanwalt hat mir gesagt dass ein brief eingelaufen sei aus brasilien wo sich einer als mörder bezeichnet der mann muss doch hergeschafft werden bei so einer schweren sach ich habe meinem doktor rechtsanwalt meine ganzen protokolle übergeben und ich bitte dass die verlesen werden da werden sie sehen dass alles stimmt was ich gesagt habe von vornherein und dass ich nicht gelogen habe das protokoll ist 60 seiten lang und der heftigen handbewegung und mit vor erregung gesteigerte stimme beteuerte gönzi wiederholt dass er die mordhaut nicht begangen habe staatsanwalt vom generalkonsul in rio de janeiro ist am 20 februar ein schreiben eingegangen danach hatte ein mann namens louis schulz an das konsulat einen brief gerichtet in welchem es hieß ich habe einen schweren mord auf dem gewissen den ich mit dem gönzischen ehepaar in berlin verübt habe herr gönzi hat sein wort mir gegenüber nicht gehalten der berliner magistrat hatte auf meine person keinen steckbrief erlassen aber meine reue lässt es nicht zu dass ich schweige sie werden die reue eines schwer beladenen herzens nicht aufgeben und mein gewissen aufhelfen der staatsanwalt erklärte dass bei jeder mordsache bekanntlich anonyme briefe wie pilze aus der erde schießen bei der letzten mordsache die er zu bearbeiten hatte seien 18 briefe bei ihm eingetroffen in denen sich 18 mörder gemeldet hätten obgleich er nun auf einen brief der mit louis schulz unterzeichnet sei nichts gebe habe er doch noch weitere nachforschung veranlasst da gleichzeitig mit der selbstanzeige des louis schulz in rio de janeiro ein brief eingegangen war auf dem der schornsteinfegermeister heinrich in sonderburg als absender bezeichnet war er habe deshalb den kriminalkommissar von kracht mit ermittelungen beauftragt es sei festgestellt worden dass dieser schulz im jahre 1895 nach brasilien ausgewandert sei und während der in frage kommenden zeit sich in bahia aufgehalten habe damit erledigte sich die selbstbezichtigung staatsanwalt plaschke bemerkte dazu auch in dem vorliegenden verfahren haben sich 18 mörder gemeldet es ist eine bekannte tatsache dass sich bei fast jedem morde angebliche täter melden ohne dass man zu ermitteln vermag was sie dazu treibt im vorliegenden falle scheint der schuld sich freie überfahrt haben verschaffen wollen von einer täterschaft kann nicht die rede sein angeklagter gönzi i bittschön wie kann i der täter sein wann sich der mann da meldet der muss doch herübergeholt werden vorsitzender na das erledigt sich ja schon dadurch dass der mann zu der zeit als die tat begangen wurde sich in brasilien befand ende von abschnitt 29 aufgenommen von hihikidi abschnitt 30 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 30 die ermordung zweier frauen in der königgrätzer straße in berlin teil 3 eine reihe weiterer zeugen bekundete dass der angeklagte einige tage vor dem morde erzählt habe er habe in der lotterie gewonnen er besitze eine reiche tante die in hannover wohne und im sterben liege und so weiter alles dinge die erklären sollten woher er plötzlich viel geld habe andererseits hat er durch diese erzählung auf verschiedene leute veranlasst ihm kredit zu geben schlosser hast in der wirtschaft des gastwirts schinke habe er wiederholt einen mann namens levy gesehen dieser war 30 jahre alt von großer statur und hatte einen hellen schnurrbart der mann habe französisch gesprochen und sei viel im auslande gereist staatsanwalt plaschke ich habe inzwischen ermittlungen anstellen lassen und kann mitteilen dass es sich um den geschäftsreisenden levy handelt der 30 jahre alt und in hessen geboren ist der mann spricht mehrere sprachen auf französisch und wohnte bei dem gastwirts schinke gastwirts schinke bestätigte dass ein mann namens levy bei ihm gewohnt habe aber vollständig unverdächtig sei auch der angeklagte genzi erklärte dass dieser mann schon seines jugendlichen alters wegen nicht in betracht kommen könne am letzten verhandlungstage fragte der vorsitzende den angeklagten ob er an einen der zeugen noch eine frage zu richten habe genzi jawohl herr präsident bitte schön lass uns mich ausreden er regt heute ist der letzte tag und der letzte termin wo ich ihnen kann meine unschuld beweisen ich weiß was auf meinem herzen liegt und ich weiß dass mein gewissen frei ist und rein jeder hat mich zwischen 9 und 10 uhr gesehen alles was die übrigen zeugen gesprochen haben ist nur ein schauspiel das ist gar nichts wert hier kommt es nur darauf an wer hat die tat begangen ich hab's nicht getan ich bin in der ganzen welt als raubmörder ausgeschrien worden und habe nur zu meinem gott bitten können lieber gott verlass mich nicht er hat mich nicht verlassen er hat mich beschützt indem er mir verstand und geist belassen hat der liebe gott steh mir bei ich hab ihn auch für meine ehefrau gebeten frau genzi fing an zu schluchzen die arme frau ist auch zwei jahre unter dem furchtbaren druck gestanden sie ist krank und schwach darüber geworden bitte schön lass uns mich ausreden es ist möglich dass der herr rechtsanwalt mir meine ehre wiedergibt aber es ist schwer schau uns der löwi der existiert aber man weiß doch dass löwi ein liebesverhältnis mit fräulein quera gehabt hat mit lauter stimme löwi existiert wenn man ihn nur suchen will ich hab auch zwei jahre lang nicht existiert trotzdem die polizei meine fotografie hatte man hat mich gesucht und nicht gefunden ihr habt dem polizeikommissar gesagt er soll die personalbeschreibung vom löwi aufnehmen da hat es aber geheißen quatsch ich möchte nochmal meinen ehrlichen namen wieder haben jetzt machen mich alle schlecht habermann und selbst stiller aber petrus hat auch den herrn jesus christus verleugnet und so verleugnen die zeugen jetzt mich vorsitzender angeklagter es handelt sich jetzt lediglich darum ob sie noch fragen haben genzi wird schön herr präsident lassen es mich ausreden sehen sie ich bin beschuldigt dass in meinem hemd blutflecke gewesen sein und sehen sie da kam herr jeserich und hat nichts von blut im hemd gesehen sehen sie nix kann mir bewiesen werden dass ich die tat begangen habe es wird die zeit kommen wo ich noch sprechen werde weiter habermann sagt es ist nix wahr dass die frau schulze mir die schlüssel gegeben hat und doch ist zwar wenn ich die tat hätte machen wollen hätte ich sie in die enge wohnung umbringen können dann hätte ich alles zusammen gekramt und wäre davon gegangen und hätte nicht am 16. und 17. august stiller noch die rechnung gezahlt wie ich es sag so ist es das sag ich vor dem herrn präsidenten und die herren geschworenen und das publikum und die ganze welt sehens ich bin nach brüssel gekommen keiner hat mich kennt hab keine papiere gehabt hab nicht gekannt französisch und nicht belgisch und hab doch vier wochen aufnahme gefunden warum weil mich löwie hat hingebracht meiner frau hab ich gesagt wenn dich der richter wird fragen dann sagst du schwarz wenns schwarz ist und weiß wenns weiß ist aber die arme frau hat sagen müssen was untersuchungsrichter wollte wenn sie nicht hungern wollte und so hat die arme auch gesagt das telegramm sieht meiner handschrift ähnlich was soll das arme weib auch sagen gewiss sieht's ähnlich ich hab's aber nicht geschrieben vorsitzender nun gönn sie wenn sie sich noch verteidigen wollen so werden sie später noch das wort erhalten jetzt setzen sie sich nach verlesung der schuldfragen nahm staatsanwaltschaftsrat plaschke das wort meine herren geschworenen ich glaube nicht dass in diesem augenblick bei ihnen noch ein einziger darüber zweifeln kann welche anträge ich ihnen unterbreiten werde und wie die ihnen vorgelegten fragen zu beantworten sind und weil ich glaube dass sie ganz genau wissen was ich tun werde und muss so will ich abweichend von den sonstigen Gepflogenheiten meine schlussanträge gleich voran stellen ich beantrage bezüglich der frau gönn sie die schuldfrage zu verneinen und den angeklagten gönn sie des raubes und des mordes in zwei fällen für schuldig zu erklären man kann den satz aufstellen dass jeder mann also auch der angeklagte ein gewisses anrecht darauf hat dass seine angaben so lange für wahr und glaubwürdig gehalten werden als ihnen das gegenteil nicht klipp und klar nachgewiesen wird da die erfahrung dafür spricht dass der angeklagte der nichts zu verbergen hat die wahrheit sagt so habe ich es in anderen strafprozessen so gehalten dass sich die angaben der angeklagten immer genau prüfte ob deren angaben wahr oder unwahr oder bewusst unwahr das heißt erlogen waren würde ich nun diesen weg auch heute gehen und punkt für punkt beleuchten und erörtern in denen der angeklagte bewusst die unwahrheit gesagt hat so würde aus abend und morgen der nächste tag werden ich werde deshalb nur die punkte in den aussagen des angeklagten berühren die für die schuldfragen von bedeutung sind haben wir auch den angeklagten als lügner kennengelernt so bitte ich sie doch rechnen sie dies ihnen nicht zu hoch an seine lügen sind ihm in fleisch und blut übergegangen er stellt selbst die unwesentlichsten punkte in abrede es ist ihm kaum möglich die wahrheit zu sagen obgleich er wissen muss dass er dadurch jede sympathie bei seinen richtern verlieren muss aber wie gesagt ich bitte sie rechnen sie ihm dies nicht zu hoch an sie sollten nicht über den lügner sondern über den verbrecher urteilen es sind ferner über diese angelegenheiten viele nachrichten durch die presse gegangen welche der wahrheit nicht entsprachen ich will annehmen dass die berichterstatter zum teil falsch unterrichtet waren aber andern teils sollte wohl die sensationslust des publikums dadurch befriedigt werden der fantasie der reporter können ja keine schranken gezogen werden ich bitte sie also alle diese zeitungsnotizen aus ihrem gedächtnisse zu verbannen und ihrem urteilsspruche nur das zugrunde zu legen was sie in dieser verhandlung gehört haben der staatsanwalt erörterte hierauf in eingehender weise den tatbestand und fuhr als dann fort ich gebe zu dass die städte berlin und brüssel eine menge personen beherbergen welche löwi heißen löwi ist eine art internationaler name ich habe vielfach zuschriften erhalten die auf die spur helfen sollten ich habe sie aber nicht beachtet denn es ist ein eigen ding um solche zuschriften oftmals wollen sie nicht die wahrheit zutage fördern sondern sind durch andere motive hervorgerufen manche der schreiber wollen zeugengebühren erlangen oder ähnliches ja es ist mir in meiner praxis schon vorgekommen dass es sich um die erlangung einer eintrittskarte handelte heiterkeit auch der herr verteidiger hat wie ich glaube mit derartigen zuschriften oder anderen anregungen nicht sehr gute erfahrungen gemacht mir kam es nicht darauf an jene unbekannten personen zu ermitteln in deren begleitung der angeklagte ja von verschiedenen zeugen gesehen worden ist sondern auf jenen löwi der als täter in frage kommen soll dieser löwi ist aber von niemandem gesehen worden denn er existiert überhaupt nicht mit den zeugen auf die der angeklagte sich berufen hat und die nachträglich geladen sind ist wirklich kein start zu machen und nun das angebliche liebesverhältnis zwischen löwi und der klare schultze es ist gar nicht einzusehen warum die alte frau schultze so erzürnt gegen diesen doch augenscheinlich ganz gut situierten freiersmann gewesen sein sollte der mann war doch auch so genügsam dass er im hinterzimmer kampierte und auf einer bettstelle schlief die nur matratze und keilkissen hatte und treu muss er doch auch gewesen sein denn nach grenzis behauptung hat er ja 17 jahre um die gunst der klare schultze die so sehr begehrenswert doch nicht mehr war gebuhlt warum also sollte die alte frau schultze die liebeswerbung des löwi nicht gewollt haben nein es ist alles offenbarer schwindel kein mensch hat im hause von der existenz des löwi auch nur eine ahnung gehabt und was die beschuldigung des angeklagten gegen hinz betrifft so sind diese zu meiner freude sowohl vom gerichtshofe als auch von der verteidigung als durchaus hinfällig anerkannt worden denn sonst hätte hinz nicht widerspruchlos vereidigt werden können alle angaben die der angeklagte über den angeblichen löwi vorgebracht hat sind ebenso unwahr wie seine behauptung dass löwi bei der abreise im wartesaal des bahnhofs friedrichstraße mit ihm zusammen war und sogar die reise nach brüssel mitgemacht habe davon weiß kein mensch etwas nicht einmal seine eigene frau ganz widerspruchvoll sind auch die angaben die er in bezug auf stiller und dessen kenntnis von der existenz des löwi gemacht hat allerdings hat er herrn stiller schon im juni von einem löwi erzählt das lässt sich aber ganz einfach daraus erklären dass er bei herrn stiller damals schon sehr in der kreide stand und nun wo er noch eine ladeneinrichtung auf kredit haben wollte zu dem schwindelgriff herrn stiller zu sagen dass er einen solventen kompagnon aus brüssel habe ist aber löwi eine fingierte person so wird die situation für gönzi furchtbar ernst und das belastungsmaterial für ihn so erdrückend dass man sich wundern muss wie er noch die stirn haben kann sich gegen dieses belastungsmaterial aufzulehnen die mordtat muss am sonnabend 14 august etwa in der zeit zwischen 9 und 11 uhr vormittags geschehen sein genaue zeitangaben sind natürlich unmöglich an demselben 14 august hat der angeklagte dem dr schlesinger schon gesagt die frauen seien verreist er musste daher an diesem tage schon wissen dass die frauen auf nimmerwiederkehr verschwunden waren das unstete droschkenfahren des angeklagten am 14 august ist ganz durchsichtig er wollte ein alibi haben und schleunigst an den ort der tat zurückkehren um alles was dort passiert ist beobachten zu können das ist die lösung der sache schon am 13 august hatte der angeklagte dritten person mitgeteilt die frauen hätten sich so geärgert dass sie zu verreisen gedächten er hat daher schon am 13 die absicht gehabt die frauen aus der welt zu schaffen und diesen moment mögen die geschworenen festhalten die beweisaufnahme hat klipp und klar ergeben dass der angeklagte schon am 14 vormittags die erfolgte abreise der frauen nach brüssel und paris mitgeteilt während nach seiner darstellung die abreise erst am 14 abends und zwar nach hannover stattgefunden hat am 14 hat sich dann der angeklagte im besitz der schlüssel befunden am 15 war er schon im besitz von brauhausaktien und der skala sk kohlenobligationen da seine behauptung dass er sie am 15 von löwi erhalten habe durch die beweisaufnahme als falsch erwiesen ist so ergibt sich als fazit der angeklagte hat die wertpapiere schon am 14 geraubt und der mord ist bereits am 14 august geschehen dann kommen die kisten in betracht es ist wohl zu beachten dass der angeklagte schon am 15 august morgens von dem beschaffen der erde gesprochen hat als pflugmacher den keller geöffnet hat sah er zwei längliche kisten stehen die jedenfalls damals noch leer waren am 16 august hat sich nach dem zeugnis der frau gönzi diese mit ihrem manne nach der königretzer straße begeben und zwei schwere kisten von dem hinterzimmer nach dem keller getragen der angeklagte sagte nun wie er das kunststück habe fertig bringen können da er in der zwischenzeit gar nicht in der königretzer straße war das ist eine unwahrheit durch seine eigene ehefrau und die zeugin rafalski ist nachgewiesen worden dass er sich am sonntag 15 august auf dem spaziergange von ihnen getrennt hat und erst 9 uhr abends zurückgekehrt ist die hausbewohner haben ihn am sonntag gesehen als er gas anzündete und er steht somit fest dass er am sonntag in dem hause war er hat die zeit am sonntag genutzt um die leeren kisten hinauf zu schaffen und die leichen hinein zu packen der mangel an leichen geruch den der angeklagte ins feld führt will gar nichts zu seinen gunsten beweisen nun kommt die erde es ist festgestellt dass sind an der beschaffung der erde keinerlei interesse hatte vielmehr der angeklagte diese bestellt und in den keller hat schaufeln lassen am 16 august passierten allerlei interessante dinge die hingabe der geraubten papiere an stiller der gemeinschaftliche gang nach dem bankier auf dessen frage der angeklagte behauptete er habe die wertpapiere schon lange und die äußerung gönzis an den bankier dass er die papiere nicht verkaufen wolle sondern sie für einen bekannten in brüssel bewahren müsse er ahnte wahrscheinlich dass nach bekannt werden der mordtat der verbleib der papiere ermittelt und er bald entdeckt werden konnte und deshalb hielt er es für ratsamer die papiere bei stiller in verwahrung zu belassen und sich darauf von diesem ein darlehen geben zu lassen ein solches hat er ja auch am 17 in höhe von 400 mark erhalten dazu kommt am 17 august die charakteristische szene mit der zeugin frank die aus der begegnung mit dem angeklagten und aus der gemeinschaftlichen besichtigung der schulzischen wohnung sofort das gefühl erhielt dass ein verbrechen begangen sein müsse im laufe des 18 august ist die sache bei der polizei anhängig gemacht worden der angeklagte hatte wind davon bekommen und dies ist der schlüssel zu seiner flucht am 18 abends an diesem tage ist gönzi früh 7 uhr weggegangen und nach frau gönzis bekundung erst nach 7 3 viertel uhr abends wieder gekommen nach ausweis des kursbuches reicht diese spannende zeit vollkommen aus um nach hannover zu fahren dort die depesche aufzugeben und um 7 uhr wieder hier zu sein ist dies aber möglich so entschwindet der gedanke vollkommen dass eine dritte person an dem morde beteiligt sein könnte die aussagen der rafalski wonach der angeklagte am 18 nachmittags vor seinem laden gesessen habe sind nicht beweiskräftig denn während alle übrigen zeugen in dieser mordsache nach bestem wissen und gewissen die reine wahrheit gesagt haben ist dies von der rafalski nicht zu sagen mindestens ist die rafalski unsicher nachdem der staatsanwalt noch den nachweis geführt dass die depesche aus hannover von gönzi selbst verfasst sei fuhr er fort meine herren geschworenen ich habe das feste vertrauen zu ihnen dass sie sich in ihrem urteil nicht dadurch beeinflussen lassen werden weil der mord mit todestrafe geahndet wird der einzige zweifel könnte darüber auftauchen ob ein fall des raubes vorliegt oder ob zwei fälle vorliegen denn es kann angenommen werden dass er erst beide frauen beseitigen musste bevor er rauben konnte was die ehefrau gönzi anlangt so bin ich der meinung dass sie als mittäterin nicht in frage kommt ich glaube dass das was frau gönzi hier gesagt hat der wahrheit entspricht die angeklagte hat es aber unterlassen der behörde von dem geplanten verbrechen ihres ehemannes anzeige zu machen zu einer zeit als die ausführung noch verhindert werden konnte sie ist auch der hehlerei schuldig denn sie hat die geraubten schmucksachen an sich gebracht demnach rechtfertigt sich wegen dieser schuld der angeklagten deren untersuchungshaft ich möchte dies besonders betonen damit nicht wenn frau gönzi freigesprochen werden sollte wieder in den zeitungen ein spektakel darüber losgeht dass man die angeklagte in haft behalten hat verteidiger rechtsanwalt dr herbert fränkel meine herren ich gebe von vornherein zu dass der angeklagte sich in unzählige widersprüche verwickelt hat er lügt sobald er den mund auftut er ist ein geborener aufschneider und deshalb muss man alle seine angaben überhaupt außer acht lassen und sich nur an die nackten tatsachen halten aus diesen wirklichen tatsachen kann man 20 schlüsse und möglichkeiten ziehen denn es handelt sich um einen indizienbeweis die wahrscheinlichkeit kann nicht die wahrheit ersetzen auch der geringste zweifel muss hinreichen um die schuld als nicht erwiesen zu halten der staatsanwalt hat selbst anerkannt dass wahrscheinlich zwei die tat vollführt haben und deshalb hat man auch zuerst die ehefrau als mittäterin angesehen jetzt scheidet der staatsanwalt aber die frau selbst aus nun sollte man doch die spuren des zweiten täters verfolgen und dazu gibt der brief des luis schulz an das konsulat in rio de janeiro die handhabe die bisherigen nachforschungen sind unzureichend nicht einmal das original des briefes liegt vor ich beantrage daher das strafverfahren gegen die ehefrau abzutrennen und die verhandlung gegen den ehemann zum zwecke weiterer ermittlungen zu vertagen staatsanwalt es ist richtig dass der angeklagte bei seiner ersten vernehmung von einem gastwirt schulz gesprochen hat der im hause könig retzer straße 35 gewohnt habe er hat sich aber sofort dahin verbessert dass er den schankwirt hinz meine wenn der antrag des verteidigers durchgeht so gebe ich ihm zu bedenken dass gönzi noch jahr und tag in untersuchungshaft sitzen kann und zwar nach wie vor in fesseln das wird er seinem verteidiger zu verdanken haben ich möchte dem verteidiger anheim geben seinen antrag zurückzuziehen rechtsanwalt dr fränkel ich überlasse es dem angeklagten ob er den antrag aufrechterhalten will vorsitzender angeklagter gönzi wie stellen sie sich zu dem antrage angeklagter meine arme frau muss unschuldig sterben es ist nun ganz egal ob sie im gefängnis unschuldig stirbt wenn es keine gerechtigkeit mehr gibt dann wollen wir beide unschuldig sterben vorsitzender ja soll denn der beweisantrag des herrn rechtsanwalt gestellt werden gönzi jawohl es soll ein beweis erhoben werden wenn ich die tat nicht begangen habe will ich mich nicht verurteilen lassen vorsitzender wenn sie aber meinen dass ihre frau aus dem gefängnis herauskommt dann dürften sie vielleicht im irrtum sein angeklagter bitte schön das macht nix wir haben uns treue geschworen bis zum tod wenn die arme frau was gegen mich ausgesagt hat dazu ist sie nur gezwungen worden frau gönzi weinte während dieser worte des angeklagten bitterlich der vorsitzende machte eine halbe stunde pause um dem verteidiger gelegenheit zu geben sich mit seinem klienten zu verständigen nach ablauf dieser frist erklärte rechtsanwalt dr fränkel er habe dem angeklagten geraten auf beweisantrag zu verzichten vorsitzender nun gönzi angeklagter gönzi ich will nicht verzichten ich will noch mal verhandelt haben rechtsanwalt dr fränkel der angeklagte legt gewicht darauf dass das original des schulzischen briefes an das konsulat in rio de janeiro herbeigeschafft wird der verteidiger stellte darauf schriftlich den antrag das schreiben des luis schulz herbeizuschaffen und an der hand dieses weitere ermittlungen nach dem schreiber anzustellen er beantragte weiter das verfahren gegen frau gönzi abzutrennen und zur anstellung der ermittlungen die sache zu vertagen justizrat graboa bat im interesse seiner klientin um ablehnung des antrages der wohl nur auf denselben mann zurückzuführen sei der allen schon so viele nüsse zu knacken aufgegeben habe gönzi würde durch die erfüllung seines antrages gar nichts zugunsten seiner frau erreichen der gerichtshof beschloss den antrag auf trennung des verfahrens abzulehnen weil die schuldfrage zweckmäßig nur gegen beide angeklagte gemeinsam entschieden werden könne ferner auch den antrag auf anstellung von ermittlungen abzulehnen da selbst wenn aufgeklärt würde dass der schreiber des schulzischen briefes der täter sei dadurch nicht bewiesen werde dass der angeklagte nicht an der tat beteiligt sei der verteidiger rechtsanwalt dr fränkel wies als dann darauf hin dass die art wie der angeklagte an der tat beteiligt sein könne stets im dunkeln bleiben würde eine ganze reihe von umständen spreche dafür dass zwei personen dabei beteiligt seien dies sei ja auch vom staatsanwalt zugegeben worden wenn das zeugnis der rafalski allein auch nicht als ausschlaggebend angesehen werden könne so fielen die bestimmten auslassungen des dr schlesingerschen ehepaars und der zeugen hellmich und vorwärts umso schwerer ins gewicht danach sei gönzi am 18 august in berlin gewesen auffallend sei es außerdem dass man keine blutspuren an der kleidung gönzis oder verletzungen an seinem körper wahrgenommen habe besonders die jüngere schulze sei eine kräftige frau gewesen und es lasse sich nicht annehmen dass diese sich ohne gegenwehr würde haben hinschlachten lassen auch der umstand dass der angeklagte das beil aus seiner wohnung nach der königgritzer straße trug sei kein beweis dafür dass er die mordtaten begangen habe viel näher liege die annahme dass er das instrument seinem genossen geliefert und sich demnach nur der beihilfe schuldig gemacht habe wollten die geschworenen die schuldfrage wegen mordes bejahen so müssten sie auch der festen überzeugung sein dass gönzi der täter sei liege dagegen der geringste zweifel vor so müsse die schuldfrage verneint und gönzi nur wegen beihilfe schuldig gesprochen werden dies beantrage er nach einer kurzen erwiderung des staatsanwalts bemerkte der verteidiger es müsse zumindest doch geprüft werden ob der angeklagte nur habe stehlen wollen und um ein hindernis zu beseitigen die frauen ermordet habe der staatsanwalt gab dem verteidiger einheim eine solche schuldfrage zu beantragen der verteidiger erklärte jedoch dass er darauf verzichte da er die schuld des angeklagten nicht für erwiesen erachte verteidiger justizrat graboa schloss sich bezüglich der frau gönzi dem antrage des staatsanwalts an der angeklagte gönzi beteuerte nochmals in längerer rede seine unschuld er hätte die morde viel bequemer in der schulzischen wohnung begehen können und als dann nicht nötig gehabt sich eine ladeneinrichtung machen zu lassen die geschworenen bejahten bezüglich gönzi die schuldfragen wegen mordes und raubes in zwei fällen verneinten dagegen die schuldfrage bezüglich der frau gönzi der gerichtshof verurteilte dementsprechend gönzi zweimal zum tode und zum dauernden verlust der bürgerlichen ehrenrechte frau gönzi wurde freigesprochen nachdem das todesurteil rechtskraft erlangt hatte wurde gönzi hingerichtet abschnitt 31 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von michael groß essen interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 31 eine bluttat in essen vor dem marine kriegsgericht teil 1 im jahre 1903 wurde durch ein trauriges vorkommnis das sich auf offener straße in der großen lebhaften industrie stadt essen ereignete der frieden des osterfestes im ganzen deutschen vaterlande in arger weise gestört essen ist obwohl es seit vielen jahren die einwohnerzahl um 100.000 weit überschritten hat jedenfalls aus rücksicht auf seine zahlreiche arbeiterschaft kein garnisonort allein an den feiertagen wenn das militär urlaub erhält und die essener kinder aus allen möglichen garnisonorten zu ihren angehörigen nach hause kommen dann wimmelt es auch in essen von soldaten der verschiedensten truppengattungen so war es auch an den ostertagen 1903 schon am grünen donnerstag trafen zahlreiche mars söhne in essen ein auch der 22 jährige august hartmann ein wohlerzogener sehr gutmütiger junger mann der bei dem siebten fuß artillerieregiment in köln sein jahr abdiente kam am grünen donnerstag zu seinen eltern nach essen der vater handmanns war der besitzer des größten und wohlbesuchtesten hotels zum berliner hof in essen dies hotel bildet gewissermaßen den mittelpunkt der besseren gesellschaftskreise essens auch die eisen und kohlenbörse wurde im hotel berliner hof abgehalten die freude der eltern des einjährig freiwilligen hartmann sollte nur von kurzer dauer sein am ostersonnabend den 11 april war der junge hartmann mit zwei ehemaligen schulkameraden dem unteroffizier der reserve andreas schröder und dem studenten des bergfachs ewald lütscher nach rüttenscheid gefahren es war fast mitternacht als die drei jungen leute mit der elektrischen straßenbahn in essen wieder eintrafen sie stiegen am burgplatz aus und gingen über den marktplatz in die brandstraße um sich in das restaurationslokal von müller zu begeben unteroffizier schröder war unterwegs bei einem mädchen stehen geblieben die jungen leute hatten sich mit bekannten verabredet sich bei müller zu treffen das müllersche lokal liegt etwa drei minuten vom hotel berliner hof entfernt in dem augenblick als die jungen leute in den hausflur des müllerschen restaurationslokals getreten waren trat plötzlich der fähnricht zur see hüssener von hinten an hartmann heran und forderte ihn auf ihm zur wache zu folgen hartmann der etwas angetrunken war zögerte einen augenblick lütscher versetzte august geh mit es ist ein vorgesetzter daraufhin folgte hartmann lütscher nahm hartmann unter den rechten arm während ihn hüssener am linken oberarm festhielt als die drei in dieser weise 20 bis 30 schritt in die brandstraße nach dem polizei wachtlokal gegangen waren riss sich hartmann plötzlich los wandte sich um und lief davon in diesem augenblick zog hüssener seinen dolch lief hinter hartmann her und rief zweimal halt dabei schlug hüssener zweimal von hinten auf den fliehenden das zweite mal traf hüssener den hartmann auf die rechte wange so dass diese heftig blutete da aber hartmann trotzdem noch weiter lief so folgte ihm hüssener im sturm schritt und stach den hartmann in den rücken nunmehr blieb hartmann laut aufschreiend stehen und sank seinem freund lütscher in die arme lütscher schrie hilfe es eilten sofort zahlreiche menschen herbei allein nach kaum zwei minuten noch ehe dem gestochenen irgendwelche hilfe zuteil werden konnte war dieser tod hüssener bekannte sich sofort als täter und bemerkte er sei im interesse seiner offiziers ehre genötigt gewesen so zu handeln inzwischen war der unteroffizur schröder hinzugekommen dieser forderte hüssener auf ihn zum polizei wachtlokal zu begleiten das schreckliche vorkommnis das sofort den eltern des hartmann gemeldet wurde verbreitete sich trotz der späten nachtstunde wie ein lauffeuer durch die stadt die aufruhigung war geradezu fürchterlich hüssener wurde von der essener polizei in das arrestlokal des essener bezirkskommandos gebracht letzteres benachrichtigte sofort den gerichtsherrn der ersten marine inspektion konter admiral von breski dieser beauftragte den marine kriegsgerichtsrat de berry kiel mit der führung der untersuchung und befahl diesem sich sogleich nach essen zu begeben nachdem marine kriegsgerichtsrat de berry einige tage in essen verweilt hatte veranlasste er die überführung hüssener nach kiel am 26 mai 1903 hatte sich fähnrich hüssener vor dem kriegsgericht der ersten marine inspektion wegen vorsätzlicher misshandlung eines untergebenen wodurch der tod verursacht worden ist und wegen rechtswidrigen waffengebrauchs aufgrund der paragrafen 122 123 und 92 des militärstrafgesetzbuches zu verantworten die verhandlung die in einem kleinen etwas primitiven saale des garnison arrestgebäudes in kiel stand fahrend erregte weit über die grenzen deutschlands das größte aufsehen der andrang des publikums war geradezu beängstigend den gerichtshof bildeten korvettenkapitän starke vorsitzender marine kriegsgerichtsrat tamaschke verhandlungsführer hauptmann graf von soden vom ersten seebataillon oberleutnant leon hardy von der ersten werftdiffusion und gerichtsassessor wachsmuth beisitzende vertreter der anklage war marine kriegsgerichtsrat de berry verteidiger rechtsanwalt stobbe kiel der angeklagte fähnrich zur see alfred karl wilhelm robert hüssener war am 18 februar 1883 zu gelsenkirchen geboren und evangelischer konfession sein vater war generaldirektor des gelsenkirchener hütten und bergbau vereins der angeklagte wurde von zwei infanteristen mit gezogenem seitengewehr auf die anklagebank geführt hüssener war ein mittelgroßer schlanker ziemlich stark gebauter sehr hübscher junger mann er war dunkelblond bartlos und schön frisiert er erschien in see fähnrichs uniform ohne waffe sein gesichtsausdruck war ungemein ernst hüssener gab auf befragen des verhandlungsführers an ich wurde zunächst von einem privat lehrer unterrichtet und kam als dann auf das real gymnasium in gelsenkirchen nach einem halben jahre wurde ich längere zeit krank und musste deshalb die schule verlassen nachdem ich genesen war wurde ich wieder vorbereitet inzwischen waren meine eltern von gelsenkirchen nach essen übergesiedelt ich besuchte dort das real gymnasium und verließ es als obersekundane als dann trat ich in das see kadettenchor ein am 10 april 1901 bin ich auf sm schulschiff blücher eingetreten am 11 mai 1901 wurde ich vereidigt ich bin einmal wegen unordnung in meinen sachen mit einem tage quartier arrest und weil ich einem kameraden gestattet hatte unbefugter weise in meiner wohnung zu nächtigen mit acht tagen mittel arrest bestraft worden am 21 märz des jahres habe ich die offiziers hauptprüfung bestanden verhandlungsführer ihr führungsattest lautet führung gut stark affektiert ist wenig wählerisch in seinem privatverkehr sehr aufgebracht wenn er diese fehler ablegt dann dürfte er sich zum see offizier eignen ein weiteres zeugnis lautet wenig begabt führung gut ein sehr aufgeregtes wesen eignet sich wenig zum vorgesetzten verhandlungsführer durch ihre schuld hat ein mädchen einmal ein auge verloren angeklagter als ich zwölf jahre alt war wollte ich ein mädchen das hinter einer mauer stand erschrecken ich schlug mit einem stock über die mauer und traf das mädchen so unglücklich dass es ein auge verlor verhandlungsführer nun erzählen sie den vorgang vom ostersonnabend angeklagter ich ging am spätabend des ostersonnabends vom hagen 2 eiligen schritt nach der brandstraße ich wollte mich in das lokal schlicker begeben wo selbst mich mehrere freunde erwarteten da sah ich einen soldaten in stark angetrunkenem zustande so dass ihm der speichel vor dem munde stand dicht vor der müllerschen restauration ich wollte verhüten dass der soldat noch mehr alkohol zu sich nahm und womöglich groben unfug verübte ich trat deshalb an den soldaten heran und forderte ihn auf mir zu folgen der soldat zögerte darauf versetzte ich ich fordere sie dienstlich auf mir zu folgen student lütscher der in begleitung des betrunkenen soldaten war sagte zu diesem august gehe mit es ist ein vorgesetzter der soldat erklärte sich daraufhin bereit meinem befehl folge zu geben ich nahm den soldaten am arm nachdem wir etwa 20 bis 30 schritte gegangen waren riss sich der soldat los wandte sich mit gehobener hand um so dass ich die empfindung hatte der soldat wollte mich schlagen ich zog deshalb sofort meinen dolch und da der soldat flüchtete rief ich ihm halt nach der soldat stand aber nicht ich schlug deshalb mehrere male nach ihm und traf ihn beim zweiten male in die rechte wange da aber der soldat trotz weiteren halt rufens nicht stehen blieb so lief ich ihm im sturmschritt nach und stach ihn zweimal in den rücken in demselben augenblick blieb der soldat unter lautem aufschrei stehen und sank dem studenten lütscher in die arme lütscher schrie hilfe es kamen mehrere leute herbei auch der unteroffizier schröder ich sagte letzterem ich bin der täter und forderte ihn auf mich zur polizeiwache zu bringen ich wurde auf der polizeiwache zu protokoll vernommen und als dann in das arrestgebäude des essener bezirkskommandos gebracht es ist richtig dass ich den polizeibeamten und auch dem unteroffizier schröder zigaretten angeboten habe ich versuchte den unteroffizier schröder der über das vorkommnis sehr aufgebracht war zu trösten ich sagte zu ihm es wird nicht so schlimm sein bald darauf kam aber die nachricht der soldat sei schon tot verhandlungsführer kannten sie den erstochenen soldaten angeklagter ich hörte später dass es der fuß artillerist august hartmann aus essen sei ich kannte ihn aber nicht verhandlungsführer er kannte sie aber und war auch von ihren brüdern bekannt angeklagter das ist möglich meine brüder haben das gymnasium besucht da mögen sie ihn wohl gekannt haben ich kannte ihn nicht verhandlungsführer sie sagten sie haben anfänglich den soldaten nicht zur wache bringen sondern nur verhindern wollen dass er weiter alkohol trinke angeklagter das ist richtig verhandlungsführer sie sagten früher sie haben kurz ehe hartmann sich zur fluchtwande ihn losgelassen angeklagter jawohl verhandlungsführer wie viel schritt vor der flucht war das angeklagter mindestens zehn schritt vor der flucht genau kann ich es nicht sagen verhandlungsführer weshalb hatten sie den soldaten losgelassen angeklagter weil ich meinen dolch abhaken wollte um ihn erforderlichenfalls herausziehen zu können verhandlungsführer sie sagten es habe ihnen dabei die mitteilung eines offiziers in der instruktionsstunde vorgeschwebt angeklagter jawohl der offizier erzählte ein offizier habe einen soldaten festnehmen wollen er hatte aber sein seitengewehr nicht abgehakt er wurde von dem soldaten geschlagen konnte aber seine waffe nicht in anwendung bringen der soldat sei infolgedessen entlaufen da der täter nicht festgestellt werden konnte musste der offizier seinen abschied nehmen verhandlungsführer befürchteten sie denn von dem betrunkenen soldaten geschlagen zu werden angeklagter ich hatte wenigstens die empfindung verhandlungsführer eine gefahr dass der soldat nicht ermittelt werden konnte lag aber doch in diesem falle nicht vor zumal sie lütscher kannten angeklagter jedenfalls hielt ich es für meine pflicht den mann zum stehen zu bringen verhandlungsführer sie waren aber nicht berechtigt von ihrer waffe gebrauch zu machen angeklagter doch wenn ein untergebener bei der arrestierung entflieht bin ich sogar laut instruktion verpflichtet von meiner waffe gebrauch zu machen verhandlungsführer das ist falsch sie sollen sich außerdem den dolch kurz vor diesem vorkommnis haben schleifen lassen angeklagter das ist richtig verhandlungsführer sind sie nicht instruiert worden dass sie betrunkenen gegenüber besonders vorsichtig sein und wenn möglich betrunkenen aus dem weg gehen sollen angeklagter das ist mir bekannt ich habe es aber für nötig geachtet den mann der da so angetrunken war dass ihm der speichel vor dem munde stand zu verhindern in das restaurationslokal zu treten und ihn vor weiterem alkohol genuss zu bewahren verhandlungsführer sie sollen zu dem soldaten gesagt haben ich befinde mich im dienst angeklagter das muss ein missverständnis sein ich sagte nur da der mann zögerte meinem befehl folge zu leisten ich befehle ihnen dienstlich mir zu folgen auf aufforderung des verhandlungsführers musste der angeklagte aus der anklagebank treten und vormachen in welcher weise er dem hartmann mit dem dolch in der hand gefolgt war verhandlungsführer haben sie sich denn nicht klar gemacht dass sie den mann durch den dolchstich töten können angeklagter daran dachte ich nicht ich hatte jedenfalls nur die absicht den mann zu verwunden damit er sieht dass ich ernst mache ich glaube aber nicht dass der mann dadurch den tod erleiden würde ich hatte auch nach dem vorkommnis die hoffnung dass der mann nicht sterben werde verhandlungsführer wenn sie gewusst hätten der mann werde durch ihre stiche den tod erleiden hätten sie als dann auch den mann gestochen angeklagter das kann ich nicht sagen ich hatte jedenfalls nur die absicht dem mann eine derartige verwundung beizubringen dass er nicht weitergehen konnte verhandlungsführer sie sollen auf der polizeiwache gesagt haben sie waren es ihrer offiziers ehre schuldig so zu handeln angeklagter das ist richtig verhandlungsführer sie sind aber doch noch nicht offizier ich war der meinung auch die fähnriche haben bereits ihre ehre ebenso wie ein offizier zu waren verhandlungsführer sie sollen zu den polizeibeamten gesagt haben wenn ich meine waffe ziehe dann muss ich auch davon gebrauch machen angeklagter das ist uns in der instruktionsstunde gesagt worden verhandlungsführer sie sollen auch gesagt haben wenn ich meine waffe ziehe dann muss blut fließen angeklagter das habe ich auch gesagt verhandlungsführer sie haben auch den mann mit der waffe geschlagen so dass er heftig blutete angeklagter ich hielt es jedenfalls für meine pflicht meinen befehl gehorsam zu verschaffen und den mann am entfliehen zu verhindern verhandlungsführer sie sollen zu den polizeibeamten gesagt haben sie sind doch auch soldaten gewesen und kennen die pflichten eines vorgesetzten widerspenstigen untergebenen gegenüber angeklagter das habe ich allerdings auch gesagt verhandlungsführer als sie sich im arrest des essener bezirkskommandos befanden sollen sie sich mit dem unteroffizier schröder über die verschiedenen militärachsel klappen unterhalten haben angeklagter das ist richtig ich suchte den schröder da dieser über das vorkommnis untröstlich war zu trösten und ihn auf andere gedanken zu bringen verhandlungsführer sie sollen in essen mehrere soldaten und auch einen unteroffizier wegen nicht oder unvorschriftsmäßigen grüßens gestellt haben angeklagter das habe ich allerdings getan den unteroffizier konnte ich als solchen nicht erkennen da er im dunkeln mit heraufgeschlagenem kragen ging verhandlungsführer sie sollen sich mit kameraden verabredet haben gegen soldaten auf urlaub wegen unvorschriftsmäßigen grüßens besonders scharf vorzugehen angeklagter besonders scharf vorzugehen wurde nicht verabredet verhandlungsführer sie geben aber zu dass verabredet worden ist wegen nicht oder nicht vorschriftsmäßigen grüßens auf urlaub scharf vorzugehen angeklagter eine verabredung die leute zu stellen ist nicht getroffen worden verhandlungsführer aus dem arrest in essen haben sie einen brief an die mutter hartmanns geschrieben angeklagter jawohl mein bruder kam zu mir in die arrestzelle und sagte junge was hast du getan als ich sagte dass ich den ausgang bedauere riet mir mein bruder an die mutter des hartmann zu schreiben ich muss im übrigen bemerken dass ich nur den unteroffizier schröder kannte lütscher war mir ebenso wie hartmann unbekannt verhandlungsführer was ist ihr bruder angeklagter gerichtsreferendar verhandlungsführer wie verhielt es sich mit dem vorgang bei der silberhochzeit ihrer eltern angeklagter vor zwei jahren feierten meine eltern im hotel essener hof in essen ihre silberhochzeit da meine mutter den wunsch geäußert hatte ein dienstmädchen aus einem restaurant engagieren zu wollen nahm ich mit einigen dienstmädchen in der küche des erwähnten hotels rücksprache der direktor der sehr bald erschien wies mich aber aus der küche hinaus ich hatte viel schweren wein getrunken und war infolgedessen etwas aufgeregt dadurch hatte ich mit dem hotel direktor einen heftigen auftritt verhandlungsführer sie sollen bei dieser gelegenheit mit einem revolver gedroht haben angeklagter das ist nicht wahr beisitzender gerichtsassessor wachsmut kannten sie den kriegsartikel 13 angeklagter nein beisitzender ist ihnen nicht ehe sie in urlaub gingen eingeschärft worden auf urlaub ganz besonders vorsichtig zu sein angeklagter jawohl verhandlungsführer waren sie am ostersonnabend als sie abends den erstochenen trafen nüchtern angeklagter jawohl ich war nur bei meiner tante und hatte dort sehr wenig getrunken der verteidiger beantragte den brief den der angeklagte aus dem arrest an die familie hartmann und auch die briefe die er aus dem untersuchungsgefängnis an seine mutter geschrieben sowie verschiedene zeitungsartikel zu verlesen aus diesen artikeln werde hervorgehen dass der zeuge lütscher der presse material geliefert in sozialdemokratischen versammlungen das wort genommen und dort die notwendigkeit der beseitigung des kadaver gehorsams beim militär betont habe es wurde zunächst der redakteur der rheinisch-westfälischen zeitung gillis essen als zeuge vernommen gillis bekundete er habe gehört es existiere ein notizbuch in dem der angeklagte eine reihe von fällen eingetragen habe in denen er von untergebenen nicht oder nicht vorschriftsmäßig gegrüßt wurde aus eigener wissenschaft könne er es aber nicht sagen oberleutnant zur see weiße der angeklagte sei ein ganz unberechenbarer charakter er sei sehr heftig und unverträglich gewesen wiederholt habe er zeuge den fähnrichen in der instruktionsstunde eingeschärft nur in dringendsten fällen von der waffe gebrauch zu machen allerdings habe er einmal in der instruktionsstunde erzählt in danzig sei ein offizier in zivilkleidung von zivil und soldaten angerempelt mit worten schwer beleidigt und schließlich auch von hinten geschlagen worden da es nicht gelungen sei den täter zu ermitteln musste der offizier den dienst quittieren er zeuge habe dabei hinzugefügt wenn der offizier bewaffnet gewesen wäre dann wäre er verpflichtet gewesen von der waffe gebrauch zu machen verteidiger haben sie nicht auch in der instruktionsstunde gesagt wenn man einmal genötigt ist die waffe zu ziehen dann soll man energisch davon gebrauch machen zeuge das habe ich nicht gesagt oberleutnant zur see trio beck hüssen sei einmal als er im bett lag von einem kameraden mit wasser bespritzt worden er sei darauf voller wut aus dem bett gesprungen und habe den kameraden geohrfeigt als dann habe er aus dem fenster springen wollen beisitzender gerichtsassessor wachsmut war nicht der befehl gegeben die dolche nicht schärfen zu lassen zeuge ein solcher befehl ist nach dem vorkommnis in essen gegeben worden es erschien darauf als zeuge fähnrich zur see konrad auf beschluss des gerichtshofes wurde der angeklagte während der vernehmung dieses zeugen aus dem saale geführt der zeuge bekundete als dann der angeklagte war im allgemeinen ein guter kamerad aber sehr prahlerisch ende von abschnitt 31 aufgenommen von michael groß essen abschnitt 32 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt aufgenommen von michael groß essen interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 32 eine bluttat in essen vor dem marine kriegsgericht teil 2 auf antrag des vertreters der anklage wurde auch der folgende zeuge fähnrich zur see brandes in abwesenheit des angeklagten vernommen dieser bekundete ebenfalls der angeklagte sei ein guter kamerad und sehr begabt gewesen verhandlungsführer ihre vorgesetzten sind anderer meinung aus dem hierauf zur verlesung gelangten sektionsprotokoll und den gerichtlichen bekundungen des stabsarztes dr skorzewski und des medizinalrats dr rossini essen war zu entnehmen der tod des hartmann ist durch einen stich in die lunge in folge verblutens eingetreten der stoß mit dem dolche muss mit großer heftigkeit geführt worden sein der sektionsbefund ergab dass hartmann keine großen quantitäten alkohol getrunken hatte es gelangten darauf die briefe des angeklagten zur verlesung in einem briefe bat der angeklagte die eltern des hartmann um verzeihung ich bedauere den traurigen ausgang aber meine harte harte soldatenpflicht hat mich genötigt so zu handeln in briefen an seine mutter bat der angeklagte auch diese um verzeihung gott der allgütige wird mich nicht verlassen so etwa heißt es in diesen briefen denn ich habe nur so gehandelt wie ich handeln musste ich werde freimütig vor meine richter treten und ihnen sagen dass ich nicht anders handeln konnte wenn ich dennoch bestraft werden sollte so werde ich mich in mein schicksal fügen ich habe aber das frohe bewusstsein meine ehre unverletzt erhalten zu haben ehre ist doch das höchste gut des menschen mir schwebt dabei die rede des geistlichen vor die dieser am sarge unseres in gott ruhenden vaters gehalten hat indem er sagte der vater hat sein bestes für seinen guten namen und seine ehre daran gesetzt wenn ich meinem guten vater in allen dingen gefolgt wäre dann stände es heute zweifellos besser um mich aber wenn ich wieder in freiheit bin dann werde ich mich bemühen in die fußstapfen meines guten vaters zu treten gott der die liebe selbst ist wird dich mein gutes mütterchen nicht verlassen du brauchst dich geliebtes mütterchen nicht zu grämen ich werde sicherlich frei gesprochen auf das gerede ungebildeter leute die nicht wissen was ehre ist braucht man doch nichts zu geben gott wird schon alles zum besten lenken ein gefängnisschließer sagte mir fähnrich sie haben nichts zu befürchten sie haben so gehandelt wie sie als ehrenmann handeln mussten ich vertraue auf den erlöser jesus christus heute gestern und in ewigkeit soeben wird meine zelle aufgeschlossen und mir das mittagessen gebracht es ist doch traurig dass man einen offiziersaspiranten einsperrt der doch nur seine pflicht getan hat weshalb legt man an meine zelle drei schlösser ich werde doch nicht entfliehen ich werde mit vollem freimut vor meine richter treten und meine freisprechung fördern sollte ich dennoch gar zu zuchthaus verurteilt werden dann habe ich allerdings den namen meiner familie geschändet aber gott der allmächtige wird uns vor diesem schrecklichen bewahren das essen das ich im gefängnis bekomme ist ganz gut meine mitgefangenen sehen mit neid auf mein essen ich möchte ihnen gern etwas davon geben es ist aber verboten ich werde wenn ich wieder aus dem gefängnis komme nicht raucher und abstinent werden inmitten eines briefes heißt es soeben höre ich das klingeln der straßenbahn letztere fährt an meinem fenster vorüber ich glaube ein mädchen sitzt in der straßenbahn das ich sehr lieb habe aber leider nicht heiraten kann ich habe dies auch dem mädchen gesagt während der verlesung einiger stellen aus den briefen an seine mutter weinte der angeklagte und schluchzte einige male heftig hierauf wurde der student des bergfachs wald lütscher als zeuge aufgerufen dieser schilderte den vorfall in ähnlicher weise wie der angeklagte sie seien als sie am abend des ostersonnabends von rüttenscheid nach essen kamen zunächst in das aschinger lokal gegangen dort haben sie mit einem kellner streit bekommen und seien deshalb aus dem lokal gewiesen worden sie beschlossen darauf in das müllersche lokal zu gehen unteroffizier schröder blieb bei einem mädchen stehen er sei deshalb mit hartmann der sehr angetrunken war allein zu müller gegangen kaum seien sie in den hausflur getreten gewesen da sei der ihm bekannte fähnrich hüssener ihnen gefolgt und habe hartmann aufgefordert ihm zur wache zu folgen er habe da hartmann zunächst zögerte diesem zugeredet dem befehle seines vorgesetzten folge zu leisten hartmann habe sich plötzlich losgerissen mit erhobenen händen umgewendet und sei geflohen hartmann machte nicht den leisesten versuch gegen hüssener tätlich zu werden verhandlungsführer torkelte hartmann zeuge nein hartmann war wohl stark angetrunken aber er konnte ganz ruhig gehen und war vollständig herr seiner sinne verhandlungsführer stand ihm speichel vor dem mund zeuge keineswegs auf weiteres befragen bemerkte der zeuge er habe sich den vorgang am anderen morgen genau aufgeschrieben er tat dies schon im interesse der mit ihm befreundeten familie hartmann er habe sich gerade bei hartmanns befunden da sei rechtsanwalt dr niemeyer hinzugekommen auf wunsch der familie hartmann habe ihn dr niemeyer zu protokoll vernommen er habe seine erlebnisse auch einigen zeitungen mitgeteilt verhandlungsführer sind sie auch in einer sozialdemokratischen versammlung als redner aufgetreten zeuge gott bewahre das ist eine gemeine lüge es ist vollständig aus der luft gegriffen ich wollte auch an die rheinisch-westfälische arbeiterzeitung eine berichtigung schicken ich halte es aber unter meiner würde mit diesen leuten zu polemisieren verhandlungsführer waren sie betrunken zeuge nein ich hatte wohl 20 glas bier getrunken ich war aber vollständig nüchtern heiterkeit verhandlungsführer hatten sie nicht auch schnaps getrunken zeuge nein vertreter der anklage der zeuge hat mir zugegeben 30 glas bier getrunken zu haben dann dürfte er doch nicht mehr nüchtern gewesen sein zeuge das kommt auf einen versuch an heiterkeit im zuhörer raum verhandlungsführer ich mache sie darauf aufmerksam dass sie durch eine solche bemerkung die würde des gerichtshofes verletzen wenn sie das noch einmal tun dann werden wir sie in strafe nehmen der zeuge bekundete noch der angeklagte habe mit einem buffet mädchen das bei aschinger in stellung war und seines unsittlichen lebenswandels wegen entlassen wurde ein liebesverhältnis unterhalten angeklagter das ist nicht wahr auf befragen des verteidigers ob es wahr sei dass lütscher gesagt habe er werde an dem angeklagten rache nehmen und ferner ob er den angeklagten mörder genannt habe verweigerte der zeuge die antwort er trat zum schluss noch einmal vor und bemerkte er habe die artikel in den zeitungen veröffentlicht da er sich in essen nicht mehr auf der straße sehen lassen konnte es wurde allgemein mit fingern auf ihn gezeigt und laut gerufen da läuft der feigling der seinen freund ruhig auf offener straße hin morden ließ auf weiteres befragen des verhandlungsführers bemerkte der zeuge noch er habe die überzeugung dass hüssen den hartmann genau gekannt habe es wurden als dann kaufmann weinberg kaufmann max katz und unteroffizier schröder sämtlich aus essen als zeugen vernommen diese schilderten den vorgang in fast genau derselben weise wie lütscher und bemerkten dass hartmann nicht sinnlos betrunken war und ihn auch keinen schaum vor dem mund gestanden habe verhandlungsführer zeuge weinberg sie haben früher gesagt sie hätten geglaubt der fähnrich habe von dem gestochenen einen stoß erhalten wie kamen sie zu dieser annahme zeuge ich konnte mir nicht denken dass der fähnrich ohne jede veranlassung einen soldaten erstechen werde eine in essen kommissarisch vernommene frau hansmann die den vorgang vom fenster aus gesehen hatte ihn in ähnlicher weise wie die bisherigen zeugen geschildert dasselbe hatte der kommissarisch vernommene kellner sander bekundet hüssen habe zu ihm gesagt sie sind doch auch soldat gewesen und müssen wissen wenn ein offizier blankt sie dann muss blut fließen ohne rücksicht auf den erfolg kriminal polizei wachtmeister kunert essen bekundete er hatte die wache als ihm der angeklagte vorgeführt wurde der angeklagte habe gesagt ich habe so gehandelt wie ich vom gesichtspunkte meines standes und meiner ehre handeln musste ich konnte nicht anders ferner sagte der angeklagte herr kriminal wachtmeister sagen sie einmal wenn ein offizier tätlich angegriffen wird ist er dann nicht berechtigt seine waffe zu ziehen gewiss erwiderte ich selbst ein unteroffizier ist berechtigt seine waffe zu ziehen wenn er tätlich angegriffen wird in diesem falle werden sie aber doch etwas abbekommen denn sie haben den mann gestochen der angeklagte versetzte darauf ich werde in das bezirkskommando gehen und dort sofort den vorfall melden ich stimmte dem zu und forderte den unteroffizier schröder und den polizeisergeanten meschke auf den fähnrich zu begleiten kurze zeit darauf erhielt ich die nachricht dass der gestochene tod sei ich lief darauf sofort mit zwei schutzleuten nach dem bezirkskommando und befahl den fähnrich festzuhalten als dann meldete ich den vorfall dem polizei inspektor sergeant bohr schulte im november vorigen jahres sei er in essen am bahnhof entlang gegangen da sei der angeklagte an ihn herangetreten und habe zu ihm gesagt wollen sie denn ich grüßen er versetzte ich bin sergeant beim bezirkskommando da habe ich es nicht nötig der angeklagte sagte pardon und ging fort unteroffizier liegt er sei von einem fähnrich zur see wegen nicht grüßens gestellt worden er wisse aber nicht ob dies der angeklagte war musketier rohwetter er sei einmal in essen vom bezirkskommando über den burgplatz gegangen da sei der angeklagte von hinten an ihn herangetreten und habe gesagt na wird's bald zigarre aus der schnauze wie heißen sie dabei habe der angeklagte ein buch herausgezogen und sich seinen namen und auch den seines kameraden aufgeschrieben der angeklagte gab die möglichkeit zu den zeugen in der geschilderten weise gestellt zu haben er bestreite aber entschieden den zeugen auf der straße aufgeschrieben zu haben es sei nicht seine art einen soldaten auf offener straße aufzuschreiben musketier fritsche bestätigte die bekundung des vorzeugen die musketiere vollmer gieße und stenzle bekundeten ebenfalls von dem angeklagten wegen nicht grüßens in essen gestellt worden zu sein metzgermeister frau alde johann essen ich kenne den angeklagten ganz genau eines tages stand ich in der kettwiger straße vor einem schaufenster da trat der angeklagte an einen soldaten heran und sagte mit lauter stimme weshalb grüßen sie nicht stehen sie stramm sonst trete ich ihnen vor den leib dass ihnen die gedärme aus dem hintern kommen angeklagter ich bestreite das ganz entschieden ich habe noch niemals in dieser weise einen untergebenen angeredet verhandlungsführer frau alde johann sie hören was der angeklagte sagt halten sie ihre aussage aufrecht oder können sie sich vielleicht irren zeugin nein ich irre mich nicht ich wurde durch diesen vorfall furchtbar erregt so dass mir der vorfall noch ganz genau in erinnerung ist verhandlungsführer können sie sich vielleicht in der person irren zeugin auch das nicht ich kenne hüssen so genau dass von einer personenverwechslung keine rede sein kann verhandlungsführer sie haben doch auch keinerlei interesse zur sache und werden sich durch ein falsches zeugnis wohl nicht unglücklich machen zeugin gewiss nicht polizeisergeant meschke und kriminalpolizei wachtmeister kunert bekundeten noch auf befragen hüssener habe ihnen gesagt er habe den hartmann zunächst von vorne gestochen der angeklagte bemerkte auf befragen er bezweifle dies zu den zeugen gesagt zu haben er gebe aber zu dass der angeklagte im müllerschen hausflur sich nicht geweigert habe mitzugehen verhandlungsführer bisher haben sie das aber nicht gesagt angeklagter das hatte ich vergessen verteidiger ich stelle an den zeugen lütscher die frage ob es wahr ist dass er geäußert hat ich werde dafür sorgen dass die sache durchkommt und wenn es einhunderttausend taler kosten soll lütscher es ist möglich dass ich das gesagt habe vertreter der anklage marine kriegsgerichtsrat der berry führte nach beendeter beweisaufnahme aus die beweisaufnahme hat ergeben dass hartmann keineswegs so betrunken war dass es erforderlich gewesen ist ihn zu verhaften das war umso weniger notwendig da hartmann in gesellschaft eines freundes war der angeklagte war absolut nicht berechtigt von seiner waffe gebrauch zu machen er konnte einmal den hartmann durch festhalten am entfliehen hindern andererseits hätte er durch lütscher sofort den namen erfahren können in großen garnisonorten muss allerdings die disziplin voll aufrecht erhalten werden auf urlaub kann aber etwas nachgesehen werden ich bin überzeugt hier in kiel wird es dem angeklagten nicht einfallen einen matrosen wegen trunkenheit zu verhaften obwohl er hier eine viel größere berechtigung hätte als in essen wo auf urlaub soldaten aller truppen gattungen waren und hartmann einem ganz anderen truppenteil angehörte als er der angeklagte ist lange genug soldat um nicht seine instruktion zu kennen die beweisaufnahme hat aber andererseits auch nicht ergeben dass der angeklagte den tod des hartmann gewollt hat der angeklagte hat lediglich aus prahlerei und persönlicher eitelkeit gehandelt es liegt mit hin eine vorsätzliche misshandlung eines untergebenen mit tödlichem ausgange vor der angeklagte hat sich mit hin im sinne des paragrafen 123 absatz 3 und wegen unbefugten waffengebrauchs im sinne des paragrafen 149 des militärstrafgesetzbuches schuldig gemacht von einer notwehr kann nicht im entferntesten die rede sein ebenso wenig können mildernde umstände platz greifen andererseits wird bei der strafzumessung in erwägung zu ziehen sein dass der angeklagte ein noch sehr junger mensch ist der wie seine briefe besagen geistig noch nicht vollständig entwickelt ist es wird ferner in betracht zu ziehen sein dass die falschen ehrbegriffe des angeklagten sehr viel an der tat schuld waren in anbetracht alles dessen beantrage ich sechs jahre zuchthaus und ausstoßung aus der marine verteidiger rechtsanwalt stoppe kiel wir alle stehen unter dem eindruck des traurigen ausgangs der vorliegenden tat ich gebe zu der vorfall hat mit recht große erregung in der öffentlichen meinung hervorgerufen aber die presse hat den vorfall verführt durch gewissenlose reporter furchtbar aufgebauscht selbst in politischem sinne ist das vorkommnis ausgebeutet worden die angelegenheit hat in form einer interpellation den reichstag beschäftigt ich stehe nicht an zu sagen der herr staatssekretär des reichs marine amts von tirpitz hätte besser getan wenn er die beantwortung der interpellation abgelehnt hätte bis sie meine herren ihren richterspruch gefällt haben der herr staatssekretär sagte aber er verurteile den fall unter dem vorbehalt dass die öffentliche kriegsgerichtsverhandlung die wahrheit aller vorgebrachten behauptungen erbringen wird hätte der herr staatssekretär mit der beantwortung bis nach dieser verhandlung gewartet dann wäre seine beantwortung der interpellation zweifellos anders ausgefallen meine herren ich weiß wir stehen alle unter dem eindruck der öffentlichen meinung ich ersuche sie aber alles außer acht zu lassen was sie in den zeitungen gelesen oder sonst gehört haben sondern lediglich das ihrem urteil zugrunde zu legen was in dieser verhandlung vorgekommen ist das vorkommnis selbst ist nicht näher aufgeklärt man ist in der hauptsache auf die angaben des angeklagten angewiesen der angeklagte hat aber so offen und frei hier rede gestanden dass man nicht annehmen kann er sei von der wahrheit abgewichen die zeugenaussagen waren naturgemäß im allgemeinen sehr unbestimmt sie standen zumeist unter dem einfluss der eidlichen vernehmung des herrn rechtsanwalt dr niemeyer in essen es ist das ein verfahren das mir bisher unbekannt gewesen ist jedenfalls ist nicht erwiesen dass hartmann sich ruhig benommen hat der vorgang im aschingerschen lokale spricht vollständig gegen diese behauptung es ist auch nicht widerlegt dass der angeklagte die auffassung hatte es sei seine pflicht den betrunkenen soldaten zur wache zu bringen um ihn vor weiterem alkohol genuss zu bewahren der angeklagte hatte zweifellos das gefühl dass hartmann als er sich losgerissen und mit erhobenem arme zur flucht gewandt ihm etwas tun wollte dies muss man annehmen wenn man nicht der meinung ist der angeklagte sei plötzlich verrückt geworden so viel steht fest hartmann ist mit erhobenem arme auf den angeklagten losgekommen der vertreter der anklage sagte der angeklagte war so nahe an dem fliehenden dass er ihn mit dem kurzen dolch treffen konnte er hätte daher den fliehenden fassen können ich bin der meinung hätte dies der angeklagte getan dann wäre das unglück noch bedeutend größer geworden es wäre als dann zwischen dem angeklagten hartmann zum ringen gekommen der pöbel hätte sich womöglich eingemischt und es hätte ein schauspiel gegeben das in einer industrie stadt zu den schlimmsten ausschreitungen führen konnte jedenfalls hatte der angeklagte die feste überzeugung es sei seine pflicht den hartmann zu verhaften und als vorgesetzter zur wache zu bringen zumal dem angeklagten noch dabei das vorkommnis in danzig vorgeschwebt hat der angeklagte war mit leib und seele soldat es ist ihm von seinen vorgesetzten eingeschäft worden dass die disziplin unter allen umständen aufrecht erhalten und dass ein soldat rasch und entschlossen handeln müsse von diesem bewusstsein ist der angeklagte zweifellos geleitet worden den traurigen ausgang bedauert der angeklagte selbst am meisten dafür spricht der brief an die familie hartmann und die an die mutter des angeklagten gerichteten briefe wenn dem angeklagten wie man aus dem inhalt der briefe annehmen muss das bewusstsein gefehlt hat eine vorsätzliche körperverletzung zu begehen dann hat er sich im sinne des gesetzes nicht strafbar gemacht der angeklagte ist auch ein gutmütiger mensch er hat die briefe nur auf mein dringendes zureden herausgegeben ich gebe zu der angeklagte hat sich des unbefugten waffen gebrauch schuldig gemacht ich stelle deshalb anheim den angeklagten dieses vergehens wegen in angemessener weise zu bestrafen ich bitte aber ihm dabei die untersuchungshaft in anrechnung zu bringen wegen der vorsätzlichen körperverletzung beantrage ich die freisprechung vertreter der anklage der angeklagte konnte nicht annehmen der fliehende werde ihn angreifen das ganze verhalten hartmanns sprach dagegen der angeklagte musste das bewusstsein haben er sei nicht berechtigt den fliehenden durch einen starken dolchstich der sofort den wattierten waffenrock durchbohrte zum stehen zu bringen nach etwa zweistündiger beratung des gerichtshofs verkündete der verhandlungsführer marine kriegsgerichtsrat tamaschke folgendes urteil das kriegsgericht hat folgenden tatbestand für vorliegend erachtet am 11 april nachts gegen 12 uhr kamen hartmann lütscher und schröder vom dritten hagen in essen nach der brandstraße um sich in das müllersche restaurationslokal zu begeben sie hatten alle drei tagsüber viel getrunken hartmann war derart bezecht dass er schwankte da die drei jungen leute auch auf der straße sehr laut waren wurde der angeklagte auf sie aufmerksam er trat an hartmann heran und forderte ihn auf ihm zur wache zu folgen hartmann nahmen dies scherzhaft auf oder wie der angeklagte sich ausdrückte plump vertraulich der angeklagte bemerkte deshalb ich bin im dienst und erteile ihnen den dienstlichen befehl mir zur wache zu folgen lütscher redete außerdem hartmann zu seinem vorgesetzten folge zu leisten darauf ergriff der angeklagte den hartmann am linken lütscher am rechten arm in dieser weise begaben sich die drei personen zur polizeiwache kaum waren sie 20 bis 30 schritt gegangen da riss sich hartmann los und wandte sich zur flucht ob der angeklagte den hartmann schon vorher losgelassen hatte konnte mit sicherheit nicht festgestellt werden der gerichtshof billigt auch nicht dass privatvernehmungen stattgefunden haben er hat aber trotzdem die überzeugung gewonnen dass die zeugen weinberg und katz die volle wahrheit gesagt haben obwohl lütscher das bestreben hatte den tod seines freundes hartmann zu sühnen so hat der gerichtshof die überzeugung gewonnen dass auch lütscher in allen hauptpunkten die wahrheit gesagt hat es ist von keinem zeugen bemerkt worden dass hartmann dem angeklagten einen stoß versetzt hat oder eine wendung machte wonach der angeklagte hätte annehmen können hartmann wollte ihn angreifen fest steht dass der angeklagte dem hartmann zwei bis drei mal halt zugerufen hat da hartmann aber nicht stehen blieb schlug ihn der angeklagte von hinten mit seinem blank gezogenen dolch so dass die wange heftig blutete da hartmann trotzdem immer noch nicht stehen blieb stach ihn der angeklagte derart in den rücken dass sehr bald der tod eintrat daraufhin hat sich der angeklagte sofort der behörde gestellt der angeklagte hat die dienstbestimmungen verletzt da er hartmann angefasst hat es hätte vollständig genügt dem hartmann gut zuzureden um ihn von der straße fort zu bekommen noch weniger war ein grund vorhanden den angeklagten mit dem dolch zu stechen selbst angenommen hartmann habe den angeklagten angegriffen oder der angeklagte habe einen solchen angriff befürchtet so hatte er durch den schlag den angriff schon abgewehrt es soll dem angeklagten geglaubt werden dass er der meinung war hartmann wollte ihn schlagen und er habe die verpflichtung den vermeintlichen angriff abzuwehren er hatte aber jedenfalls kein recht auf den fliehenden zu stechen von einer notwehr kann keine rede sein das gesetz gestattet wohl dem soldaten in äußerster not und dringender gefahr angriffe von untergebenen abzuwehren und letztere sogar zu töten voraussetzung dabei ist aber äußerste not und dringende gefahr diese voraussetzung liegt jedoch nicht vor der angeklagte selbst behauptet nicht dass hartmann nachdem er die flucht ergriffen sich noch einmal umgedreht habe von einer äußersten not und dringenden gefahr kann mithin keine rede sein der gerichtshof hat nicht angenommen dass der angeklagte die absicht hatte den hartmann zu töten wohl aber dass er sich der vorsätzlichen misshandlung mit tödlichem ausgange im sinne der paragrafen 122 und 123 des militärstrafgesetzbuches und des rechtswidrigen waffengebrauchs im sinne des paragrafen 149 des militärstrafgesetzbuches sowie des ungehorsams gegen dienstliche bestimmungen im sinne des paragrafen 92 des militärstrafgesetzbuches schuldig gemacht hat bei der strafzumessung hat der gerichtshof die große jugend des angeklagten und auch den umstand erwogen dass der angeklagte sich in gutem glauben befunden habe in berücksichtigung all dessen hat der gerichtshof auf eine gesamtstrafe von vier jahren und einer woche gefängnis und auf degradation erkannt eine woche wurde dem angeklagten auf die untersuchungshaft in anrechnung gebracht der gerichtsherr und der angeklagte legten berufung ein erster weil das kriegsgericht einen minder schweren fall für vorliegend erachtet hat der angeklagte ford das urteil in vollem umfang an aus diesem anlass gelangte die angelegenheit am 6 juli 1903 vor dem oberkriegsgericht der ostsee station nochmals zur verhandlung den vorsitz in dieser verhandlung führte korvettenkapitän von bredo verhandlungsführer war oberkriegsgerichtsrat vielitz die anklage vertrat marine kriegsgerichtsrat rosenberger die verteidigung führte wiederum rechtsanwalt stobbe kiel der vertreter der anklage beantragte wie in erster instanz sechs jahre zuchthaus und ausstoßung aus der marine das oberkriegsgericht gelangte ebenfalls zu dem ergebnis dass ein minder schwerer fall vorliege da der angeklagte berechtigt war die waffe zu ziehen und den ausgang nicht beabsichtigt hatte so hob das oberkriegsgericht das erste urteil auf erkannte den angeklagten für schuldig der vorschriftswidrigen behandlung eines untergebenen sowie der vorsätzlichen misshandlung eines untergebenen mit tödlichem ausgange und verurteilte ihn zu zwei jahren und sieben tagen festungshaft zwei monate und sieben tage wurden auf die untersuchungshaft angerechnet dies urteil forcht der gerichtsherr durch revision an das reichsmilitärgericht hob eines formfehlers wegen das urteil auf und verwies die sache zur nochmaligen verhandlung und entscheidung an das oberkriegsgericht zurück letzteres musste daher nochmals ende september 1903 dieser sache wegen zusammentreten das oberkriegsgericht erkannte aber auf dieselbe strafe wie am 6 juli hüssen hat die noch zu verbüßende festungshaft von einem jahr und zehn monaten auf der idyllisch gelegenen festung ehrenbreitstein verbüßt bekanntlich hatte das oberkriegsgericht nicht auf degradation erkannt hüssen erhielt aber noch während er sich auf der festung befand seinen militärischen abschied ende von abschnitt 32 aufgenommen von michael groß essen abschnitt 33 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von avaii im april 2014 interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 33 ein blutiges drama eine bluttat die den psychologen vor ein unlösbares rätsel stellt ereignete sich im oktober 1905 in der herzoglichen residenzstadt braunschweig ein kaum den knabenschuhen entwachsener mensch sohn sehr anständiger eltern hatte zwei bildschöne junge mädchen denen er musikunterricht erteilte wie er versicherte auf deren ausdrückliches verlangen in einer weise erschossen dass als der junge mann die tat im gerichtssaal schilderte selbst ergraute kriminalisten ein schaudern überkam die tat des 18 jährigen banklehrlings paul brunke erregte in ganz deutschland und auch im auslande ein furchtbares aufsehen als punkte am 21 märz 1906 sich vor der ersten strafkammer des braunschweiger landgerichts zu verantworten hatte wurde der zuhörerraum von damen und herren der besten gesellschaft geradezu gestürmt punkte war verhältnismäßig klein bartlos hellblond er hatte ein selten schönes gesicht und machte den eindruck eines gebildeten jungen mannes er verstand sich sehr gewählt auszudrücken sein ganzes auftreten war durchaus vornehm zu nennen den vorsitz führte landgerichtsdirektor rossmann die anklage vertrat staatsanwalt reinking die verteidigung führte rechtsanwalt dr robert braunschweig der vorsitzende bemerkte nach eröffnung der verhandlung ehe wir in die verhandlung eintreten wird zu erwägen sein ob im interesse der öffentlichen sittlichkeit die öffentlichkeit auszuschließen ist es werden in der verhandlung die hässlichsten laster zur erörterung gelangen deren ein mensch nur irgend fähig ist es wäre doch wohl geboten die öffentlichkeit auszuschließen staatsanwalt reinking ich bin der meinung dass die verhandlung öffentlich geführt werden kann die sache hat die weite öffentlichkeit in einem masse beschäftigt dass die öffentlichkeit auch ein recht hat von der verhandlung volle kenntnis zu erhalten ich halte es auch für erforderlich dass das publikum die einzelnen vorgänge erfährt ich halte es für möglich die verhandlung so zu führen dass die öffentliche sittlichkeit nicht verletzt wird allerdings wäre es den im zuschauerraum befindlichen damen anzuraten sich zu entfernen ich werde daher einen antrag auf ausschluss der öffentlichkeit nicht stellen sondern gebe die entscheidung dem gerichtshof anheim verteidiger rechtsanwalt dr robert ich kann mich den ausführungen des herrn staatsanwalts nur anschließen die öffentlichkeit der gerichtsverhandlung ist die höchste errungenschaft der neuzeit die vorliegende sache hat weit über die grenzen deutschlands hinaus das größte aufsehen gemacht ich halte es daher für dringend notwendig die verhandlung öffentlich zu führen aber auch der angeklagte hat ein interesse dass die verhandlung öffentlich geführt wird es sind in der öffentlichkeit solch unsinnige gerüchte verbreitet worden dass es im dringenden interesse der sache liegt die verhandlung öffentlich zu führen nach kurzer beratung des gerichtshofes verkündete der vorsitzende der gerichtshof hat beschlossen den eröffnungsbeschluss in öffentlicher sitzung zu verlesen nach dem eröffnungsbeschluss war der angeklagte der vorsätzlichen tötung im sinne des paragrafen 216 des strafgesetzbuches und der unterschlagung und des diebstahls beschuldigt der vorsitzende verkündete als dann der gerichtshof hat beschlossen nunmehr die öffentlichkeit auszuschließen dadurch die öffentlichkeit der verhandlung der öffentlichen sittlichkeit gefahr droht die vertreter der presse sind zugelassen der zuhörerraum ist zu räumen der vorsitzende ließ hierauf den angeklagten vor den richtertisch treten der angeklagte bemerkte auf befragen des vorsitzenden er sei am 27 juli 1887 als sohn eines schlossermeisters in braunschweig geboren lutherischer konfession er habe die oberealschule bis zur untersekunde besucht und sei am 4 juli 1904 in das braunschweiger bankgeschäft von spanier herford als lehrling eingetreten er hatte sich vorher bei der kaiserlichen marine gemeldet wurde aber als zu schwach befunden und deshalb nicht angenommen sein vater sei tot er habe noch einen bruder und zwei bereits verheiratete schwestern seine mutter habe in der monumentstraße 1 in braunschweig parterre und erste etage eine wohnung zwecks abvermietens gehabt von dem plus des abvermietens habe seine mutter gelebt er der angeklagte sei außer von seiner mutter von einzelnen wohltätern und von seinen schwestern unterstützt worden er habe nachdem er in das bankgeschäft eingetreten war geschichte und philosophie getrieben ganz besonders habe er kritik der reinen vernunft von kant sämtliche werke schopenhauers die gedichte von heine und andere gelesen vorsitzender haben sie dies alles insbesondere schopenhauer und kant denn auch verstanden angeklagter jawohl vorsitzender nach hören sie einmal das fällt manchem gebildeten erwachsenen schwer angeklagter ich habe alles verstanden vorsitzender sie haben sich auch mit dramatischer poesie beschäftigt angeklagter jawohl vorsitzender sie haben selbst mehrere drame verfasst und diese dem hiesigen hoftheater dem deutschen theater und dem lessing theater in berlin zur aufführung eingereicht angeklagter jawohl vorsitzender das erste drama betitelte sich ein sonderling der sonderling waren sie angeklagter jawohl vorsitzender ein zweites drama betitelte sich elternlos angeklagter jawohl vorsitzender wie kamen sie auf den gedanken theaterstücke zu schreiben angeklagter ich hatte die absicht schriftsteller zu werden vorsitzender sie hat noch aber die absicht das bankgeschäft zu erlernen angeklagter es gefiel mir in dem bankgeschäft nicht ich wollte daher schriftsteller werden auf weiteres befragen des vorsitzenden bemerkte der angeklagte er sei bereits als achtjähriger knabe von einem erwachsenen zum unnatürlichen geschlechtsverkehr verführt worden nachdem er größer wurde habe er mit gleichaltrigen und auch erwachsenen mädchen unzüchtigen verkehr in sehr erhebliche masse unterhalten so dass seine gesundheit eine wesentliche beeinträchtigung erfahren hatte die unterschlagung bei seinem prinzipal gebe er zu es sei aber der meinung gewesen er werde aus dem honorar dass er für seine dramen erhalten werde in die lage kommen den schaden zu ersetzen er habe auch den versuch gemacht für musikzeitungen und die kartenlaube zu schreiben es sei aber auch dort mit seinen anerbietungen abschlägig beschieden worden er sei infolge seines ausschweifenden lebens so geschwächt gewesen dass er genötigt war stärkere sachen zu sich zu nehmen deshalb habe er sich verleiten lassen bei seinem prinzipal die unterschlagung zu begehen die geschwister haars hatten in den braunschweiger neuesten nachrichten einen klavierlehrer gesucht er habe sich daraufhin gemeldet honorar habe er dabei nicht erhalten vorsitzender es handelte sich wohl dabei mehr um eine liebelei angeklagter ganz recht der präsident es handelte sich in der hauptsache um eine liebelei brunke bemerkte weiter auf befragen des vorsitzenden er habe mit der jüngeren der alma haars ein liebesverhältnis angeknüpft obwohl ihm die ältere martha besser gefiel diese hatte aber einen bräutigam unzüchtigen verkehr habe er mit keinem der beiden mädchen gehabt er hatte sehr bald eingesehen dass beide mädchen vollständig unschuldige anständige mädchen waren bei denen ein unzüchtiger verkehr ausgeschlossen war martha erhielt nach einiger zeit einen brief von ihrem bräutigam in dem dieser schrieb er müsse die beziehungen zu ihr abbrechen da sein vater in eine verehrlichung mit ihr nicht willigen wolle martha wurde daher sehr niedergeschlagen und er suchte ihn den angeklagten ihr morphium zu verschaffen damit sie sich vergiften könne es sei ihm aber nicht gelungen morphium zu erhalten darauf habe martha ihn gebeten sie zu erschießen er habe zunächst abgelehnt in folge der steten ablehnungen seiner dramen habe er aber beschlossen ebenfalls aus dem leben zu scheiden dies habe er der alma mitgeteilt da habe alma gesagt wenn ihr aus dem leben scheidet dann will ich auch sterben dies habe er martha erzählt letztere sei sofort mit dem plan dass sie alle drei gemeinsam sterben einverstanden gewesen martha habe ihm als dann 20 mark gegeben damit er einen guten revolver und patronen kaufen könne auf ersuchen der mädchen habe er sich zunächst im schießen geübt am abend des 17 oktober 1905 sollte die tat ausgeführt werden am montag den 15 oktober sei er mit den beiden mädchen noch ausgegangen am folgenden tage den 16 oktober habe er mit den beiden mädchen klavier gespielt am 17 oktober abends gegen 8 uhr seien die beiden mädchen zu ihm in die wohnung gekommen er hatte seiner mutter ein billett zu einer spezialitäten theater vorstellung gekauft damit er mit den mädchen in der wohnung allein sein konnte alma machte zunächst den vorschlag in ihre elterliche wohnung zu fahren und sich der korsett zu entledigen da die kugeln an den korsetts abprallen könnten sie seien nun alle drei in einer droschke in deren elterliche wohnung gefahren er habe unten gewartet die beiden mädchen haben an ihre eltern einen brief geschrieben in dem sie diese um verzeihung baten dass sie beschlossen hätten aus dem leben zu scheiden als dann entledigten sie sich der korsetts und zogen weißseidene blusen an hierauf fuhren sie in seine wohnung zurück auf ersuchen der mädchen holte er zwei flaschen champagner a 15 mark das geld habe ihm martha gegeben nachdem sie den champagner ausgetrunken hatten er suchte in alma zunächst einen probeschuss abzugeben er schoss auf eine fotografie der schuss traf vortrefflich als dann setzte er die mädchen auf einen sessel dicht nebeneinander er schoss zuerst auf martha die kugel traf mitten ins herz martha röchelte noch einige augenblicke und war gleich darauf tot nun sagte alma jetzt schieße mich er zielte auf alma und traf auch diese sofort tödlich ins herz jetzt wollte er sich erschießen allein angesichts der beiden leichen fehlte ihm der mut dazu er lief zur polizei und erzählte was geschehen war vorsitzender sie sollen zunächst mit den mädchen auf einem bett gesessen haben dadurch sei das bett in unordnung gekommen sie haben das bett in ordnung gebracht damit man nicht auf den gedanken komme es seien unsittlichkeiten begangen worden angeklagter das ist richtig vorsitzender hielten sie es denn nicht für ein verbrechen zwei menschen zu erschießen angeklagter die mädchen baten mich doch sie zu erschießen vorsitzender das durfte sie aber doch nicht veranlassen ein solch furchtbares verbrechen zu begehen dachten sie denn nicht an das herzeleid das sie den eltern der mädchen bereiteten angeklagter ich dachte wohl daran aber die mädchen baten mich doch so sehr vorsitzender sie sind konfirmiert worden da haben sie doch die lehren des christentums empfangen angeklagter jawohl vorsitzender da wissen sie doch auch dass der mord und auch der selbstmord eine schwere sünde ist es heißt auch in der heiligen schrift du sollst nicht töten und ferner heißt es in der lehre des christentums das leben ist ein von gott verliehenes geschenk dass wenn es auch noch so schwer ist man sich nicht selbst nehmen darf war ihnen das bekannt angeklagter jawohl vorsitzender und trotzdem haben sie die mädchen erschossen angeklagter die mädchen warten doch so vorsitzender alma hatte doch aber gar keinen grund zu einem selbstmord angeklagter alma hatte einmal ein liebesverhältnis mit einem soldaten da der soldat von alma nichts mehr wissen wollte so hatte sie sich das auch sehr zu herzen genommen auf anrat des sachverständigen geheimen medizinalrats dr gerlach wurde ein brief verlesen den der angeklagte am 16 november 1905 aus dem untersuchungsgefängnis an seine mutter geschrieben hatte der brief lautete etwa geliebte mutter die untersuchung gegen mich scheint sich etwas lang auszudehnen ich befinde mich wohl auf nur dass ich meiner freiheit entbehre mein klavier und meine gitarre fehlen mir zu lesen habe ich genug das essen ist schmackhaft und bekommt mir sehr gut ich bin keineswegs einen geist und körper gebrochener mensch wenn ich herauskomme dann werde ich vom unreifen knaben zum reifen manne herangewachsen sein ich bin keine verbrecher natur ich habe nichts entehrendes begangen der brief schloss mit der bitte an die mutter ihm eine nagelschere und ein buch zu schicken geheimrat dr gerlach haben sie den brief geschrieben damit in ihre mutter bekommen sollte oder damit er abgefangen werde angeklagter ich habe den brief allerdings geschrieben in der absicht dass er allgemein gelesen werde ich wollte mich gegen die beschuldigung verwahren dass ich ein verbrecher sei herr staatsanwalt pestler nannte mich nämlich von vornherein eine bestie das wollte ich zurück weisen geheimer rat dr gerlach ist es richtig dass sie schon als sie noch in der untersekunde saßen dramen geschrieben haben angeklagter jawohl staatsanwalt haben sie nicht auch abschiedsbriefe geschrieben angeklagter jawohl staatsanwalt wo schrieben sie die abschiedsbriefe angeklagter im kontor auf antrag des geheimen medizinalrats dr gerlach wurden einige stellen aus den rahmen vorgelesen das dritte drama das punkte auch dem königlichen schauspielhause in berlin eingereicht hatte betitelte sich aus dem leben der prinzessin luise nach vernehmung des angeklagten beschloss der gerichtshof die öffentlichkeit wieder herzustellen es wurde darauf oberealschuldirektor dr wernicke als zeuge aufgerufen er habe den angeklagten in der untersekunde selbst unterrichtet der angeklagte sei sehr begabt und ein durchaus fleißiger schüler gewesen die lehrer seien sämtlich mit ihm zufrieden gewesen er habe niemals die beobachtung gemacht dass der angeklagte anormal sei nunmehr erschien der unglückliche vater der getöteten mädchen kaufmann heinrich haas augenscheinlich von kram erfüllt als zeuge er bekundete seine töchter seien sehr sittsame ordentliche mädchen gewesen die martha sei allerdings sehr niedergeschlagen gewesen als ihr bräutigam ihr abgeschrieben hatte beide mädchen hatten aber niemals selbstmordgedanken geäußert dr med bauermeister bekundet als zeuge und sachverständiger die schädelbildung des angeklagten sei normal der angeklagte sei aber stark hysterisch veranlagt er sei sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits erblich belastet bankier spanier herford der angeklagte sei ein sehr brauchbarer mensch gewesen aufgefallen sei es ihm nur dass er oftmals über dinge sprach von denen er nichts verstanden habe es wurden als dann noch mehrere zeugen vernommen die die erschossenen mädchen als höchst achtbar schilderten sie machten einen vollständig sitten reinen eindruck frau muschacke martha haas habe ihr einige tage vor der tat einen brief ihres bräutigams gezeigt in dem dieser mitteilte dass er alle beziehungen mit ihr abbrechen müsse das mädchen war furchtbar aufgeregt und sagte ich muss mich erschießen meine schwester alma will mit mir sterben der ehemann der vorzeugin bestätigte diese bekundung der vorsitzende zeigte als dann den prozess beteiligten zwei auf dem richtertische liegende fotografien die die städte des verbrechens und die leichen veranschaulichten auf dem richtertische stand außerdem ein dem angeklagten gehörender apparat der zweck dieses apparates kann aus schicklichkeitsgründen auch nicht andeutungsweise mitgeteilt werden polizeiinspektor busenius der angeklagte habe ihm am abend des 17 oktober 1905 seine furchtbare tat in so ruhiger weise geschildert dass er sofort zu der ansicht kam der angeklagte sei geistesgestört zumindestens habe er sich gesagt der junge mensch müsse die tat im rausch getan haben zumal er nach spirituosen roch er der zeuge hatte auch sofort festgestellt dass der angeklagte mit seinen opfern vor der tat champagner getrunken hatte auf seine frage wie er denn dazu gekommen sei die mädchen zu erschießen sagte brunke sie wollten es ja haben sanitätsrat dr rot die mutter des angeklagten sei stark nervös ob der vater ein trinker war stehe nicht fest der bruder des angeklagten sei von derselben geistigen beschaffenheit wie er der angeklagte sei nicht unbegabt seine frühzeitige geschlechtliche ausschweifung habe ihn jedoch geistig und körperlich geschwächt das lesen von schopenhauer und kant habe ihn zu der geringschätzung des lebens geführt er habe während seiner ganzen untersuchungshaft nicht eine spur von reue gezeigt dafür spreche auch der verlesene brief in dem er unter anderem schrieb ich bin keineswegs eine geknickte lilie sondern eine trotzige eiche der angeklagte gab verschiedene ursachen für den selbstmord an der hauptbeweggrund war wohl dass er jede möglichkeit ausgeschlossen sah aus seinen literarischen arbeiten finanzielle einnahmen zu erhalten und damit den von ihm begangenen kassendefekt zu decken der angeklagte sei weder geisteskrank noch geistesschwach aber in folge erblicher belastung selbstüberschätzung und seines ausschweifenden lebenswandels körperlich und geistig degeneriert staatsanwalt wie erklären sie die ruhe mit der der angeklagte sogleich nach der tat diese erzählt hat sanitätsrat dr rot der angeklagte glaubte er habe nichts böses begangen er ist der meinung er wolle nicht feige sein er muss das den mädchen gegebene versprechen einlösen der angeklagte ist auch jetzt noch dieser ansicht er bereut auch jetzt noch nicht die tat als ich gestern den angeklagten besuchte fragte er mich ob wenn er bestraft werde er soldat werden könne er habe große lust soldat zu werden geheimer medizinalrat ihren hausdirektor dr gerlach ich kann mich im großen und ganzen dem gutachten des herren sanitätsrats dr rot anschließen der angeklagte ist in physischer beziehung eine normale natur der hauptbeweggrund für den angeklagten war zweifellos dass er keine möglichkeit sah den von ihm begangenen kassendefekt zu decken er sagte mir wenn ihm noch am 17 oktober jemand 1000 mark gegeben hätte so dass er in der lage gewesen wäre den kassendefekt zu decken dann würde er den mädchen etwas gepfiffen haben er hätte sie als dann nicht erschossen dass der angeklagte seine tat in keiner weise bereut sondern sogar der meinung ist er habe eine heroische tat begangen gehe aus dem umstande hervor dass er einmal äußerte wenn er herauskomme dann werde er das zimmer in dem er die mädchen erschossen habe schwarz dekorieren lassen bewegung im zuhörerraum der angeklagte erzählte mir ferner als er sich bei mir zur beobachtung befand er sei einmal in einer recht fröhlichen gesellschaft gewesen bei ihm sei es aber bald sehr öde und leer geworden er musste sich sehr schnell aus der gesellschaft entfernen da er nur dann einen moralischen halt habe wenn ihm der ganze ernst des lebens in erscheinung trete es sei deshalb gut dass er in meiner anstalt zur beobachtung sei sollte er für krank erklärt werden dann müsse er abwarten was aus ihm werde sollte er für gesund erklärt werden dann bleibe ihm nichts weiter übrig als der selbstmord der angeklagte ist wohl geistig und körperlich degeneriert die freie willensbestimmung ist aber weder dauernd noch zur zeit der tat bei ihm ausgeschlossen gewesen staatsanwalt reinking führte im schlussvortrag aus das drama das uns heute beschäftigt hat weit über die grenzen braunschweigs ja deutschlands berechtigtes aufsehen erregt ich gebe zu der angeklagte ist erblich belastet er ist durch selbstüberschätzung sexuelle verirrung und unverdautes studium philosophischer werke geistig und körperlich degeneriert seine freie willensbestimmung ist aber weder dauernd noch zur zeit der tat ausgeschlossen gewesen ich will auch zugeben dass die mädchen erschossen werden wollten und dass martha haas wiederholt den vergeblichen versuch machte sich zu töten andererseits muss dem angeklagten klar gemacht werden dass er nicht derartig gegen die staatliche ordnung handeln darf der staatsanwalt erörterte als dann die vom angeklagten in dem bankgeschäft verübten straftaten und beantragte eine gesamtstrafe von neun jahren sechs monaten gefängnis er gebe sich der hoffnung hin dass die strafe zur besserung des angeklagten beitragen werde verteidiger rechtsanwalt dr robert die tat des angeklagten ist zweifellos eine furchtbare die erschossenen opfer schreien gewiss nach sühne aber andererseits müssen doch bei beurteilung der tat die gesamten umstände in betracht gezogen werden wenn hier auch der römische grundsatz volente non fit in juria nicht zur anwendung kommen kann so muss doch in betracht gezogen werden dass der angeklagte unter einem gewissen zwange gehandelt hat und dass er zumindest geistig degeneriert ist wenn man sich das noch knabenhafte gesicht des angeklagten ansieht dann steht man wie vor einem unlösbaren psychologischen rätsel der angeklagte ist sich bis heute der tragweite seiner handlungsweise nicht bewusst er sagte mir mit voller seelenruhe ich habe doch kein verbrechen begangen die mädchen wollten doch erschossen werden für das erschießen bin also nicht ich sondern die mädchen verantwortlich der verteidiger verlass den von martha haas geschriebenen abschiedsbrief in dem es hieß lieber oscar ich gehe deinetwegen in den tod alma kommt aus liebe zu mir mit der verteidiger schloss eine lange strafe sei bei dem angeklagten nicht angebracht er sei kein schlechter mensch er der verteidiger habe die überzeugung aus dem angeklagten könne noch etwas werden er ersuche auf die niedrigste zulässige strafe zu erkennen der angeklagte bemerkte auf befragen des vorsitzenden dass er nichts weiter zu sagen habe nach etwa ein halbstündiger beratung des gerichtshofes verkündete der vorsitzende landgerichtsdirektor der gerichtshof hat den angeklagten der zweifachen vorsätzlichen tötung im sinne des paragrafen 216 des strafgesetzbuches und des diebstahls in 20 fällen für schuldig erachtet und deshalb den angeklagten zu einer gesamtstrafe von acht jahren gefängnis verurteilt der gerichtshof erblickt in den tötungen zwei selbstständige handlungen der gerichtshof ist der ansicht dass der angeklagte geistig gesund aber in sittlicher beziehung minderwertig ist es geht ihm das bewusstsein für sittliches gefühl vollständig ab bei der strafzumessung hat der gerichtshof die scheußlichkeit der tat und den umstand in erwägung gezogen dass der angeklagte über zwei familien furchtbares unglück gebracht hat strafmildernd ist die große jugend und die sittliche minderwertigkeit des angeklagten in betracht gezogen worden fünf monate sind dem angeklagten auf die untersuchungshaft angerechnet und außerdem die kosten des verfahrens ihm auferlegt worden der angeklagte der auch das urteil mit der größten gleichgültigkeit anhörte sprach noch kurze zeit mit seinem verteidiger er folgte als dann einem gerichtsdiener willig in seine zelle einige wochen darauf hatte sich brunke in seiner zelle erhängt ende von abschnitt 33 abschnitt 34 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt arg aufgenommen von michael groß essen interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 34 der mord im essener stadtwalde teil 1 trotz aller fortschritte der kultur und zivilisation gehören mordtaten leider noch immer zu den alltäglichkeiten gelingt es einen verdächtigen zu fassen dann hat die justiz ja oftmals große mühe dem angeklagten die tat nachzuweisen dass aber eine schwurgerichtsverhandlung geführt werden muss um dem angeklagten den nachweis zu führen dass er trotz seiner gegenteiligen behauptung nicht der mörder ist dürfte in den gerichtlichen analen einzig dastehen im sommer 1906 weilte in der metropole der eisen und kohlen industrie in essen ruhr die 39 jährige unverheiratete englische sprachlehrerin madeleine lake zum besuch bei einer befreundeten familie die dame war eine verwandte des englischen königs hauses sie wohnte in bredeney einem vorort essens in der sehr eleganten idyllisch gelegenen villa grünerweller am ersten oktober 1906 machte miss lake in gesellschaft einer frau brockhausen in der stadt essen mehrere einkäufe gegen sechs uhr abends begaben sich beide damen auf den heimweg in der nähe des stadtwaldes verabschiedeten sie sich die miss ging durch den stadtwald kam aber nicht mehr zum vorschein einige tage später wurde sie in einem gebüsch des stadtwaldes ermordet aufgefunden die leiche wies zahlreiche verletzungen und auch einige kratzwunden auf der tod war nach ärztlichem befund durch zertrümmerung des schädels eingetreten da geld und wertgegenstände bei der leiche vorhanden waren so konnte von einem raubmord keine rede sein laut ärztlicher feststellung war auch kein lustmord begangen worden die miss weilte erst seit einigen wochen in essen sie war eine sehr gutmütige ruhige person es war daher nicht anzunehmen dass ein mord aus rache vorlag es wurden mehrere verdächtige leute verhaftet aber alle sehr bald wieder freigelassen da sich keinerlei anhalt für deren täterschaft ergab in der nacht vom 9 zum 10 februar 1907 trat in der brandstraße in essen ein gut gekleideter junger mann an einen schutzmann heran mit der aufforderung ihn zu verhaften er habe am abend des ersten oktober 1906 die engländerin miss lake im essener stadtwalde ermordet der beamte glaubte zunächst es mit einem irrsinnigen zu tun zu haben da der junge mann aber einen sehr ruhigen eindruck machte und seine selbst bezichtigung wiederholte führte ihn der schutzmann zur nächsten polizeiwache dort gab der junge mann folgendes zu protokoll er heiße alfred land seit eineinhalb jahren sei er auf dem essener kohlensyndikat als bürobeamter beschäftigt gewesen am abend des ersten oktober 1906 sei er in der nähe des stadtwaldes spazieren gegangen da sei er zwei gleichaltrigen jungen leuten begegnet er habe sich diesen angeschlossen plötzlich haben sie die miss lake getroffen sie beschlossen die dame zu notzüchtigen da sich die dame aber heftig sträubte so haben sie sie gewaltsam ins gebüsch geschleppt und um sie am schreien zu verhindern ihr den hals zugedrückt plötzlich haben sie gesehen dass die dame tot war sie seien darauf davon gelaufen und hätten sich gegenseitig das versprechen gegeben sich nicht zu verraten ende dezember 1906 haben sie beschlossen um einer etwaigen verhaftung zu entgehen nach belgien auszuwandern er land habe in brüssel eine stellung als kellner angenommen seine beiden begleiter von denen er nur wisse dass sie mit vornamen karl und heinrich heißen habe er sehr bald gänzlich aus dem auge verloren er habe von ihrem verbleiben keine ahnung sein gewissen habe ihm keine ruhe gelassen er sei deshalb zurückgekommen um die furchtbare tat die er begangen zu sühnen es wurde selbstverständlich der geisteszustand des jungen mannes in zweifel gezogen obwohl der essener gerichtsarzt dr klein den jungen mann nach längerer beobachtung für vollständig geistig gesund erklärte wurde er trotzdem noch sechs wochen zur beobachtung seines geisteszustandes der irrenanstalt grafenberg überwiesen die anstaltsärzte erklärten den jungen mann ebenfalls für vollständig geistig gesund da der junge mann nach wie vor seine selbstbezichtigung in allen einzelheiten mit größter entschiedenheit aufrecht hielt und auch seine angaben mit dem leichenbefund im allgemeinen übereinstimmten so wurde die anklage wegen mordes gegen ihn erhoben er wurde am 23 september 1907 vor das schwurgericht des landgerichts essen gestellt er war der sohn eines nicht unbemittelten kohlenhändlers aus breslau der jedoch schon vor mehreren jahren verstorben war seine familie hatte den essener rechtsanwalt holtermann mit der verteidigung betraut als ich diesen einige tage vor der verhandlung besuchte sagte er mir mein größter gegner ist der angeklagte er hat mir aus dem untersuchungsgefängnis geschrieben ich solle doch alles aufbieten damit die verhandlung gegen ihn so schnell als möglich stattfindet und alles unterlassen was geeignet wäre seine schuld in zweifel zu ziehen er sei der täter und wolle seine schuld büßen er habe den sehnlichsten wunsch so schnell als möglich hingerichtet zu werden der angeklagte ein hübscher mittelgroßer kräftig gebauter junger mann mit einem anflug von schnurrbart machte keineswegs den eindruck eines geistesgestörten vorsitzender landgerichtsdirektor dr fromm angeklagter land ich muss sie ermahnen die volle wahrheit zu sagen wenn sie den mord nicht begangen haben und trotzdem sich als täter bekennen so begehen sie auch eine große sünde denn sie führen die justiz irre und tragen dazu bei dass der wirkliche täter der gerechtigkeit entzogen wird wenn sie aber der täter waren so sagen sie offen die wahrheit der angeklagte schwieg so dann bemerkte der angeklagte auf befragen des vorsitzenden er sei am 27 september 1886 in breslau geboren und evangelischer konfession er habe in breslau die elementarschule besucht und sei als dann nach dortmund in die kaufmännische lehre bekommen dort wurde er wegen diebstahls mit einem verweise bestraft er wurde später in breslau wegen betruges und urkunden fälschung zu vier monaten und einige zeit später vom landgericht köln wegen unterschlagung zu drei monaten gefängnis verurteilt vorsitzender nun angeklagter haben sie die miss madeleine lake getötet angeklagter mit ruhiger fester stimme jawohl ich habe es getan der angeklagte gab hierauf auf befragen des vorsitzenden an am ersten oktober 1906 sei er bis sechs uhr abends im büro gewesen er sei als dann nach bredenei spazieren gegangen und sei zwei gleichaltrigen gut gekleideten jungen leuten begegnet er habe sich den jungen leuten angeschlossen sehr bald sahen sie eine dame kommen diese wollten sie vergewaltigen da die dame sich aber sträubte so habe er und der eine junge mann der mit vornamen karl hieß die dame gewaltsam in den stadtwald geschleppt um sie am schreien zu hindern habe er der dame den hals zugedrückt vorsitzender hat die dame geschrien angeklagter sie hat einige englische laute von sich gegeben vorsitzender wie alt war die dame etwa angeklagter etwa 25 jahre vorsitzender die jungen leute die sich ihnen angeschlossen hatten kannten sich nicht angeklagter nein ich weiß nur dass der eine mit vornamen karl der andere heinrich hieß vorsitzender wie sahen die jungen leute aus angeklagter karl war in meiner größe und brünett heinrich etwas kleiner und blond vorsitzender hat sich denn auch heinrich mit der miss madeleine zu schaffen gemacht angeklagter nein heinrich blieb am rande des stadtwaldes stehen vorsitzender haben sie die miss vergewaltigt angeklagter nein ich war genötigt der dame mit beiden händen den hals zuzuhalten vorsitzender deshalb kamen sie nicht zur vergewaltigung angeklagter nein der angeklagte beschrieb nun die stelle an der er die miss in den stadtwald gezogen habe er habe sie rechts in den wald hineingezogen vorsitzender die leiche ist aber links im stadtwald gefunden worden sie haben auch als sie sich bei der polizei meldeten gesagt sie haben die miss links in den stadtwald gezogen angeklagter dann habe ich mich geirrt mir ist erinnerlich dass ich die miss rechts in den wald gezogen habe vorsitzender sie sind an dem mordtage sehr aufgeregt gewesen angeklagter besonders nicht vorsitzender wann sahen sie dass die miss tot war angeklagter nachdem wir die miss niedergelegt hatten vorsitzender legten sie die dame aufs gesicht oder auf den rücken angeklagter auf den rücken vorsitzender die leiche wies kratzspuren auf und außerdem war der schädel zertrümmert dadurch ist der tod eingetreten angeklagter ich habe die miss weder gekratzt noch habe ich ihr den schädel eingeschlagen vorsitzender soll das karl getan haben angeklagter das ist möglich vorsitzender kamen sie nach der tat mit den beiden jungen leuten öftermals zusammen angeklagter jawohl vorsitzender wie kommt es aber dass sie absolut nicht wissen wer die jungen leute waren und wie sie hießen der angeklagte schwieg vorsitzender nun wollen sie gerade am silvester essen verlassen haben wohin begaben sie sich angeklagter nach belgien vorsitzender wovon lebten sie angeklagter ich hatte zunächst noch etwas geld später nahm ich in brüssel eine kellnerstellung an vorsitzender und weshalb kamen sie nach essen zurück angeklagter weil mir das gewissen schlug vorsitzender deshalb kamen sie nach essen zurück um sich bei der polizei zu melden angeklagter jawohl vorsitzender nun ist aber festgestellt dass sie im januar in koblenz gewesen sind angeklagter ich bin niemals in koblenz gewesen vorsitzender sie haben in koblenz in einem hotel gewohnt und dort auf ihren namen einen rock versetzt angeklagter das ist falsch vorsitzender sie sind später in dortmund gewesen und haben von dort je eine karte an zwei in essen wohnenden mädchen geschrieben angeklagter angeklagter das ist auch nicht richtig vorsitzender die handschrift auf diesen karten ähnelt aber doch der ihrigen angeklagter das gebe ich zu ich habe die karten aber nicht geschrieben vorsitzender sie haben außerdem angegeben dass sie mit karl und heinrich in brüssel in dem hotel stadt vervier in einem zimmer in dem drei betten standen gewohnt haben angeklagter das ist richtig vorsitzender laut polizeilicher feststellung haben zur angegebenen zeit drei junge leute nicht in diesem hotel gewohnt es gibt auch dort kein zimmer in dem drei betten standen der angeklagte schwieg vorsitzender sie sollen vor und auch nach dem morde reichlich alkoholische getränke getrunken angeklagter angeklagter jawohl vorsitzender hatten sie am tage der tat getrunken angeklagter nein vorsitzender sie haben mehrere liebschaften gehabt angeklagter ich verkehrte aber mit den mädchen nur gesellschaftlich vorsitzender sie sollen die mädchen angedichtet haben angeklagter jawohl heiterkeit im zuhörerraum vorsitzender sie sollen zu einem mann auf befragen gesagt haben ich bin es nicht gewesen ich kenne aber den mörder und schweige weil ich geld bekommen habe angeklagter das sagte ich das sagte ich um den vielen fragen zu entgehen hierauf wurde frau lettau eine sehr alte frau die am 2 oktober 1906 nachmittags die leiche im walde entdeckt hatte als zeugin vernommen sie schilderte sie schilderte den leichen befund in eingehender weise ein junger mann von etwa 16 jahren der sich hinzugesellte sagte das ist der junge herr land gewesen der kommt täglich hier vorüber große bewegung im zuhörerraum gerichtsarzt das zwischen der ermordeten und dem täter ein kampf stattgefunden habe die rechte schädelseite war stark blut unterlaufen dies ist augenscheinlich von einem heftigen schlag mit einem harten gegenstand verursacht worden für den folgenden teil des gutachtens wurde wegen gefährdung der öffentlichen sittlichkeit die öffentlichkeit ausgeschlossen den vertretern der presse jedoch der zutritt gestattet der sachverständige bemerkte ferner der versuch eines sittlichkeits verbrechens sei gemacht worden die ermordete habe sich augenscheinlich sehr gewehrt es seien auch würgungsversuche gemacht worden der tod sei aber nicht durch erstickung sondern durch die schädelverletzung die eine innere gehirnblutung zur folge gehabt habe eingetreten der angeklagte habe gesagt er wisse von einer schädelverletzung nichts er habe der ermordeten nur den hals zugehalten es sei aber möglich dass sein komplize karl den schlag auf den schädel geführt habe auf befragen des ersten staatsanwalts bemerkte der gerichtsarzt die schädelverletzung sei der ermordeten lebend beigebracht worden sie habe augenscheinlich den tod herbeigeführt gerichtsarzt dr konrad die ermordete war eine kleine sehr schmächtige und zart gebaute person er sei der ansicht dass die blutspuren in der wäsche von den erlittenen verletzungen herrührten der sachverständige schloss sich im übrigen dem gutachten des gerichtsarztes dr klein vollständig an es wurden hierauf mehrere zeugen vernommen die am ersten oktober 1906 zur fraglichen zeit die rellinghauser chaussee in der nähe des schwarzen weges passiert hatten die meisten zeugen waren einer dame begegnet hinter der ein mann in arbeiterkleidung ging einige zeugen haben einen schrei gehört der sich zweimal wiederholt habe auf antrag des ersten staatsanwalts wurde beschlossen am folgenden tage im essener stadtwalde eine ortsbesichtigung vorzunehmen ein prächtiger herbstmorgen lachte am 24 september 1907 über der lebhaften industrie stadt essen eine zahlreiche menschenmenge flutete schon frühzeitig nach dem ziemlich entfernt vom weichbild der stadt gelegenen stadtwalde der erste staatsanwalt dr eger und die mitglieder des gerichtshofes kamen im automobil hinausgefahren die geschworenen hatten sich einen kremser gemietet die zahlreichen zum lokaltermin geladenen zeugen die vertreter der presse und das publikum hatten sich der elektrischen straßenbahn bedient wir waren genötigt an der flora rüttenscheider straße auszusteigen und als dann den schwarzen weg entlang nach dem stadtwald zu fuß zu gehen dort war eine starke polizeimacht unter dem kommando der polizeiwachtmeister mirus und fischer zu fuß und zu pferde postiert ohne eintrittskarte die vom ersten staatsanwalt den vertretern der presse gegeben waren wurde niemand durch die polizeikette durchgelassen der angeklagte wurde von polizeibeamten ungefesselt in einem geschlossenen wagen einem landauer nach dem stadtwalde gebracht der angeklagte machte den eindruck eines durchaus noblen jungen mannes er trug einen schwarzen feinen gehrock eleganten schwarzen steifen hut und tadellosen stehkragen er legte eine geradezu bewundernswerte ruhe an den tag trotz polizeilicher absperrung die im übrigen sehr liberal gehandhabt wurde hatte sich ein ziemlich zahlreiches publikum eingefunden um dem seltenen schauspiel einer gerichtsverhaltung im walde und auf einer sehr staubigen kohlenschosse beizuwohnen die zeugenvernehmung begann gegen neuneinhalb uhr am heideschlösschen und zog sich durch den wald hindurch bis fast zur rüttenscher der straße hin die zeugen erzählten ihre erlebnisse vom nachmittag des ersten oktober eine anzahl zeugen war die ermordete miss begegnet hinter ihr sei ein junger mann gegangen bezüglich des letzteren gingen die aussagen ziemlich auseinander einige waren der meinung der junge mann habe dem angeklagten in figur haltung kleidung und auch gesicht ähnlich gesehen andere hielten es für ausgeschlossen dass der junge mann der angeklagte war einige zeugen waren einem jungen manne begegnet der von der mordstätte herkommen und fluchtartig schnell die schossi entlang gelaufen sei dieser junge mann habe wie die zeugen bekundeten an haltung und figur dem angeklagten ähnlich gesehen noch mehrere andere leute denen die zeugen begegnet waren wurden als verdächtig bezeichnet ein mann soll als er bei drei telegrafen assistenten vorüber ging zu seinem begleiter gesagt haben dreh dich nicht um die kennen mich die mordstätte das heißt der baum unter dem die ermordete gefunden wurde war durch einen in den baumstamm eingeschnittenen totenkopf und ein kreuz kenntlich gemacht der angeklagte der zwischen zwei polizeisergeanten einher schritt wurde zunächst vom heideschlösschen kommend rechts in den wald und zwar an die stelle geführt an der er das verbrechen begangen haben wollte vorsitzender angeklagter ich muss ihnen bemerken dass die leiche links im walde also hier gerade gegenüber gefunden wurde also hier gerade gegenüber gefunden wurde irren sie sich vielleicht angeklagter ich glaube mich nicht zu irren ich habe die miss rechts in den wald an diese stelle gezogen vorsitzender das ist doch aber nicht möglich die leiche ist links gefunden worden sie irren sich vielleicht doch angeklagter mir ist erinnerlich dass ich die miss nach rechts an diese stelle gezogen habe ein irrtum ist aber nicht ausgeschlossen daraufhin begab man sich links in den stadtwald an die stelle an der die ermordete gefunden wurde man war genötigt einen doppelten drahtzaun zu überschreiten ehe man in den wald kam der drahtzaun war nach dem morde gezogen worden die mordstätte sah vollständig kahl aus sie war wie mitgeteilt wurde im vorigen jahre mit dichtem farrenkraut bewachsen das gewissermaßen ein gebüsch bildete ein reitender polizeisergeant ein reitender polizeisergeant stieß dreimal einen schrei aus um festzustellen wie weit das schreien der ermordeten einer schmächtigen zart gebauten dame der der täter den hals zugedrückt haben will gehört worden sei das schreien des polizeisergeanten wurde erklärlicherweise sehr weit vernommen bei dieser gelegenheit will ich mitteilen dass der angeklagte ein sehr kräftig gebauter mensch war der wohl imstande gewesen wäre eine zart gebaute frauensperson zu erwürgen an der mordstätte wurde nochmals die alte frau lettau die die leiche am 2 oktober 1906 nachmittags gegen dreieinhalb uhr entdeckt hatte vernommen die alte frau war im walde mit holzsuchen beschäftigt sie fand zunächst einen damenhut und einige schritte weiter zwei hutnadeln dicht dabei im gebüsch in mitten dichtem farnkraut entdeckte sie die leiche in der nähe stand ein junger mann der dem angeklagten in ansehen figur haltung und kleidung sehr ähnlich gesehen habe ob er der angeklagte war könne sie nicht sagen sie habe den jungen mann in ihrem schreck herbeigerufen und ihm gesagt er solle die polizei holen der junge mann habe geantwortet dazu habe ich keine zeit ich muss jetzt nach hause eilen ich wohne sehr weit aber wenn die polizei kommt dann bin ich auch wieder hier der junge mann hatte ihr ein kleines kästchen übergeben ob letzteres der ermordeten gehörte könne sie nicht sagen sie habe nicht gesehen dass der junge mann der vor ihr ging sich gebückt habe der junge mann habe sich nicht wieder sehen lassen etwa eine stunde später sei sie einem jungen menschen begegnet der auf zeche langen brahm arbeitete der junge mann mochte etwa 16 jahre alt gewesen sein als sie diesem ihre erlebnisse erzählte sagte er der junge mann wird der junge herr land gewesen sein der geht täglich durch den wald vorsitzender ist das die volle wahrheit frau lettau können sie das auf ihren eid nehmen zeugin das ist die volle wahrheit vorsitzender angeklagter sie sind am nachmittag des zweiten oktober hier an der mordstätte gewesen angeklagter nein ich bin seit dem tage des mordes niemals mehr im stadtwald gewesen ich graule mich hinzugehen vorsitzender es ist eigentümlich frau lettau dass der von ihnen bezeichnete etwa 16 jährige junge mann der auf zeche langen brahm gearbeitet haben soll nicht aufzufinden ist frau lettau ich kann nichts anderes als die wahrheit sagen der vorsitzende schritt mit den zeugen noch einige male die chaussee entlang um teils die vernehmungen gern zu wiederholen teils um die entfernungen abzumessen die sonne sandte ihre glühenden strahlen auf die unter freiem himmel stattfindende gerichtsverhandlung sämtliche prozessbeteiligten aber auch die berichterstatter und die vielen polizeibeamten waren merklich erschöpft als gegen eineinhalb uhr mittags der vorsitzende den lokaltermin für beendet erklärte nachmittags wurde die verhandlung im schwurgerichtssaal fortgesetzt bürobeamter mette bekundete als zeuge am 2 oktober 1906 nachmittags gegen dreieinhalb uhr sei er durch den stadtwald gegangen da sei er plötzlich von einer alten frau angerufen worden die frau habe ihm die von ihr entdeckte leiche gezeigt neben der leiche lag ein kästchen er hob es auf und übergab es der alten frau vorsitzende frau lettau war das der junge mann zeugin jawohl das war er ich habe ihn sofort als er den saal betrat wiedererkannt schmied heinrich hackstein am ersten oktober nachmittags kurz nach sieben uhr sei er in gesellschaft seines bruders den schwarzen weg entlang gegangen da habe er drei laute schreie gehört die aus dem stadtwalde kamen es machte den eindruck als ob jemand gewürgt werde die schreie seien ihm derart in die glieder gefahren dass er furchtbar erschrocken sei er habe als er nach hause kam seine wahrnehmungen sofort seiner mutter erzählt frau luise schulz sie sei am fraglichen nachmittag zwischen sechs und sieben uhr den schwarzen weg entlang gegangen da sei sie einem sehr großen herrn mit flottem schnurbart nebst einer kleinen dame begegnet der herr hatte seine hand um die taille der dame gelegt das paar unterhielt sich sehr lebhaft und begab sich querfeldein in das gebüsch vorsitzender sträubte sich die dame in das gebüsch zu gehen zeugin keineswegs frau luise großmann bestätigte die bekundung der vorzeugin sie habe das paar für ein liebespaar gehalten frau villasch hatte dieselbe wahrnehmung gemacht die dame trug in der rechten hand ein täschchen sie war schwarz gekleidet und sehr schlank vorsitzender wollte die dame in den busch hineingehen zeugin sie wollte so recht nicht frau gustenhofer am nachmittag des ersten oktober 1906 etwa viertel vor sieben uhr sei sie am schwarzen weg zwei gut gekleideten herrn und hinter diesen einer dunkel gekleideten dame begegnet auf dem weg nach der flora zu habe sie einen besser gekleideten herrn gesehen frau clara gustenhofer hatte dieselben wahrnehmungen wie ihre schwägerin gemacht streckenwärter schulte hatte ebenfalls das angebliche liebespaar in das gebüsch gehen sehen er habe außerdem niemer und van haagen gesehen nachdem er seine wahrnehmung der polizei angezeigt hatte habe ihm van haagen gedroht ihm die knochen entzwei zu schlagen wenn er auch hinter schloss und riegel bekommen sollte furagehändler neumann er habe in der nähe der mordstätte zwei minna gesehen die niemer und van haagen gewesen sein können er habe sie aber in der dunkelheit nicht genau sehen können kurz vor sieben uhr habe er aus der gegend der mordstätte einen pfiff gehört der sofort erwidert worden sei polizei sergeant heiter ein feuerwehrmann habe ihm erzählt am ersten oktober nachmittags sei an der rüttenscheider chaussee ein junger mann in sehr aufgeregter weise angelaufen gekommen er sei auf die elektrische straßenbahn gestiegen und nach essen gefahren eine anzahl frauen bestätigte diese erzählung polizei inspektor meyer und kriminalkommissar krug meyer bekundeten dass bezüglich des aufgeregten jungen mannes der auf die elektrische straßenbahn gestiegen sein soll die eingehendste nachforschungen aber völlig ergebnislos gemacht worden seien unter allgemeiner spannung wurde hierauf der 37 jährige schlosser august niemer der wegen verdachtes des mordes an der miss lake verhaftet war und gegen den noch die untersuchung schwebte als zeuge in den saal gerufen die verteidigung des zeugen wurde ausgesetzt er bekundete auf befragen des vorsitzenden er sei am ersten oktober nachmittags nach sechs uhr mit van haagen im stadtwald gewesen sie haben eine zeitlang dort gesessen und schnaps getrunken mehrere leute bekundeten auf befragen dass sie zwei leute mit einer schnapsflasche am rand des waldes haben sitzen sehen vorsitzender zu niemer haben sie ein schrei gehört zeuge nein vorsitzender aber eine ganze anzahl personen hat aus bedeutend größerer entfernung mehrere schreie gehört zeuge ich habe nichts gehört vorsitzender haben sie an jenem abend den angeklagten in der nähe des stadtwaldes gesehen zeuge nein vorsitzender kennen sie den angeklagten zeuge nein vorsitzender sie haben ihn nie gesehen zeuge nein vorsitzender sie sollen es sich zur aufgabe gemacht haben liebespärchen im wald aufzustöbern zeuge aufgestöbert nicht aber beobachtet vorsitzender sie sollen sogar einem liebespärchen mit dem revolver gedroht haben zeuge mir nicht bewusst erster staatsanwalt und verteidiger erklärten dass sie keine fragen an den zeugen zu stellen haben vorsitzender ich habe aber noch eine frage ich mache sie darauf aufmerksam zeuge nie mehr dass sie auf die folgende frage die antwort verweigern können wenn sie ursache haben zu befürchten dass sie sich dadurch einer strafrechtlichen verfolgung aussetzen ich frage sie also stehen sie in irgendeiner beziehung zu dem mörder der miss lake zeuge nein vorsitzender kennen sie den mörder zeuge nein vorsitzender haben sie oder von hagen den mord begangen zeuge nein der folgende zeuge schreiner von hagen wurde ebenfalls unter aussetzung der vereidigung vernommen er gab zu am ersten oktober abends den schwarzen weg entlang gegangen zu sein er erinnere sich aber nicht am rande des waldes mit nimmer gesessen zu haben arbeiter marzina er habe am ersten oktober nachmittags dem nimmer umziehen helfen als dann sei er mit nimmer und van hagen nach dem alfredusbad und von dort den schwarzen weg entlang gegangen vorsitzender wissen sie wer die miss lake ermordet hat zeuge nein steiger mark griff von zeche langen brahm er habe bei den auf zeche langen brahm beschäftigten jungen leuten die eingehendsten nachforschungen angestellt aber den von der zeugin lettau bezeichneten jungen mann nicht feststellen können ende von abschnitt 34 aufgenommen von michael groß essen abschnitt 35 von interessante kriminalprozesse teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von michael groß essen interessante kriminalprozesse teil 1 von hugo friedländer abschnitt 35 der mord im essener stadtwalde teil 2 am dritten verhandlungstage sah der angeklagte furchtbar blass und elend aus er saß niedergeschlagen und in sich zusammengesunken da er hatte in den letzten fünf nächten nicht geschlafen seinem verteidiger hatte er erklärt eine freisprechung könne ihm gar nichts nützen denn er sei ohne dies aus der menschlichen gesellschaft ausgestoßen er könne sich nirgends mehr sehen lassen man solle ihn entweder zeitlebens ins gefängnis sperren oder hinrichten nach einigen von den prozessbeteiligten gestellten fragen beschloss der gerichtshof die öffentlichkeit auszuschließen dadurch die folgende verhandlung eine gefährdung der öffentlichen sittlichkeit zu besorgen sei der zuhörerraum wurde geräumt den vertretern der presse jedoch der zutritt gestattet der vorsitzende stellte darauf an den angeklagten mehrere fragen die sich auf die absichten bezogen die der angeklagte vorhatte als er der ermordeten begegnete die nähere mitteilung hierüber muss aus schicklichkeitsgründen unterbleiben der angeklagte bemerkte schließlich dass er furchtbar aufgeregt sei vorsitzender seit wann sind sie so sehr aufgeregt angeklagter seit gestern abend vorsitzender dann setzen sie sich und sind sie bemüht sich zu beruhigen der angeklagte setzte sich und beantwortete anscheinend mit ruhe die an ihn gestellten fragen er wiederholte er glaube bestimmt er habe die miss rechts in den stadtwald gezogen es sei aber auch möglich dass er sie links hinein gezogen habe plötzlich brach der angeklagte zusammen und fiel in weinkrämpfe der vorsitzende unterbrach die verhandlung und er suchte die anwesenden gerichtsärzte dem angeklagten hilfe zu leisten auf anordnung der ärzte wurde der angeklagte von einem polizeisergeanten und einem gerichtsdiener an die frische luft geführt nach etwa 15 minuten hatte sich der angeklagte der noch immer sehr elend aussah so weit erholt dass die verhandlung fortgesetzt werden konnte die öffentlichkeit wurde wieder hergestellt als dann wurde frau kort als zeugin vernommen sie unterhalte in der rellinghauser straße einen öffentlichen mittags und abendtisch seit ersten oktober 1906 habe der angeklagte bei ihr gegessen er habe für mittagessen 70 für abendbrot 50 pfennig bezahlt am ersten oktober sei der angeklagte etwa 20 minuten vor acht zum abendbrot gekommen es sei ihr an dem angeklagten nichts aufgefallen der sohn und zwei töchter dieser zeugin bestätigten diese bekundung die tochter hedwig hatte gebucht das land am ersten oktober 1906 bei ihrer mutter abendbrot gegessen habe auf antrag des ersten staatsanwalts legte hedwig kort das von ihr geführte buch vor aus dem hervor ging dass der angeklagte am ersten oktober 1906 bei ihnen mittag und abendbrot gegessen habe für bethena die schwester der hedwig kort bestätigte die bekundungen ihrer mutter und ihrer schwester vorsitzender bei ihrer mutter verkehren doch wohl viele herren zeugin jawohl vorsitzender wie kommt es dass sie sich gerade so bestimmt zu erinnern wissen dass der angeklagte am ersten oktober bei ihrer mutter abendbrot gegessen hat zeugin weil ich zu hedwig sagte heute kommt ein neuer junger mann der kann vielleicht für dich etwas sein große allgemeine heiterkeit vorsitzender das ist ja allerdings ein anhaltspunkt sie glaubten der junge mann wäre für ihre schwester eine passende partie zeugin verschämt lächelnd ja die bürobeamten bertelmann und walter bekundeten sie haben mit dem angeklagten zusammen im büro des kohlensyndikats gearbeitet bis 1. oktober 1906 sei die bürozeit beim kohlensyndikat bis fünfeinhalb uhr vom 1. oktober 1906 ab bis 6 uhr abends gewesen sie glauben nicht dass der angeklagte einmal vor büro schluss fortgegangen sei oberkellner jon er sei oberkellner im hotel bürgerhaus in dortmund am 1. januar 1907 logierte sich ein junger mann im hotel unter dem namen von eiken ein er sagte er sei student der medizin in bonn er blieb bis 5 januar und verduftete dann ohne bezahlt zu haben am 2. januar liebäugelte er vom fenster aus mit einem jungen mädchen das in einem dem hotel gegenüberliegenden wahrenhause als verkäuferin beschäftigt war er versuchte als dann in das wahrenhaus einzudringen um dem jungen mädchen den hof zu machen er wurde aber als man seine absicht erkannte an die frische luft gesetzt große allgemeine heiterkeit vorsitzender was wollte denn der angeklagte in dortmund machen in dortmund studiert man doch nicht medizin zeuge das weiß ich nicht vorsitzender sehen sie sich den angeklagten einmal genau an war das der student von eiken zeuge jawohl vorsitzender sind sie sich ihrer sache ganz sicher zeuge vollständig sicher vorsitzender nun angeklagter geben sie zu vom ersten bis fünften januar in dortmund gewesen zu sein angeklagter das ist alles unwahr ich war im januar 1907 nicht in dortmund die sache mit der verkäuferin ist vollständig unwahr vorsitzender das wäre schließlich gleichgültig geben sie zu vom ersten bis fünften januar in dortmund gewesen zu sein angeklagter nein oberkellner jon bekundete ferner auf befragen des vorsitzenden der angeklagte habe auch eine ansichtskarte an seine braut in essen geschrieben die karte habe er ihm vorgezeigt vorsitzende der vorsitzende hielt dem angeklagten die karte vor letzterer bestritt die karte geschrieben zu haben vorsitzender herr jon wissen sie wo der angeklagte von dortmund aus hinfuhr zeuge er ist angeblich nach koblenz gefahren denn es kam an den hotelier herrn sondermann von einem agenten aus koblenz eine anfrage ob das von herrn sondermann dem kellner land aus breslau ausgestellte zeugnis richtig sei herr sondermann hat aber niemals ein solches zeugnis ausgestellt vorsitzender woraus entnahmen sie dass der angebliche kellner land mit dem studenten der medizin von eiken identisch war zeuge weil ich den studenten von eiken für einen schwindler gehalten habe frau wahlsdorf sie sei im januar 1907 stuben mädchen im hotel bürgerhaus in dortmund gewesen sie könne mit voller bestimmtheit bekunden dass der angeklagte anfang januar 1907 im hotel bürgerhaus in dortmund gewohnt habe die älteste schwester des angeklagten eine verehelichte frau hoffmann bekundete auf befragen des vorsitzenden der angeklagte habe oftmals alkohol getrunken der angeklagte sei ein sehr schwächliches kind gewesen er habe an der englischen krankheit gelitten und erst mit vier jahren laufen gelernt nachdem er konfirmiert war habe sie ihn zu sich genommen und ihn in ein kaufmännisches geschäft in die lehre gegeben daneben habe er die handelsschule besucht er sei darauf nach breslau gegangen sei dort in stellung gewesen und wegen diebstahls bedruges und urkundenfälschung bestraft worden später erhielt er im büro der zeche gneisenau und als dann im büro des kohlensyndikats in essen anstellung er war oftmals sehr schwermütig weinte heftig und sagte er möchte sich erschießen denn er sei infolge seiner strafen aus der menschlichen gesellschaft ausgeschlossen als er aus breslau kam erzählte er er habe mit einem oberingenieur zusammengesessen dieser war zu lebenslänglicher gefängnisstrafe verurteilt und habe ihm deshalb 1500 mark vermacht damit sie der staat nicht bekommen sollte er wollte davon die unterschlagung von 300 mark decken und mit dem anderen gelde ein zigarren geschäft aufmachen diese ganze erzählung war erfunden ob der angeklagte viele liebschaften gehabt habe sei ihr nicht bekannt gewesen er habe allerdings oftmals mädchen angedichtet und sei mit ihnen ausgegangen vorsitzender hat ihr bruder nach dem ersten oktober 1906 ein auffallendes wesen an den tag gelegt zeugin nein vorsitzender hat er viel über den mord der miss lake gesprochen zeugin jawohl es wurde bei uns sehr viel über den mord gesprochen mein bruder hat vielfach über den mord aus der zeitung vorgelesen er sagte einmal der verbrecher wird wohl niemals entdeckt werden es muss ein mensch aus den höheren gesellschaftskreisen vielleicht ein offizier gewesen sein vorsitzender halten sie ihren bruder für fähig einen mord zu begehen zeugin durchaus nicht der verteidiger verlas darauf einen vom angeklagten aus dem untersuchungsgefängnis gerichteten brief in dem es hieß wenn man sechs wochen unter die tollhäusler gesteckt wird dann muss man schließlich verrückt werden ich möchte mir am liebsten das leben nehmen ich tröste mich aber mit unserem herrn und heiland der einen so furchtbaren tod und dazu noch unschuldig erleiden musste vorsitzender halten sie ihren bruder für geistig gesund zeugin ich habe niemals wahrgenommen dass mein bruder geistesgestört ist während der ganzen vernehmung der zeugin senkte der angeklagte seinen kopf zur erde und weinte heftig als dann wurden mehrere bürobeamte vernommen die mit dem angeklagten im kohlensyndikat auch nach dem morde zusammengearbeitet haben diese haben sämtlich an dem angeklagten nichts auffallendes wahrgenommen sie haben auch den angeklagten in keiner weise im verdacht gehabt dass er die miss lake ermordet habe ein mann namens ziegler bekundete auf befragen des vorsitzenden er sei mitglied des gut templer ordens gewesen ein mann namens stein sei vorsitzender der angeklagte der auch mitglied war sei schriftführer gewesen er zeuge sei aus dem gut templer orden ausgetreten und habe sich einer anderen antialkoholischen gesellschaft angeschlossen weil er sich vor stein fürchtete stein habe gedroht ihm seine existenz zu untergraben und ihn wegen eines notzucht verbrechens anzuzeigen stein habe sogar eine strafanzeige wegen notzucht gegen ihn im verein vorgebracht obwohl er niemals ein solches verbrechen begangen habe er habe vor stein geradezu angst er sei der bestimmten ansicht dass dieser jemandem ein verbrechen suggerieren könne so oft er mit stein zusammen war habe er geradezu unter dessen geistigem bann gestanden er könne den gedanken nicht loswerden dass stein auch dem land das verbrechen das land begangen haben will suggeriert habe große bewegung im zuhörerraum vorsitzender wie mag stein die suggestionen ausführen zeuge mit den augen vorsitzender angeklagter land weshalb sind sie aus dem gut templer orden ausgetreten angeklagter wegen stein vorsitzender haben sie sich auch vor ihm gefürchtet angeklagter jawohl er hat mir auch gedroht mir meine existenz zu ruinieren vorsitzender sind sie nach ihrem austritt aus dem gut templer orden mai 1906 noch einmal mit stein zusammen gekommen angeklagter nein auf befragen eines geschworenen erklärte frau hoffmann schwester des angeklagten dass er bruder stets religiös gewesen und oftmals in die kirche gegangen sei frau hellmann am ersten oktober 1906 gegen sechs uhr nachmittags haben zwei leute in arbeitskleidung im stadtwald den versuch unternommen sie zu vergewaltigen sie könne keinen der ihr vorgestellten zeugen als täter bezeichnen polizeisergeant sandrock die aus anlass der angaben der frau hellmann angestellten polizeilichen ermittlungen seien ergebnislos gewesen telefonistin sie habe einige monate mit dem angeklagten ein liebesverhältnis unterhalten am 28 september 1906 habe sie vom angeklagten einen brief erhalten in dem er ihr mitteilte er möchte das verhältnis abbrechen da er die schwindsucht habe sie habe an dem angeklagten nichts auffälliges wahrgenommen land habe sie oftmals angedichtet er sei auch schwermütig gewesen die verkäuferin else bettner bekundete sie habe vom februar bis juli 1906 und als dann wieder vom oktober 1906 bis januar 1907 mit dem angeklagten ein liebesverhältnis unterhalten der angeklagte habe ihr erzählt er habe mit einer telefonistin ein liebesverhältnis gehabt um sie loszuwerden habe er ihr geschrieben er müsse das verhältnis abbrechen weil er die schwindsucht habe große allgemeine heiterkeit der angeklagte habe sich mit ihr verloben wollen sie sei damit einverstanden gewesen ihre mutter habe aber nicht die einwilligung gegeben es sei ihr an dem angeklagten nichts aufgefallen er habe sie mehrfach angedichtet im januar 1907 habe sie von dem angeklagten mit der unterschrift von eiken aus dortmund eine karte erhalten sie habe aber sofort an der handschrift erkannt dass die karte von dem angeklagten sei vorsitzender hat sich der angeklagte ihnen gegenüber vielleicht als von eiken ausgegeben zeugin nein herr von eiken kenne ich aber vorsitzender wer ist dieser von eiken zeugin der ist bei der marine vorsitzender hat der angeklagte mit ihnen über den mord im stadtwald gesprochen zeugin jawohl er sagte einmal jetzt darf ich nicht fortgehen aus essen sonst komme ich auch noch in verdacht ein ehemaliger untersuchungshäftling namens kaldewei bekundete er habe drei wochen mit dem angeklagten in einer zelle gesessen der angeklagte habe ihm viel über den mord erzählt schließlich habe er gesagt ich habe es nicht getan ich habe den gummimännern das heißt der justiz nur eine nase drehen wollen ich werde sehr bald wieder entlassen werden ehemaliger gefangener noster bestätigte die bekundung des vorzeugen der angeklagte sagte mehr wie den kopf kann es nicht kosten endlich sagte er glauben sie doch nicht dass ich ein mörder bin ich habe weder jemals miss lake noch meine angeblichen komplizen gesehen ich habe den gummimännern das heißt der justiz nur eine nase drehen wollen ich verdiene weil ich mich als täter angegeben habe ein schönes stück geld auf meine frage weshalb er ins ausland geflohen sei antwortete er um die sache glaubhafter zu machen ich behalte mir den trumpf bis zum schluss der verhandlung vor meine sache ist viel interessanter als die des hauptmanns von köpenick allgemeine heiterkeit vorsitzender hat der angeklagte auch renommiert dass er bei den paderborn an husaren gedient habe zeuge jawohl er wollte sogar seinen lebenslauf schreiben ich bezweifelte an der richtigkeit seiner erzählung und sagte wenn sie bei den paderborner husaren gedient haben dann müssen sie wenigstens den namen ihres rittenmeisters kennen der angeklagte antwortete ich habe den namen vergessen vorsitzender der angeklagte sagte er habe dies ihnen nur gesagt weil sie und kaldewei ihn mit fragen bestürmten zeuge das stimmt nicht der angeklagter hat mir sogar vorreden wollen er habe unter kaiser karl dem großen ein manöver mitgemacht angeklagter ich wurde von kaldewei und noster den ganzen tag über geneckt und gefragt um endlich ruhe zu haben habe ich schließlich gesagt ich bin es überhaupt nicht gewesen der 18 jährige arbeiter august roberts essen bekundete ich kenne die komplizen des angeklagten beide haben neben uns gearbeitet meine mutter kennt sie auch der karl heißt karl kowalski heinrichs familienamen kenne ich nicht karl kowalski war der aussprache nach pole und circa 52 jahre alt heinrich war jünger und größer als karl der zeuge erzählte weiter auf befragen karl und heinrich seien am tage vor dem morde fortgegangen erster staatsanwalt wenn karl und heinrich vor dem morde fortgegangen sind dann sind sie doch an dem morde nicht beteiligt zeuge ich kann nichts anderes sagen vorsitzender weshalb melden sie sich erst heute zeuge ich habe außerhalb gearbeitet vorsitzender weshalb sind denn karl und heinrich fortgegangen zeuge weil im dezember ein steckbrief kam vorsitzender wann war der mord im stadtwald zeuge im januar vorsitzender haben karl und heinrich einmal den namen land genannt zeuge nein untersuchungsrichter landrichter püvelet der angeklagte sei mit voller bestimmtheit trotz aller vorhaltungen dabei geblieben dass er die miss lake rechts in den stadtwald hineingezogen habe der angeklagte habe alle seine angaben mit vollster ruhe und ohne jede spur von reue gemacht er habe dem angeklagten wiederholt gesagt die leiche der miss lake sei links im wald gefunden worden er sei aber dabei geblieben dass er die miss rechts in den wald gezogen habe es sei ihm aufgefallen dass er behauptet habe er habe auf dem arm der miss lake gekniet polizei sergeant hoffmann in der nacht vom 9 zum 10 februar 1907 als ich in der brandstraße auf posten stand trat ein gut gekleideter junger mann an mich heran und sagte verhaften sie mich ich bin der mörder der miss lake ich glaubte zunächst es mit einem irrsinnigen zu tun zu haben ich sagte wenn sie etwa obdach haben wollen dann können sie es auch ohne dass es sich des mordes bezichtigen der junge mann antwortete jedoch sehr ruhig ich will keine obdach ich habe gewissensbisse ich melde mich um mein gewissen zu erleichtern ich führte daher den jungen mann zur wache zum herrn polizeikommissar schlüter dieser nahm den jungen mann sofort zu protokoll der junge mann gab zunächst sehr ruhige antworten er fing aber schließlich an zu weinen ich fragte ihn schon vorher ob er die tat allein begangen habe er antwortete nein ich hatte zwei komplizen von denen ich jedoch nur weiß dass sie karl und heinrich heißen vorsitzender war der junge mann betrunken zeuge nein er war vollständig nüchtern polizeikommissar schlüter der den angeklagten des nachts auf der polizei zu protokoll vernommen hatte bestätigte im allgemeinen die bekundungen des vorzeugen er habe zunächst den jungen mann für geistesgestört gehalten schließlich sei er aber zu der überzeugung gelangt dass der angeklagte geistig gesund sei und dass er wirklich um sein gewissen zu beruhigen sich gemeldet habe der angeklagte erzählte unter anderem die dame habe als er sie zur erde gelegt habe mit händen und füßen um sich geschlagen er habe deshalb auf dem rechten arm gekniet der angeklagte habe zugegeben die vornahme unsittlicher handlungen versucht zu haben polizeiinspektor meyer er habe den angeklagten am morgen des 10 februar vernommen er habe den angeklagten nicht gerade für geistesgestört aber für einen menschen gehalten der durch unstetes und ausschweifendes leben etwas heruntergekommen war der angeklagte habe in eingehender weise den vorfall geschildert vorsitzender hatten sie den eindruck dass die angaben des angeklagten auf wahrheit beruhten zeuge ich hatte den eindruck gewonnen dass der angeklagte ein zerknirschter und reumütiger mensch ist der die volle wahrheit sagt und sich der behörde gestellt hat um sein gewissen zu entlasten ich hielt auch schon deshalb seine angaben für wahr weil als ich ihn fragte haben sie denn keine kratzwunden davon getragen er sagte das konnte die dame nicht denn sie hatte handschuhe an vorsitzender ich bemerke es ist festgestellt dass die ermordete handschuhe an hatte vorsitzender haben sie den angeklagten gefragt ob er einen not zuchts versuch gemacht habe zeuge ich habe ihn ausdrücklich danach gefragt er hat dies aber entschieden in abrede gestellt vorsitzender zum angeklagten haben sie einen not zuchts versuch gemacht angeklagter nein vorsitzender hat karl dies etwa getan angeklagter das weiß ich nicht es meldete sich als dann nochmals der zeugen noster er wolle noch bemerken der angeklagte habe ihm gesagt er habe sich in die rolle des täters so hinein gedacht dass er schließlich selbst glaubte der täter zu sein frau kort nochmals vorgerufen bemerkte auf befragen des verteidigers sie traue dem angeklagten eine schlechte tat nicht zu frau ukena tochter der frau kort bemerkte auf befragen ob sie an dem angeklagten etwas abnormes wahrgenommen habe er habe sehr gerne zeitungen gelesen heiterkeit im zuhörerraum auf antrag des verteidigers wurde ein an letzteren aus wannheimer ort bei duisburg gerichteter anonymer brief verlesen in dem der schreiber mitteilte dass er und ein freund am 1. oktober 1906 miss lake im essener stadtwald vergewaltigt und ermordet haben der brief schloss forschen sie nicht nach mir ich würde mir sonst das leben nehmen ein reumütiger sünder gerichtsarzt doktor klein essen erstattete folgendes gutachten er habe bei dem angeklagten einen ganz abnormen körperlichen befund wahrgenommen die linke körperhälfte des angeklagten weise eine wesentlich erhöhte empfindlichkeit die rechte körperhälfte dagegen eine verminderte empfindlichkeit auf und zwar derart dass sie selbst gegen nadelstiche unempfindlich sei der angeklagte war von kindheit an krank seine schädelbildung sei ganz abnorm so dass das wachstum des gehirns beeinträchtigt sei er habe erst mit vier jahren laufen gelernt und an der englischen krankheit gelitten der vater sei ein trinker und schwermütig gewesen die ehe der eltern war infolgedessen getrübt der angeklagte sank hierbei auf die anklagebank zurück und begann laut und heftig zu weinen der vorsitzende unterbrach die sitzung ließ den zuhörerraum räumen und die fenster öffnen der angeklagte legte sich auf die anklagebank und weinte heftig nachdem er sich beruhigte hatte wurde dem publikum der zutritt wieder gestattet der zuhörerraum war sofort wieder kopf an kopf gefüllt aber auch der innenraum war derart überfüllt dass die vertreter der presse arg belästigt wurden gerichtsarzt dr klein fuhr als dann fort der puls des angeklagten ist 100 bisweilen 140 150 und darüber dabei ist der puls klein seine pupillen und nervenzustand sind abnorm der großvater des angeklagten war schwermütig die mutter war insbesondere während sie mit dem angeklagten ging schwermütig der angeklagte ist daher zweifellos erblich belastet der angeklagte hat trotzdem in der schule und fortbildungsschule fortschritte gemacht er hat seinem bildungsgrade entsprechend seine berufsarbeiten zur großen zufriedenheit erledigt der angeklagte leidet an kopfschmerzen schlaflosigkeit melancholische erscheinungen sind aber beim angeklagten im gefängnis nicht hervorgetreten der angeklagte leidet an renommiersucht er habe seinen mitgefangenen vorgeredet er habe bei den paderborner husaren gedient und unter kaiser karl dem großen ein manöver mitgemacht der angeklagte ist leicht erregt launenhaft er hat vor zwei jahren einen selbstmordversuch unternommen alles in allem der angeklagte ist ein erheblich belasteter degenerierter hysterischer mensch der hart an der grenze der geistesgestörtheit steht er befindet sich aber nicht in einem zustand der jetzt oder zur zeit der tat seine freie willenstätigkeit ausschließt der sachverständige bemerkte noch auf befragen des vorsitzenden der zustand des angeklagten erklärt seine unstetigkeit er leidet aber nicht an dämmerzuständen wenn der angeklagte wirklich der täter war so ist es erklärlich dass es ihm vorkam als wenn seine kollegen die köpfe zusammensteckten und ihn misstrauisch ansahen ihm dem sachverständigen habe es geschienen als ob der angeklagte sich im gefängnis bemühte glauben zu machen dass er nicht geistesgesund sei er habe es deshalb für seine pflicht erachtet den antrag zu stellen den angeklagten auf sechs wochen einer irrenanstalt zur beobachtung zu überweisen der angeklagte sprang bei diesen worten auf und schrie in großer erregung ich bin nicht geistesgestört und gehe auf keinen fall mehr ins irrenhaus der angeklagte schlug dabei mit der hand heftig auf die anklagebank vorsitzender angeklagter sie haben den gerichtsarzt missverstanden er hat nur gesagt dass er den antrag gestellt habe sie zur beobachtung einer irrenanstalt zu überweisen von einer nochmaligen überweisung kann gar keine rede sein der direktor der irrenanstalt grafenberg sanitätsrat dr peretti schloss sich im wesentlichen dem gutachten des gerichtsarztes dr klein an er bemerkte auf befragen es sei nicht unmöglich dass der angeklagte in bewusstlosem zustand behauptet hat er sei nicht in dortmund und noch niemals in koblenz gewesen es sei auch nicht unmöglich dass der angeklagte in demselben zustande sich fälschlich der täterschaft bezichtigt man könne dabei nur mit möglichkeiten nicht mit wahrscheinlichkeiten rechnen gerichtsarzt dr klein bestätigte dieses gutachten es sei allerdings kaum anzunehmen dass der angeklagte von anfang februar bis heute seine beschuldigung wenn sie nicht wahr wäre aufrecht erhalten werde er habe mehrfach wenn er eine unwahrheit gesagt diese nach einigen tagen zugegeben es sei aber auch möglich dass der angeklagte der ansicht sei er müsse diese seine beschuldigung wenn auch falsch aufrecht erhalten nach verlesung der schuldfragen die auf mord und versuchte notzucht lauteten nahm das wort erster staatsanwalt dr eger in der zeit der tortur und folter hat man dem geständnis die größte bedeutung beigelegt man steht heute auf dem standpunkt dass das bloße geständnis zur überführung eines angeklagten kein ausreichendes beweismittel ist der richter hat lediglich die wahrheit zu prüfen sache des richters ist es die wahrheit zu finden ich muss bekennen ich habe durch die verhandlung nicht die überzeugung erlangt dass der angeklagte schuldig aber auch nicht dass er unschuldig ist ich stelle ihnen meine herren geschworenen anheim das geständnis des angeklagten für wahrzuhalten der erste staatsanwalt beleuchtete als dann in eingehender weise den tatbestand und bemerkte unmöglich ist es nicht dass der angeklagte der täter ist es muss aber auffallen dass der angeklagte von den zahlreichen personen nicht in der nähe des stadtwaldes gesehen worden ist es ist auch nicht außer acht zu lassen dass der angeklagte nach der tat keinerlei auffallendes wesen an den tag gelegt hat es ist ferner nicht anzunehmen dass der angeklagte der mehrfach vorbestraft ist die kleinen vergehen in dortmund und koblenz leugnen wird um sich eines so schweren verbrechens zu bezichtigen durch die aussagen der familie kort ist im übrigen das alibi des angeklagten nachgewiesen wenn wie festgestellt ist die tat nach sieben uhr begangen ist so konnte der angeklagte unmöglich 20 minuten vor acht bei kort gewesen sein ich wiederhole also meine herren geschworenen ich verkenne nicht das geständnis des angeklagten als ein schwerwiegendes beweismittel ich bin aber trotzdem weder von der unschuld noch von der schuld des angeklagten überzeugt und stelle ihnen anheim die schuldfragen zu bejahen oder zu verneinen verteidiger rechtsanwalt holtermann essen drei volle tage beschäftigt uns dieses psychologische rätsel als ich gegen den antrag auf ausschluss der öffentlichkeit protestierte sagte ich ich werde den beweis führen das land nicht der mörder der miss lake ist sie werden das vielleicht als kühnheit gehalten haben die verhandlung hat mir aber vollständig recht gegeben sie werden mir beistimmen das geständnis des angeklagten beruht auf einer wahn idee alle umstände sprechen gegen die täterschaft des angeklagten ich habe bei dem gestern abgehaltenen lokaltermin mehrfach von geschworenen gehört der angeklagte stellt ganz nebensächliche dinge in abrede die herren haben nur vergessen dass alfred land ich sage mit absicht nicht der angeklagte als täter nicht in frage kommt ich kann mir nach der sachlichen rede des herrn ersten staatsanwalts ersparen darauf einzugehen dass die schuld des angeklagten nicht erwiesen ist ich ersuche sie als praktische männer aus dem volke genau zu prüfen ob das geständnis des angeklagten hinreicht ihn zu verurteilen man kann sich eigentlich nur darüber wundern dass überhaupt die anklage erhoben und das verfahren eröffnet worden ist ich bitte sie meine herren geschworenen geben sie alfred land seiner familie und der menschlichen gesellschaft wieder indem sie durch ihren freispruch alfred land von dem makel der gegenwärtigen anklage befreien erster staatsanwalt dr eger ich muss bemerken wenn in der voruntersuchung alles so klar gewesen wäre wie heute dann wäre die anklage nicht erhoben worden vorsitzender nun angeklagter sie haben nach dem gesetz das letzte wort angeklagter ich bin zu sehr aufgeregt vorsitzender wollen sie eine pause oder wollen sie erklären dass sie nichts mehr zu sagen nach etwa einstündiger beratung verneinten die geschworenen sämtliche schuldfragen der vorsitzende landgerichtsdirektor doktor from verkündete hierauf im namen des königs hat der gerichtshof dem wahrspruch der geschworenen entsprechend den angeklagten freigesprochen und die kosten des verfahrens der staatskasse auferlegt der haftbefehl ist aufgehoben der angeklagte ist sofort in freiheit zu setzen bravo bravo ertönte es im zuhörerraum vor dem gerichtsgebäude hatte eine nach vielen tausenden zählenden menschenmenge posto gefasst die die freisprechung mit lautem jubel begrüßte die angehörigen des land hatten die größten mühe den jungen mann nach hause zu bringen er machte mehrfach den versuch ins untersuchungsgefängnis zurückzulaufen ende von abschnitt 35 aufgenommen von michael groß essen